Histocup-Woche am Red Bull Ring, zweiter Tag, der Sonntag, mit tollem Programm, dichtem Programm, wobei wir natürlich nichts dem Zufall überlassen wollen, uns wirklich bemühen, Ihnen etwas zu bieten, unter Anführungszeichen. Und ich gehe mit Ihnen jetzt, während die Klassiker-Trofe hinausfährt, und gehe zu Ihrem dritten Wertungslauf, ganz kurz mit dem Tagesplan durch, was ist geplant. Um 8 Uhr, jetzt also startet die Klassiker-Trofe, Ihren dritten von drei Wertungsläufen. Dann um 8.25 Uhr haben wir die Youngtimer Touring Car Open, über 3 Liter Hubraum mit ihrem Qualifying. Danach kommen die historischen Fahrzeuge nach Anhang Car und Spezialtourenwagen, bis drei Liter Hubraum um 9.15 Uhr, sollte man dann das Qualifying haben der Formel Historik und der Formel Renault gemeinsam. Die fahren ihr Qualifying gemeinsam, die rennen, weiß ich noch nicht, fahren wir dann eventuell getrennt. Da hat es eine Zeitplanänderung gegeben, muss ich aufpassen, dass Sie nicht irgendein Blödsinn dazu. Und dann geht es weiter mit dem Qualifying, den haben wir nachher dann noch die historischen Anhang Car und Spezialtourenwagen, über 3 Liter Hubraum gemeinsam mit dem Porsche Classic Cup. Ich muss jetzt mein Handy einmal suchen, diesen Zeitplan, der wirklich nicht ändert. Also natürlich, dass das nicht stimmt. So, das ist noch drauf. Ja, wie gesagt, bis dahin passt alles, dann 1.35 Uhr zum Challenge, hat der Qualifying um 10.05 Uhr. Um 10.30 Uhr haben wir noch ein Qualifying. Der Youngtimer Touring Car Open ist 3 Liter Hubraum. Und dann haben wir das erste Rennen des Tages, da war gestern schon das Qualifying um 10.55 Uhr gestartet, das Ravenol One Hour Team Race. Und dann geht es im Anschluss um 12 Uhr in die Mittagspause, um 13 Uhr dann das Rennen der Formel Historik. Und zwar ohne der Formel Renault, die fahren dann extra Rennen, weil das doch ein sehr üppiges Feld ist. Also das Wort hat gestern so eher Tangentencharakter gehabt. Jetzt hat man das wieder getrennt. Um 13.35 Uhr dann die Youngtimer Touring Car Open, über 3 Liter Hubraum. Um 14.10 Uhr die Formel Renault 2.0, um 14.40 Uhr dann Histocup Anhang K und Spezialtournwagen bis 3 Liter Hubraum. Dann haben wir das Rennen der BMW 325 Challenge um 15.20 Uhr. Um 15.55 Uhr ist es geplant. Histocup die historischen über 3 Liter Hubraum. Und am Schluss dann um 16.30 Uhr sollte das Rennen der Youngtimer Touring Car Open bis 3 Liter Hubraum stattfinden. Wir sind momentan in der Klassiker-Trophäe. Klassiker-Trophäe ja kein Rennwettbewerb, sondern, wenn Sie das noch nie gesehen haben, ein Gleichmäßigkeitswettbewerb. Um was geht es da genau? Die Herrschaften sind jetzt rausgefahren, werden dann ihre erste quasi fliegende Runde absolvieren. Also das erste Mal hier bei Startziel vorbeifahren, ab dann läuft die Stoppuhr. Und diese Runde, die dann gefahren wird, das ist dann die Setzzeit, also die Rundenzeit, die dann gefahren wird, das ist dann die Setzzeit. Und nach dieser Zeit muss man die nächsten drei Runden so gleichmäßig wie möglich absolvieren. Egal ob wir es schneller oder langsamer haben, es gibt immer gleich viele Strafpunkte. Wir fahren da gerade mit Martin Tischler. Dahinter die Top-Favorite der Teamwertung. Teamwertung und Einzelwertung gibt es da. Teamwertung heißt, man darf zu zweit im Auto sitzen. Der einzige Bewerb, den ich kennt, wo man eigentlich so oft zu sehen kann. Zu zweit im Auto sitzen darf auf der Rundstrecke. Und Einzelwertung, das heißt, man sitzt alleine im Auto. Und da haben wir das Team Magneta Eistreit noch kurz im Bild gehabt, die seit Jahren ein Abo haben auf den Gesamtsieg in der Teamwertung. Muss man dazu sagen, da wird das wirklich professionell absolviert. Und da geht man eben davon aus, dass das heuer nicht viel anders sein kann. Wie gesagt, Sie sehen, da sind verschiedenste Autos dabei. Da haben wir zum Beispiel den Nicky Horvath mit seinem rückweiß-roten Porsche. Ich bin mir nicht sicher, aber man erkennt das am Bildschirm schlecht. War es der Mazda MX-5? Oder war es der Porsche? Ist schwer zu unterscheiden am Bildschirm, die um Verzeihung, wenn die Autos so ident lackiert sind. Ich hätte ja gesagt, dass die von Mario Kraner-Better gewesen sind. Wird immer ein bisschen schwerer. Weil die Herrschaften in der Autos rechnen. Sie sehen, wir haben einiges an besonderem Blech zu bieten. Da die Cobras. Dahinter der Plymouth Barracuda. Sind Autos, mit denen könnte man, also bei den Cobras ist es komplizierter. Da muss man wirklich einen Käfig aufbauen erst. Wir werden das heute noch sehen im Rennen der historischen über 3 Liter Hubraum. Da gibt es auch eine Cobra. Da müsste man also wirklich einen Käfig aufbauen. Aber der Plymouth Barracuda zum Beispiel, der könnte auch in den Rennen dann mitfahren. Wir sehen so etwas Ähnliches heute dann. Wir haben einen Dodge Challenger. Wir haben bei den historischen unter anderem auch dabei einen Pontiac Trans Am. Also die fahren halt Rennen. Die Herrschaften, die da unterwegs sind, so wie zum Beispiel der Peter Scholl gerade in seinem Porsche, denen ist, ja, Rennfahren ein bisschen zu heikel. Der sagt, da kann so schnell was passieren, da kann das so schnell jemand in das Auto fahren. Dafür ist mir mein Auto zu schade. Die wollen sich das nicht antun, dass sie eventuell dann jedes Wochenende woanders eine Beule im Blech haben. Nachher fahren sie aber bei der Klassikertrophie. Klassikertrophie, günstige Einstiegsmöglichkeiten einmal in den Motorsport. Wie gesagt, das geht um Gleichmäßigkeit, nicht um Endgeschwindigkeit, nicht um absolut beste Rundenzeiten. Gleichzeitig lernt man aber den Zirkus da zumindest im Histocup einmal kennen. Man kann da, kann mir reinschnuppern, wie läuft das ab. Kann sich auch erkundigen, wie finanziere ich zum Beispiel eine Rennsaison, welchen Aufwand hätte ich. Wie man es finanziert, muss man es selber bekommen. Aber mit welchem Aufwand habe ich zu rechnen, um eine Rennsaison fahren zu können. Wie viel würde mir das kosten? Das muss man einmal durchkalkulieren. Bevor man da kopfüber hineinspringt, weil es dann doch eher, ja, nicht so günstig ist, wie zum Beispiel allen Sackhüpfen. Da braucht man nicht so viel, da investiert man einmal in einen Sack und das geht schon. Nein, das geht da nicht. Also Motorsport ist ein nicht ganz billiges Hobby. Und daher natürlich der Schadenhahn, aber die Peter Scholl mit seinem Porsche. Wunderschönes Auto. Aber Sie sehen schon, der Porsche, der kippt gar nicht so Gas. Warum? Weil es um Gleichmäßigkeit geht. Weil es darum geht, hier quasi gleichmäßig schnelle Rundenzeiten zu fahren. Und daher vielleicht das eine oder andere Auto nicht so unterwegs, wie man es sich anhand der Optik vorstellen würde, wie man es sich wünschen würde, sondern wirklich wettbewerbsorientiert unterwegs. Herr Scholl kommt allerdings in die Box rein, also da dürfte irgendwas am Auto nicht ganz hinhauen. Peter Scholl fährt in die Box rein, während ich am Display halt leider nur die schnellsten Runden habe und keinen Vergleich geliefert bekomme im Moment. Sie sehen eh da, das Feld wieder unterwegs. Einige sind ein Ölfern, wo man sagen muss, okay, die sind jetzt schon ein bisschen was wert, wenn man sowas in der Garage stehen hat. Will man vielleicht nicht mehr unbedingt trennen fahren damit. Da will man dann eher schon auf Gleichmäßigkeit fahren. Wir haben da in der Heckansicht jetzt den Nikolaus Horvath. Jetzt haben wir ihn wirklich erwischt, wirklich eingefangen. Nikolaus Horvath auch schon einmal Gesamtsieger in der Klassikertrophäe gewesen. Und zwar in der Einzelwertung, die meines Erachtens schwerer ist. Man muss das alles allein handeln, man muss also dieses Auto bewegen. Und gleichzeitig auch schauen, dass man gleichmäßige Rundenzeiten hinlegt. Das ist nicht so einfach. Wie gesagt, der hintere der beiden Porsche ist das. Ein Nikolaus Horvath. Und von daher natürlich eine besondere Aufgabe. Zu zweit geht das leichter. Das ist der Bogner BMW, der da überholt wird vom Ford Focus mit der Nummer 64. Alfred Strauss ist das der. Ist mir gestern schon aufgefallen, geht da eher auf Geschwindigkeit und nicht auf Gleichmäßigkeit. Bringt ihm in der Wertung nichts. Da wird er irgendwo auf den hintersten Plätzen landen. Wenn dann diese vier Pflichtrunden absolviert sind, werden wir sehen, dass einige vielleicht noch auf Zeitenjagd gehen, dass einige, die ja da trotzdem hochoktanigen Benzin im Blut haben, probieren mit ihrem Fahrzeug Rundenzeiten einzufahren, wo man dann sagt, okay, wie viel fällt mir noch, damit ich da vielleicht einmal mit gleichwertigen Fahrzeugen mitfahren könnte. Wobei man es natürlich von der Technik her immer unterschiedlich betrachten muss. Ich darf nicht vergessen, wir werden keine Slicks gefahren. Viele der Autos sind Straßen zugelassen. Also von daher muss man natürlich aufpassen. Andere haben wieder ihre Autos aufgebaut, hergerichtet. Die Kobras, schöne Autos. Dürfte der Florian Rudolf sein, ist momentan in dem Licht schlecht zu erkennen. Da haben wir den Martin Tischler mit seinem Renault Megane im Bild. Und das ist jetzt der Mazda MX-5 von Kranerbeter. Sie sehen, manche haben eben einen Beifahrer mit, da geht es dann leichter. Der sagt dann, wir sind zu schnell, wir sind zu langsam, der sitzt daneben und überwacht praktisch die Runde. Während man als Fahrer das irgendwo selber managen muss und das ist dann oft nicht so einfach. Gleichzeitig sollte man am Verkehr schauen. Sieben Minuten geht es noch. Jetzt haben alle ihre vier Runden absolviert. Wie gesagt, man hat da ein bisschen was eingepackt, denn es geht ja nicht unbedingt um Geschwindigkeit. Und manche tun sich leichter, wenn sie an diese Gleichmäßigkeit einmal mit einem sehr langsamen Tempo sich herantasten. Und da wirklich einmal so weit das Gefühl kriegen. Das ist meistens dann im dritten Wertungslauf nicht mehr mehr so tragisch. Dann haben wir jetzt noch nicht einmal, ja, sind es 18 Minuten 40, alle ihre vier Runden beendet. Jetzt sind auch noch alle unterwegs. Peter Scholl ist der Einzige, der ist noch in die Box hineingefahren. Alle anderen, die gestartet sind, sind auch noch unterwegs. Der Peter Scholl, der hat aber auch nicht so aufgegeben, der dürfte es was Technisches gehabt haben. Darum war dann der Porsche auch doch deutlich langsamer, als man es normalerweise beim Peter gewohnt ist. Die Cobra von Florian Rudolf. Dann sehen Sie hinten den Opel Kadett C. Wird auch schon immer seltener. So ein Opel. Robert Baumgartner ist das, der da mit dem Opel durch ist. Da haben wir den BMW von Manfred Ubersreuter im Bild. Das ist gleichzeitig eine Möglichkeit, in dieser Kameraeinstellung einmal die Strecke zwischen Kurve 1 und 3 zu beachten. Wie gesagt, dieser Knick, auf den wir da hinunterschauen mit dem Münzertransparent, der gilt als Kurve. Das ist aus reglementtechnischen Gründen so erforderlich, weil Formel 1 Strecken eine gewisse Anzahl von Kurven haben müssen. Lenken muss man definitiv, da gibt es alles Kurve. Ist der höchste Punkt der Strecke. Und ein ganz ein harter Bremspunkt. Wird deswegen interessant auch, weil da die Bremsen wirklich gefordert sind. Jetzt nicht bei der Klassikertroffel, sondern im Rennbetrieb dann. Wir werden an genau dieser Stelle immer wieder Ausbremsmanöver sehen. Wir werden auch, ja, fehlgeschlagende Bremsmanöver sehen, die dann meistens in einem, ja, blockieren der Räder enden. Wir hatten das gestern auch. Dann bei dieser Einstellung, wenn wir schauen, und zwar genau da unter dem Rauchtransparent. Dominik Markholm gestern beim Rennen der historischen Tourenwagen, hier einen gewaltigen Verbremser. Ich habe es schon vermutet, er hat man es dann bestätigt, am Abend im Fahrerlager, also er ist unmittelbar vorher das Formelrennen gefahren, hat dieses Formelrenner mit seinem Formel Renault gewonnen und hat dann plötzlich, ja, so spät gebremst, mit seinem Ford Escort Mark II, wie er sonst eigentlich nur mit dem Formelauto bremst. Und das war natürlich für den alten Tourenwagen aus den, ja, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine Herausforderung, sagen wir so. Hat dann die Räder blockiert, dann versucht, noch irgendwie durch die Kurve zu kommen, hat dann im Rally-Großstil das Kiesbett mit einbezogen, aber der Sieg war futsch. Gab es zusätzlich noch ein Problem am Vergaser und damit war nur noch ein Gesamtrang 3 drin für den Dominik Markholm. Also, da haben wir in dieser vierten Kurve mit dem Rauchtransparent drauf, haben wir eben dann auch den nächsten Bremspunkt. Es gibt einige harte Bremspunkte, einen haben wir jetzt gerade wieder im Bild gehabt, das ist die Zielkurve. Da muss man auch noch, da kommt man aus der Rindkurve, die geht sehr flott und dann muss man sich aber schon richtig positionieren und wirklich so spät wie möglich bremsen und dann gleich einlenken, damit man da um die Ecke kommt. Da erste Kurve ist, wo der Bogner BMW durchgefahren ist, dasselbe Spiel. Man kommt hin mit hoher Geschwindigkeit, bremsen, einlenken, Scheitelpunkt treffen, so rasch wie möglich wieder beschleunigen, aufpassen noch, dass man, sieht man jetzt nicht über die Sausage Curbs nicht drüber fährt, weil die können dann nicht nur deine Fahrtrichtung leicht verändern, sondern die können da wirklich am Auto auch etwas beschädigen und das ist genau das, was man ja nicht will. Da haben wir den Plan auf dem Paracuda wieder im Bild. Johannes Biegler bewegt das Auto. Ja, wie gesagt, hier, also einer der Punkte, wo es wirklich heikel wird. Sie sehen im Hintergrund die Schikane, die gibt es nur für die Motorräder, weil es eben da auch hier oben beim Bremsen sonst zu Problemen kommen könnte. Wenn dann irgendwas beim Bremsen passiert und deswegen hat man diese Schikane eingebaut, um für die Motorräder da ein bisschen diese Top-Geschwindigkeiten rauszunehmen. Jetzt haben wir die Anfahrt auf die Rauchkurve. Ich sage da, der nächste harte Bremspunkt. Spät einlenken, Scheitelpunkt treffen. Dann Lenkung öffnen, nicht zu heftig aufs Gas. Ich meine, mit den Autos aus der Klasse getroffen, oder mit manchen Autos aus der Klasse getroffen, vielleicht kein Problem. Ansonsten muss man da wirklich sanft am Gas sein, sonst dreht man sich noch im Kurvenausgang weg. 30 Sekunden geht es noch. Dann kommt die Flagge raus und dann legen wir los. Mit den Qualifikationen. Die ersten Qualifikationen sind die Youngtimer und Touring Car Open. Über drei Liter Hubraum. Sollten Sie Kinder mithaben draußen an der Strecke, dann darf ich Sie ersuchen. Speziell dort, wo es vielleicht überdacht ist, einen Gehörschutz zu verwenden, weil es wird jetzt ein bisschen lauter. Ja, diese Tribüne an der Nickel-Lauder-Kurve, das ist schon ideal, gell? Zu so einer Jahreszeit, da kann man sich in die Sonne setzen, da wird dann nicht kalt. Da oben. So, Flagge ist draußen, es wird bereits abgewunken. Sie sehen hier das Ergebnis, wir haben da leider nur die letzten Rundenzeiten, die besten Rundenzeiten, keine Vergleiche. Das wird jetzt dann alles händisch ausgerechnet. Und in wenigen Augenblicken geht es dann los mit dem Qualifying, eben der Youngtimer Touring Car Open, über drei Liter Hubraum. Da haben wir gestern schon einiges an Fahrzeugen vorgeben müssen, also beispielsweise, so ist in der Früh gelesen, also Enzo Coppola, das Auto wurde gestern eingeschleppt, der hat schon geschrieben, also das Wochenende ist für uns gelaufen, da geht nichts mehr. Ich weiß nicht genau, was das Auto hatte, aber das fährt auf jeden Fall dieses Wochenende nicht mehr. Ist meistens so, dass am Sonntag dann die Felder ein bisschen ausgedünnt sind. Darf man auch nicht wundern, wir sind momentan in zwei Wochen Rhythmus unterwegs und das ist so eine Hobby-Rennserie, wie den Histo Cup, natürlich ein gewaltiger Aufwand, den nicht alle so leisten können und bringen können, wie sie es gerne hätten. Und dann, ja, versucht man die Autos so weit hinzukriegen, dass man zumindest am nächsten Wochenende starten kann, aber wenn dann noch irgendeine Kleinigkeit ist, dann ist es oft erledigt gleich. Und deswegen werden wir heute natürlich einige Autos weniger am Start haben als gestern. Einfach, ja, weil gestern natürlich auch schon einiges passiert ist und weil das Material oft dann auf Dauer dieser Belastung nicht mehr gewachsen ist. Wir dürfen nicht vergessen, das Ding heißt Histo Cup und ja, es sind halt doch ältere Fahrzeuge, historische Fahrzeuge, die Ersatzteilbeschaffung ist ziemlich schwer. Also das geht nicht so einfach wie bei einem modernen Rennauto, dass man sagt, ich weiß, wo ich anrufe und wenn ich meinen Grundbuchauszug als Sicherheit schicke, dann kriege ich meine Teile auch auf ruckzuck bei Express geliefert. Sondern da muss man dann wirklich auch warten. Also ein perfektes Beispiel, wir werden ihn dann später sehen, die gelbe AC Cobra von Udo Rienhoff, er hat ein Jahr auf seinen Motor gewartet. Der Motor ist nach Amerika gegangen und es hat ein Jahr gedauert, bis der Motor wieder da war. Das ist ein Boxengasse, ja, füllt sich bereits mit den größeren Bombern. Da haben wir den Hubert Auernig im Bild. Youngtimer Touring Kaopen über 3 Liter Hubraum. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ampelverkehr in der Boxengasse. Ampelverkehr in der Boxengasse. Ampel wird grün. Ampelverkehr in der Boxengasse. 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 haben. Das kommt natürlich auch darauf an, welche Mischung hat man aufgezogen. Das ist der reine Sample im Bild. Reine Sample, ja, wäre ganz besonderer in diesem Zirkus. Sitzt im Alltag ja im Rollstuhl, fährt seinen KTM GTX ausschließlich mit den Händen. Und wenn wir dann schauen, wir werden am höchsten wahrscheinlich, so schätze ich, mein, da auf jeden Fall in den Top 5 finden. So, mittlerweile gibt es eine Bestzeit, Ferrari 488 Challenge, Martin Oberndorfer 1 37 9 47 verfolgt von Rupert Arzberger, Mike Trift, reine Sample in den KTM GTX. Dann Robert Brändle, aber wie gesagt, die Herrschaften sind noch nicht wirklich im richtigen Temperaturfenster, sowohl Fahrer als auch Auto. Das wird jetzt mit der nächsten Runde schon spannend. Da wurde jetzt der Hubert Auernik überholt, wie gesagt. Vielleicht sehen wir das Auto jetzt kurz im Bild. Das ist dieser BMW aufgebaut von Tuller, Motorsport für ja, eigentlich Detoner, das ist aber dann nichts geworden. Das wäre so ein, auch so ein, ja, Klassikrennen gewesen. Ich glaube, hätte über drei Stunden gehen sollen, im Rahmen der 24-Stunden-Detoner. Wurde aufgebaut, ist aber dann nichts geworden und jetzt fährt eben der Hubert Auernik damit. Dann haben wir den Pössl-Berger-Porsche. Unter den KTM von Drechsel, glaube ich, war das. Die KTM sind sehr schwer zu unterscheiden, überhaupt am Bildschirm. So, Arzberger im KTM, 1,32, 4,65. Dann Oberndorfer, 1,36, 5,09. Der hat sich noch mal gesteigert, aber in dem KTM hat er mit dem, ja, Ferrari auch keine Chance. Ja, mittlerweile Gerald Hofer, Lokalmatador hier in der Steierberg, 1,35, 8,25. Zweiter. Reine Sample jetzt dritt. Also da purzeln im Moment die Zeiten. Fixpunkt momentan, von Dubert Arzberger auf der Poltposition mit 1,32, 4,65. Tick. So, ich habe da noch den Tony Stolper stehen in der Box, aber ich glaube, der Tony fährt mir nicht, da hat man mir nicht wirklich mehr jetzt im Auto sitzen. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, weil ich das Auto gesehen habe, gelassen, da war es weit nicht zufrieden, dass der Tony es dann abreißen musste. Da sitzt ja andere drinnen, den Namen habe ich nicht, wer da drinnen sitzt. den Weißen-Lener-Karren-Porsche. Gestern hat man mir gesagt, Rupert Weißen-Lener sitzt drinnen, oder was Dr. Herbert Karret und mir heute hier vorsichtig quer da drinnen sitzt. Arzberger, 1,31, 8,32. Also das wird immer flinker. Mike trifft auf der 2. Dann Max Krieg, dritter, Robert Brändle, vierter, Bob Bauer auf dem fünften Platz, Gerald Hofer, sechster, Martin Hoberndorfer, siebter, Reini Sample, achter, Daniel Bichy, neunter, Aki Acker auf Rang 10. auf Rang 11. Der wird ein paar schön langsam im Moment, der hat aber nur aufgemacht, um eventuell wieder eine freie Runde im Qualifying zu bekommen. Da haben wir den nächsten. Die schauen alle, dass sie genug Abstand nach vorne haben. Geri Hofer haben wir da jetzt im Bild gehabt. So, Arzberger 1,30, 9,90. Der zweite, Max Kripp 1,34, 2,0. Da liegen schon Welten dazwischen. Aber dann geht es ganz eng zu, weil Mike trifft, ist nur 18.000. Hinter Max Kripp. Dann haben wir an der vierten Position mit weiteren zwei Zehnteln Rückstand Robert Brändli. Fünfter Martin Oberndorfer, sechster Poppaus hinter Gerald Hofer. Achter Aki Acker auf der neuen Reine Sample. Zehnter Oliver Michael. Wir haben gelbe Flagge in der Kurve 10. Haben aber momentan nicht feststellen können, wo die gewesen wäre. Also, habe auf den Streckenmonitern auch nachgeschaut. Und dort nichts gefunden. Neun Minuten. Neun Minuten. Vierzig. Noch zu fahren. Während Markus Fischer in die Box hereinkommt. Da ist der Reger Betrieb in der Boxengasse. Obendorfer kommt herein. Brändli kommt herein. Und auch reine Sample. Sample, der momentan auf Rang 10 liegt. Gestern in den Top 5 unterwegs gewesen. Dort hätte ich ihn heute auch wieder erwartet. Aber jetzt ist er noch nicht ganz vorbei. Arpad Wischokei haben wir ein Bild in der Rauchkurve verfolgt von Oliver Michael. So weit ich das richtig gesehen habe. Da war ja Mike Trift. Unterwegs überholt. Auf der Strecke draußen. Von Daniel Keilwitz. Es ist nur kurz das Keilwitz momentan auf Rang 12. Aber so wie der gerade fährt, glaube ich eher, dass das da in Richtung Angriff geht. Er hat zwei persönliche Sektor-Pestzeiten für den Alpina B6. Schauen wir mal, wo er sich, wenn er hier bei Startziel vorbeikommt, dann wiederfindet. Ja, auf Rang 9. 1,35, 2,28 für den Alpina B6 BMW. Wie gesagt vermutlich Daniel Keilwitz im Auto. Wir haben da den Polsetter Rupert Arzberger 1,30, 1,35. Da brauchen wir uns nicht allzu viele Sorgen machen. Im Moment um ihm 3,2 Sekunden seinen Vorsprung auf die Konkurrenz. Auf den 2. Platzierten auf Max Grip. und des fünften Bob Bao sind alle in der Box. Auf den ersten Sinnbleiben. Aki Acker bleibt Achter. Gerade hier bei mir vorbeigefahren. Putzt das Keilwitz auf Rang 9. Oliver Michael Zehntter. Da wird der Fischer BMW in die Box hineingeschoben. Mit die Brüder Fischer. Einer fährt den BMW. Einer fährt das Formelauto. Das Sie daneben im Bild sehen. Hier in der Boxengasse. Markus Fischer. Vorige Woche ja im Qualifying noch unterwegs gewesen. Im Training noch unterwegs gewesen. zu den 24 Stunden übergekommen. Da gab es aber dann ein mysteriöses Problem. Mit sehr vielen reichen Reifenschäden. Man kam der ganzen Sache nicht auf die Spuren. Deswegen konnte er dort nicht starten. Sein Bruder der Markus schon. Sein Bruder der Michael schon. Das ist der, der dieses Wochenende das Formelauto. Für Arzberger noch einmal hinausgegangen. Ich bin mir nicht sicher zu welchem Zweck. Er hat 2,7 Sekunden Vorsprung auf Daniel Keilwitz. Er hat sich mittlerweile auf den zweiten Platz nach vorne geschoben. Max Grip dritter. Mike trifft. Momentan in der Boxen auf Rang 4 liegend. 5. Bob Bau. 6. Robert Brändle. 7. Martin Oberndorfer. 8. Gerald Hofer. 9. Aki Aker. 10. 9. 9. 5. 7. 9. 10. 11. 21. 16. 23. 23. 24. 23. 24. 25. 26. 25. 25. im Moment mit dem M4-GT4 auf Rang 18. 1, ja jetzt 19. Von Alexander Vogt überholt worden. 1, 38, 8, 48, seine bisher schnellste Zeit. Ja, Keilwitz schraubt den Rückstand auf Atzberger zwar hinunter, mittlerweile auf zweieinhalb Sekunden, aber ich fürchte, er wird da gegen den KTM über die ganze Runde gesehen keine Chance haben, auch wenn er gerade eine absolute Sektorpestheit im Sektor 3 aufgestellt hat. Da kommt allerdings schon, ja, die Antwort von Atzberger. Absolute Sektorpestheit im Sektor 1, absolute Bestheit im Sektor 2. Reinis Sampel, die ist wieder auf sieben nach vor gefahren. Wir warten auf Atzberger. Gibt es da eine neue Polzeit? Geht es unter eine Minute 30? 1, 29, 6, 0, 7, 1, 29, 6, 0, 7. Während wir bei Mike Trift am Fahrzeug sind. 3 Minuten 20 Sekunden noch in diesem Qualifying. Einige sind wieder hinausgefahren. Daniel Büchi, Helmut Kölzlisberger, Cara Weißenlehner und Wischokai. Die sind alle hinausgefahren. Noch einmal, um eventuell doch die besser werdenden Streckenverhältnisse irgendwo für sich auszunutzen. In der Box herinnen, Markus Eder im Ford Focus. Dann der Stolper Porsche, der Fischer BMW. Thomas Weberhofer mit seinem Opel Omega V8 Star in der Box herinnen. Martin Oberndorfer, auch den Ferrari in die Box gebracht. Genauso wie Mike Trift im Moment herinnen ist und Bob Bau. Da haben wir die 361. Das ist das Stolper-Auto, wo ich mir nicht sicher bin, wer das Auto ist, lenkt. Wie gesagt, bei mir am Monitor steht ein von Stolper. Da ist der Auernik BMW, nämlich der von Hubert Auernik gelenkte BMW. In Farben, die auf dieser Rennstrecke ganz besonders herpassen. Max Polzler war da kurz im Bild mit seinem KTM X-Po R. Also noch eines der offenen Geräte. Rupert Arzberger wieder herinnen, nachdem er 1.29.6 gefahren ist. Ich glaube, ich würde mir eben gesagt haben, Rupert, lass es gut sein. Du bist momentan drei Sekunden vor Daniel Keilwitz. Das wird jetzt nur mehr aus Material gehen. Also ich glaube, mit dem Vorsprung fallen eine Minute, 20 Sekunden haben wir noch. Da tut sich nicht mehr recht viel. Rausfahren kann er auch nicht mehr. Keilwitz hat sich noch einmal verbessert auf 1.32.39.2. Rückstand damit 2.78 Sekunden. Ja, klar, der Daniel Keilwitz, der streckt sich da, der bemüht sich, der spielt seine Routine aus. Aber ich glaube, beim Konzept der Fahrzeuge, man fährt ja auch in unterschiedlichen Klassen, ist dann irgendwann einmal Ende angelangt. Da hast du dann keine Chance mehr. Das ist, wie man es mit einem Segelflugzeug gegen einen Kampfflieger antritt. Mir ist natürlich nicht so krass, dieser Unterschied, aber doch so deutlich, dass man sagt, das geht nicht anders. So, der reine Sample kommt in die Box rein. Nachdem er auf Platz 4 gefahren ist, bricht also sein Qualifying auch schon ab. Das geht ja nur noch 20 Sekunden. Ja, und ihr habt recht gehabt, also es sitzt wirklich der Daniel Keilwitz im Auto, weil ich den Sigi Kutz, dass er an der Boxmauerlehnen steht, ganz entspannt. An der Boxmauerlehnen steht, er steht dort ganz entspannt, der Sigi. Der schaut, wie einer, der auch schon ADAC GT Masters Champion war, sein Auto bewegt. So, Flacke ist draußen. Und erwarten wir auf Daniel Keilwitz, der wird aber in die Box hereinkommen. Der Daniel, ja. Damit, glaube ich, wird sich da nicht mehr mehr allzu viel tun. Nein, kommt in die Box rein, Daniel Keilwitz ist schon da. Damit Rupert Arzberg auf der Pole Position. Zweiter Daniel Keilwitz. Dritter Max Kripp. Vierter eine Sample. Fünfter Robert Brändlis. Sechster Mike Trift. Zinter Bob Bau. Achter Gerald Hofer. Wir warten auf Aki Aka. Der kommt jetzt hier bei Startziel vorbei. Vielleicht kann sich der noch mal verbessern. Dann bleibt neunter Oliver Michael auf Rang 10. Elfter Martin Oberndorfer. Zwölter Daniel Büchi. Dreizehnter Helmut Pötzlsberger. Topas Weberhofer auf der vierzehnten Position. Fünfzehnter Herbert Karra oder Rupert Weißenlehner. Wer immer im Auto sitzt. Abort Wischukai auf der sechzehnten. Siebzehnter Tony Stoiber. Achtzehnter Alexander Vogt. Neunzehnter Markus Fischer. Auf der 20 Max Polzler. Einundzwanzigster. Einundzwanzigster. Bin mir sicher. Welcher der Drechsel da ist im Auto sitzt. Da steht auch nur Drechsel, Drechsel. Vater oder Sohn. Dann auf Rang 22 Hubert Auernik. Dreiundzwanzigster Kurt Pföller. Vierundzwanzigster Christoph Gürtler. Rang 25 Markus Eder. Und 26 der Sven Pott. Das ist die Wertung nach dem Qualifying der Youngtimer und Tour in Kaopen. Über drei Liter Hubraum. War gestern eine reine KTM-Geschichte. Heute schaut es ein bisschen anders aus. Wenn ich schau. Da hat sich eine, ja, ein Alpina B6 GT3 da mitten hineingeschoben auf Startplatz 2 Daniel Keilwitz. Da mitten in diese KTM-Verlangs hineingefahren. Auch die Blaise Camaro von Robert Brändle hat einen KTM GTX hinter sich lassen können. Gut, damit haben wir dieses Qualifying hinter uns gebracht. Nächstes Qualifying. Jetzt gleich im Anschluss die Formel Historik und die Formel Renault 2.0. Nein, zuerst noch, Entschuldigung. Histo Cup, Anhang K und Spezialtourenwagen. Ja, ich habe keinen aktuellen ausgedruckten Zeitplan. Ich lese das immer da vom Handy ab. Und ja, wenn man ein bisschen bootschert ist mit den Fingern, dann erwischt man das nicht gleich gescheit. Also jetzt einmal Histo Cup, Anhang K und Spezialtourenwagen. Bis drei Liter Hubraum ist das nächste Qualifying und danach dann die Formel Autos. Und wir warten jetzt auf die historischen. Nur da fallen schon einige bei mir hier an der Sprecherkabine vorbei. Unter anderem auch der Pucht 650 von Bernhard Deutsch. Der ist ja gestern dann ausgeschieden mit einem Reifenschaden. Wir haben dann geklödelt im Vorderlager, weil man gesagt hat, ohne Luft fährt es sehr schlecht. Ich sage, das wundert mich bei einem Luftkütenmotor, aber ja, es war halt nur der Reifen, der hätte schon ein bisschen mehr Luft gebraucht. Und von daher heute wieder soweit alles in Ordnung beim kleinsten Fahrzeug im ganzen Feld. Wir warten auf die Freigabe der Boxengasse. Wenn Sie schon länger den Histo Cup verfolgen, gestern nicht dabei waren, ich habe es gestern schon einmal erklärt. Sie werden sich vielleicht wundern, dass dort und da bei den historischen mittlerweile schon drei 25er BMWs mitfahren, die dann bitte auch in der Challenge mitfahren. Der Hintergrund ist der. Der E30 ist alt. Das ist einfach ein altes Fahrzeug und der darf jetzt abgrund der Vier-Periodeneinteilung auch schon bei den historischen mitfahren. So, Boxampel grün. Ganz vorn, wenn ich mich nicht täusche, ist auf die Distanz schwer zu sehen. So, ich sage es sicher jetzt aber auch noch einmal durch. Also die Siegerehrung der Klassiker-Trophy findet jetzt vor dem Rennbüro statt. Siegerehrung der Klassiker-Trophy findet jetzt vor dem Rennbüro statt. Ich weiß nicht, wie weit das dann hinausgegangen ist. Ich habe es nur im Kopfhörer gehabt und wollte das sicherstellen, dass das da auch gegangen ist. Wir schauen jetzt wieder in unser Golf, in der historischen bis drei Liter Hubraum. Ja, ja, da vorn weg fährt er, der Chefs persönlich, Michael Steffny. Ist schwer zu erkennen momentan im Bild. Weiß, grüner BMW. Bahnhof für sich. Hätte ich schon gemeint, dass das Michael Steffny ist. Ein Chef der Söhne ist mir so eine Sache. Mittlerweile hat er ja die Geschäftsführung mehr oder weniger abgegeben des Histocups an seinen Sohn, an den David Steffny. Und der Georg mischt auch fest mit, der sich aber eher im technischen Bereich da, ja, ihn wohl einbringt und daher hat jetzt der Michael Steffny wieder ein bisschen mehr Zeit fürs Rennfahren. Er ist quasi in Pension, aber, ja, wenn es darauf ankommt, dann gibt es doch sehr viele alte, eingefleischte Histocupler. Ich gehe gerne nach wie vor zu Michael und sage, Michael ist oder eben das Problem gekommen. Manche kann er dann ohne Problem zum David schicken bei manchen Sachen. Er spielt dann auch immer den Travel Shooter. Also, von daher hat er auch das Histocup-Magazin, das es an diesem Wochenende neu gibt, miterstellt und zum Großteil daran mitgearbeitet. Und, ja, kümmert sich jetzt in einer anderen Weise drum, in einer Art und Weise, dass man merkt, aha, der ist gar nicht verpflichtet, dies oder ähnliches zu tun, sondern es macht einfach Spaß. Hat ihm jetzt auch Zeit, wieder im Auto zu sitzen, ja, ja, Michael Steffny, und hat jetzt seine erste fliegende Runde begonnen. Kommen wir mal, da kommt gleich der Franz-Josef Stopper hinterher. Franz-Josef Stopper, der im gestrigen Rennen dann, ja, sich nur einem geschlagen geben musste, nämlich den Alexander Pappberger im Ford Escort Mark 1. Da wäre auch noch für sich noch der Dominik Mark Holm da gewesen, aber der hatte eben diesen Fahrfehler beim Anbremsen der Rauchkurve, weil er unmittelbar davor noch das Rennen der Formelautos gefahren ist und so spät gebremst hat, wie er es sonst mit dem Formelauto macht. Und das ist halt, ja, mit dem Ford Escort Mark 2 nicht so ideal. Und damit Mark Holm gestern nur unter Anführungszeichen dritter geworden. Sieger gestern Maximilian Pappberger, äh, Alexander Pappberger, Entschuldigung. Dann gab es auch die Kollision. Äh, ja, die Kollision, das war doch ein Schaden, die noch einiges getauscht wird am Auto von Andi Wechselperger. Den sind wir jetzt gerade fahren. Und der fährt auch hinaus, also vielleicht ist es noch ein Folgeschaden der gestrigen Kollision. Ich weiß nicht, ob Sie es gerade gesehen haben. Er ist links im Bild hinausgefahren. Da hinten sehen Sie ihn fahren mit dem blauen Alpha. Vielleicht noch ein Folgeschaden der gestrigen Kollision, die er hatte mit Franz Leitner. Leitner war innen gestern, der Andi Wechselperger außen und, ja, Leitner innen auf den Körper gekommen. Für kurze Zeit wird Passagier, ach, Mann, und dann hat, das hat aber schon wieder genügt, naja, stellt sein Auto ab. Andi Wechselperger stellt sein Auto ab. Während wir die ersten Zeiten haben und erwartungsgemäß Dominik Markholm, der schnellste 1.34.359, verfolgt von Franz-Josef Stopper. 1.55.672, dritter im Moment Elmar Eifert, der war gestern schon nicht langsam. 1.57.13, Michael Steffner auf Rang 4. Aber wie gesagt, das ist die Momentaufnahme. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde in diesem Gollifying, da kann sich noch einiges tun. Der hier allerdings, ja, verbremst sie wieder. Dominik Markholm. Noch einmal verbremst, an derselben Stelle wie gestern. Da haben wir drei Herrschaften, die wir relativ weit vorne sehen werden. Aha, das ist da bei Elmar Eifert, verliert der Flüssigkeit oder streift ein Reifen. Das könnte auch sein, dass der rechte Hinterreifen eventuell in den Kurven streift. In den beiden Linkskurven aufgrund der Belastung. So, Babberger momentan schneller als Markholm. Babberger 1.54.079, Markholm 1.54.359. Das sind gerade einmal 28 Hundertstel zwischen den beiden Ford Escorts. Mark 1 gegen Mark 2. Dritter Franz Josef Stopper, vierter Elmar Eifert, fünfter Franz Leitner, sechster Michael Steffny. Aber vorne an der Spitze 28 Hundertstel zwischen dem ersten und dem zweiten. Zwischen Alexander Babberger, das ist der weiße Ford Escort, Mark 1 mit dem Heckflügel. Und Dominik Markholm gibt natürlich da noch einen großen Unterschied. Warum hat der weiße einen Heckflügel, den er eigentlich nicht haben dürfte? Der weiße Ford nach dem Spezialtourenwagenregelmau wird auch dort gewertet. Und Dominik Markholm fährt nicht nur in Anhang Karegemau. Da muss wirklich das Allermeiste so sein, mit Ausnahme natürlich der Sicherheitsgeschichte, das Allermeiste so sein, wie es damals war. Das heißt, man muss den damaligen technischen Vorschriften entsprechen, mit Ausnahme eben der Sicherheit. Das ist aber schon bei den heutigen Vorschriften. Und Alexander Babberger, der darf ein bisschen mehr an seinem Ford Escortouren, deswegen wahrscheinlich auch der Heckflügel. Weil das wäre im Anhang Karegemau nicht erlaubt. Wäre nach Anhang Karegemau nicht Reglementkomfort. Tom Lehner und Klaus Holzinger. Schaut aus, als hätte der Tom da irgendein Problem. Deutlich langsamer geworden als sein Teamkollege. So, Markholm, verfolgt von Stoppa auf der Strecke draußen. Und auch im Klazmau im Moment. So, Stoppa, diese Runde schneller gewesen als Markholm. Stoppa fährt 1,53, 56 und Dominik Markholm fährt 1,54, 1,84. Aber die Polzeit von Alexander Babberger, die lautet 1,52, 710. Weitere 85 Hundertstel Vorsprung für Babberger auf Stoppa. Stoppa. Jetzt haben wir Steffni im Bild, wie gesagt, 1997 den Histo Cup gegründet. Haben wir heute noch früher mit einem der Fahrer unterhalten und haben gesagt, das ist eigentlich eher Wahnsinn, dass sich das, wie sehr das so lange hält und so entwickelt hat. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie weit sie den Histo Cup sonst verfolgen, müssen wir ja manchmal unsere Starterfelder teilen. Das heißt, es waren nur Teile irgendwo hin zu einem Rennen. Wir haben das heuer mit unserem Italien-Ausflug so gemacht. Ein Teil war jetzt die Mugello, der zweite Teil darf dann nach Misano kommen. Wir schaffen es nicht mehr, an einem Wochenende zeitweise mit allen Serien gleichzeitig um anzudrücken. Speziell wenn wir dort Gäste sind, da geht sich das nicht mehr aus, weil wir eigentlich die Rennstrecke den ganzen Tag brauchen würden. War gestern schon eine ziemliche Meisterleistung von David Steffni und seinem Team, um den Zeitplan so zu gestalten, dass sich gemeinsam mit der Fahrer der GT2 der Samstag ausgegangen ist. Da musste gewaltig gekünstelt werden im Zeitplan. Sie haben es vielleicht gemerkt, wenn Sie gestern schon dabei waren, die Qualifyings waren kürzer, die Rennen waren ein bisschen kürzer. Es ist Gott sei Dank nichts Loswertiges passiert, dass es im Zeitplan quasi irgendwo eingeschränkt hätte. Wenn Sie im Livestream mitschauen, Sie haben links auf der Seite jetzt nicht nur das Zwischengasmaus, sondern auch eingezeichnet, wer wo fährt im Moment. Es ist natürlich relativ klein. Damit können Sie ungefähr verfolgen, wer Ihrer Favoriten wo unterwegs ist. Blaue Flagge für Herbie Sen, um die beiden, die da um die Pole Position mitrittern wollen, gegen Alexander Barberga, um die beiden vorbeizulassen. Da haben wir den Franz Josef Stopper, dahinter Dominik Markholm. Stopper nach wie vor Zweiter mit, ja, Barberga hat noch einmal nachgelegt. Mittlerweile 1,16 Sekunden Rückstand. Was fährt Barberga im Moment? 1,51, 6,77. 1,51, 6,77. Alexander Barberga, der weiße Ford Escort Mark 1. Franz Josef Stopper dann Zweiter, den haben wir dann gebildet. Dritter Dominik Markholm. Vierter Elmar Eifert, fünfter Michael Steffny. Er hat sich an Franz Leitner wieder vorbeigearbeitet von der Rundenzeit her. Da haben wir Steffny kurz im Klick gehabt, da haben wir Stopper. Da sehen wir Markholm, dahinter Nacho, in diesem Fall war ein Netzsteffnick. Der ist jetzt erst dahergekommen, der hätte er nicht geschafft. Hier gibt der Stefan mit seinem MGB in der Box. Das ist noch historisches Altfleisch, gell? Da kommen jetzt gleich einigen in die Box herein. Ich glaube, es sind die ersten drei, die da hereinkommen. Da nehme ich mich jetzt nicht leischt, das sind die ersten drei, die da in die Box hereinkommen. Nämlich Abberger, Stopper und Markholm. Ja, die ersten drei haben wir in der Box herinnen, während Steffny sich auf den vierten Platz nach vorne gearbeitet hat. Auch schneller wurde als Eifert. Da haben wir Eifert und Steffny im Bild. Bei der Anfahrt zur Kurve 3. Also die ersten drei Momente in der Box geht allerdings noch 7 Minuten und 15 Sekunden, dieses Qualifying. Also da kann jeder noch einmal rausfahren und schauen, ob er sich verbessern kann. Vorsprung von Papp Bergaufstopper, 1,16 Sekunden. Dann Markholm auf Rang 3. Steffny 4., Eifert 5., 6., Leitner 7., Tom Lehner 8., Klaus Holzinger 8., Peter Pöschl 9., 10., Günther Stephan 11., Peter Jeitner 12., Werner Kroczek. Gestern gleich ausgefallen in der Einführungsrunde. Wolfgang Riegl auf Rang 13., Thomas Kaiser 14., wir sind bei Dominik Markholm. Den Trick platziert im Moment. Steht in der Box. Schaut nicht aus, als würde er schon aufgeben. Ich glaube, der Dominik fährt noch einmal raus. Wo wären wir denn? Bei 15. Der Herr Wiesent, 16. Der Bernhard Deutsch, 17. Der Bern, Peter Lüthi, 18. Der Andi Wechselberger. Der wird hier bei mir das 18. geführt, der hat sein Auto abgestellt, also der hat keine, in dem Sinn, gezeitete Runde. Wird aber mit der entsprechenden Nachstartgenehmigung schon starten dürfen. Peter Pöschl, ist das da in der Box herinnen, glaube ich? Ja. Peter Pöschl mit seinem blau-weißen Ford Escort Mark II. Wo liegt der Peter im Moment auf Rang 9? Bin mir nicht sicher, ob man die Getriebeprobleme wirklich aussortieren konnte. Da haben wir das kleinste Auto im Feld. Das ist der amtierende Histo-Cup-Champion. Das ist Bernhard Deutsch. Bei uns werden ja die Punkte nach den Klassensiegen vergeben. Und da hat er sich voriges Jahr der Klasse der Zwerge entsprechend durchsetzen können. Bernhard Deutsch. Also. Der Titelverteidiger kämpft heuer nicht um die goldenen Ananas. Da haben wir den Peter Pöschl. Er fährt wieder hinaus. Sie sehen die Uhr eingeblendet. 4 Minuten 50 haben wir noch. Während der Thomas Kaiser auf der Aziz vorbeigefahren ist, auch zweimal Gesamt-Champion gewesen im Histo-Cup. Große goldene Ananas gewonnen. Es gibt ja für die ganzen Divisionssieger eine kleine goldene Ananas. Aber für den Sieger der Anhang K-Klasse eine große, also die, die wirklich nach dem historischen Reglement ihrer Epoche fahren, gibt es eine große goldene Ananas. Entstanden ist das Ganze bei der Gründung des Histo-Cups eigentlich nur daraus, dass ich mir gesagt habe, okay, wir fahren um nichts. Es gibt kein Geld, es gibt keine Preise, gar nichts. Wir wollen einfach nur Rennen fahren. Es geht um nichts. Wir wollen einfach Spaß haben am Rennen fahren und wir fahren einfach um eine goldene Ananas. Ein Jubiläer hat dann irgendwann einmal eine goldene Ananas gespendet, hat die da irgendwo, ich möchte nicht sagen, hingepastelt, aber nach seinen Vorstellungen kreiert und ja, seitdem ist das einer der begehrtesten Trophäen im österreichischen Motorsport, weil es halt eine beständige Rennserie ist, weil es eine Rennserie ist, die es über Jahre schon gibt und hört dann einer der Ananas-Gemänner zu sein, das ist etwas Besonderes. Nur muss man natürlich da ein Auto mit rund unterlegter Startnummer fahren, damit man überhaupt in den Genuss der großen goldene Ananas kommen kann, weil das gibt es eben nur für den Sieger an Hang K. Wenn Sie schauen jetzt, im Bild haben Sie es und jetzt auch in der Kurve 1, die sind dann quadratisch unterlegt, die Startnummer beim Tom Lehner auf jeden Fall. Der hat jetzt da, ja ganz offen, seinen Kollegen dem Klaus Holzinger da ein bisschen Windschatten gespendet, vermute ich einmal stark, weil er nach der Kurve 1 dann doch nachgelassen hat, den Klaus da regelrecht eingeladen hat, vorbeizufahren, also kann man vorstellen, dass es da ein bisschen Windschatten gab für Klaus Holzinger, würde auch dafür sprechen, weil er gerade seine absolut schnellste Runde gefahren ist, der Klaus Holzinger. Das selbe gilt eigentlich auch für den Tom Lehner, also vielleicht spielt man da die ganze Zeit schon so Windschattenspielchen. Das ist einer der Mechaniker von Holzinger und Lehner, die wir da in der Rückansicht gesehen haben, da sind ein Haufen Oberösterreicher, motorsportbegeistert. Interessanterweise gestern haben wir Walter Spatt dort getroffen, der ja auch STW-Champion wurde, Günther Stephan hier im Bild mit seinem MG B Nummer 23. Wir sind rund unterlegt, das fällt uns ja unter Anhang K, das Auto muss wirklich dem Regeln von damals entsprechen. So, da hat sich jetzt der Peter Lüthi einmal kurz gedreht, fährt aber schon wieder weiter. Peter Lüthi, Sie sehen die Spuren, irgendwo kurz einmal, glaube ich, die Orientierung verloren. Vielleicht ist man erst noch schwindelig, kann auch sein. Einmal die wunderbare Gegend hier im 360-Grad-Blick angeschaut. Die schaut es da eigentlich rundherum aus. So, eine Minute haben wir noch, bis die Flagge fällt, bis das Qualifying beendet wird. Ja, es geht sich aus für Peter Lüthi, dass er jetzt noch einen Versuch hat. Momentan liegt er auf Rang 17. Die Alphas spielen wieder Windschatten. Vorne Klaus Holzinger, hinten Thomas Lehner. Ein Team. Klaus Holzinger, vor Jahren, entsteht mit einem schweren Unfallstück. Beser am Salzburgering. Für einen BMW damals. So, Flakke ist draußen. Herr Berger ist schon in der Box. Stopper fährt noch. Stopper fährt noch. Schauen wir mal, ob sich für Franz Josef Stopper noch irgendwas ausgeht in dieser letzten Runde. Also im Sektor 1 war er schon einmal schneller, vielleicht hat er auch schon abgestellt. Warten wir mal auf eine Zeit im Sektor 2. Die meisten kommen gleich so rein in die Box. Die beiden Alphas auch eingebogen in die Boxen. Ja, die Piloten sehen ja das auf der Uhr. Wenn du das dann nicht wirklich merkst, dass du in dieser letzten Runde noch richtig schnell bist, dann lassen wir uns schon bleiben. Ich fahrs gleich rein. So, Stopper, absolute Sektor-Bestheit im Sektor 2. Wird das noch einmal die Attacke auf Pappberger? Franz Josef Stopper, hier der Steiermark zu Hause. So, und? Geht sich nicht aus. Hat den Rückstand noch auf 9 Zehntel reduziert. Aber mit 1,52, 6,30 bleibt er auf Rang 2. Damit Pappberger auf der Pole-Position, Stopper 2. Der Mark Holm dritter, Elmar Eifert auf Rang 4. Jetzt warten wir noch auf den Michael Steffny. Ob der, hier, nein, nein, der kommt schon in die Box rein. Der bleibt also fünfter, weil Franz Leitner kommt ebenfalls in die Box. Auf Rang 6 liegen sind der Thomas Lehner, 8. Klaus Holzinger, 9. Peter Pöschl, 10. Günther Stephan. Peter Jeitner belegt den 11. Platz. Werner Kroscher ist 12. Der fällt uns schon wieder, der Werner. 13. Wolfgang Kriegl, 14. Thomas Kaiser, 15. Herbie Senn, 16. Bernhard Deutsch, 17. Peter Lüthi. Raufrang 18 mit keiner gewerteten Rundenzeit. Der hat sein Auto gleich abstellen müssen. Andreas Wechselberger. Also das ist das Ergebnis aus diesem Qualifying. Wir machen jetzt gleich weiter, aber jetzt wirklich, gell? Weil zuerst habe ich es schon angekündigt mit der Formel Historik und der Formel Renault gemeinsam. In dem Qualifying wird relativ viel los sein. Die Rennen sind dann getrennt, aber das Qualifying fährt man bei den Einbäumen noch gemeinsam. Die Einbäume sind nicht nur Formel Autos, es sind auch ein paar Sportprototypen dabei. Beispielsweise der Wolf GP8. Also wir haben nicht nur Formel Autos, wir haben auch einige Sportprototypen dabei. Da müssen wir allerdings aufpassen bei den Sportprototypen. Wir werden auch bei den historischen über drei Liter dann noch einen Sportwagen sehen. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, warum der bei den Turnwagen mitfahren darf und nicht bei den Formel Autos. Da haben wir die Karin Renner groß im Bild. neben ihr der Michael Fischer. Karin Renner, die eine Zeit lang nicht im Histocup unterwegs war, jetzt wieder dabei ist und, ja, ich sage mal, in Ungarn vielleicht noch Eingemühlungsprobleme hatte, aber in Brünn sich eigentlich ganz wacke schon geschlagen hat, gestern ein bisschen ein Problem gehabt hat, das möchte ich gar nicht ihr so sehr zuschreiben, hinter dem Safety Car, da ist das Auto plötzlich stehend gegen den Berg auf, konnte dann wieder in Gang gebracht werden, konnte die Rennen weiterfahren, hat natürlich einiges an Positionen verloren. Michael Fischer, vorige Woche noch am Nürburgring in einem BMW M240, glaube ich, unterwegs gewesen. Jetzt wieder im Formel Auto, hier vor einigen Jahren haben wir den Pulting auch schon beim ADAC GT Masters unterwegs gewesen, also der Bursche kann schon ein bisschen reinfahren, kann sich die ganzen Aufkleber am Helm, das sind von den verschiedenen Veranstaltern immer die Aufkleber, dass der Helm wirklich dem Reglement entspricht und da biegt jeder dann seinen Pickel drauf und wenn wir das oben wickeln lassen, dann kriegt man offenbar nichts mehr mit, was da drunter für ein Design wäre. So, die Pox Ampel Gründer fährt der reine Sampel durchs Bild, der fährt nicht mit beim Formelrennen mit seinem Rollstuhl, obwohl da auch die Räder frei wären, der fährt dann mit seinem KTM GTX wieder mit. Pardin Renner wird da hinausgeschoben, schauen Sie, da ist relativ viel los momentan, wird ein Qualifying, das wir dann erst am Nachmittag ein bisschen auftröseln müssen, weil wir da dann wirklich schauen müssen, wie wir, wer in welcher Klasse und in welchem Rennen dann mitfahrt, die Formel Youngtimer, Formel Renault in einem Rennen, die wirklich historischen Formel Autos in einem anderen Rennen, je nachdem, wer ist wo eingestuft. Das Qualifying fahren sie alle gemeinsam, das Rennen fahren sie dann getrennt, und daher schwierig, momentan auszumachen, wer wo ist, wir konzentrieren uns drauf, wer einfach der Schnellste ist, egal in welcher Klasse, in welcher Wertung er unterwegs ist, wir schauen einfach einmal, wer wo liegt. Wird jetzt ca. 4 Minuten dauern, dann wissen wir es. Sie sehen im Live-Team jetzt Kurve 3, also da sind wirklich Formel Autos dabei, aus dem Ende der 60er Jahre. Wann er rausgefahren ist, schauen wir einmal, ob ich ihn auf der Listen finde. Matzinger mit dem Holz, BB8, schauen wir mal, ob ich Matz und Berger, da habe ich momentan einen Lola dastehen, also keinen der beiden, die haben zwei Formel 1 Autos. Jetzt denken sie so, boah, Formel 1, naja, ja, für den nichtkundigen, nicht so leicht erkennbar, sind zwei Formel 1 Autos aus Anfang der 50er Jahre, sind zwei Cooper, und ich bin mir jetzt nicht sicher, es ist nur die 210 draus, und ich glaube, oh ja, Matz und Berger ist draußen unterwegs, schauen Sie auf das Auto mit der Startnummer 18. Startnummer 18, freistehende Räder, eine richtige Badewanne von Auto noch, und das ist ein Formel 1 Auto aus 1951. So, klar, letztens einmal diskutiert, habe ich gesagt, also das stangert bei mir im Wohnzimmer, wo der Jettowog startet, ich würde mich keinen Meter zu fahren trauen damit, nämlich nicht, weil es unsicher wäre im Vergleich zur Technik der heutigen Tage, sondern einfach, weil man ewig leidtrum wäre, dass irgendwas kaputt gehen könnte. Thomas Matzelberger und Ingo Strolz haben jeweils so ein Auto, und die haben kein Problem damit, das zu bewegen. Ui, der verbremst sich schon mal einer. Adam Kovac, glaube ich, war das. Da haben wir Dominik Markholm im Bild, hoffentlich, ja, bremst er jetzt nicht so früh wie zuvor mit dem Turnwagen, das war nicht so tragisch, da passiert nichts. Da haben wir ja gesagt, umgekehrt, mit dem Turnwagen, so spät bremst man mit dem Formelauto, das geht nicht. Da haben sie den Lola von Ingo Strolz im Bild, der, ja, es sind zwei Lolas jetzt im Bild gewesen, nämlich da, ja, Lola T210 von Ingo Strolz und der Lola T67, das Formelauto daneben von Lothar Oberlaber. Lola, ja, ein bekannter Hersteller von Sportwegen, dann auch Formelautos, sehr viele hergestellt. Damals in den 80er Jahren, glaube ich, war das mit Ford noch in die Formel 1 eingestiegen, als Ford-Werksteam. Also da hat man jahrzehntelange Erfahrung im Motorsport. Karin Renner ist dann viel. So, Adam Kovac, im Moment der Schnellste. Kann aber sein, dass sich das relativ rasch wieder ändert. Wie gesagt, das ist einmal die Momentaufnahme noch nicht einmal fünf Minuten. das kleinste Auto gefällt mir momentan auch ganz am Ende der Wertung. Das ist der Robert Waschack mit dem Ausdruck V, Formel V. Ein vom Porsche Salzburg aufgebautes Auto aus 1968. muss auch noch Profil-Reifen fahren. Es gibt auch ein relativ strenges Reglement, dass einige der Fahrzeuge noch mit Profil-Reifen unterwegs sind. Beispielsweise auch der Franz Zierhofer mit seinem Formel Ford. Der muss auch noch Profil-Reifen fahren, weil das damals so war. Da haben wir wieder den Ingo Strolz mit seinem Lola T210. Wir haben noch einen Lola draußen in einem Sportwagen und zwar in gelb mit der Nummer 49 Markus Deutsch. Da ist der nächste Lola, ganz leichter Verbremser, deswegen auch später eingelenkt. Das war der Lothar Oberlaber, der fährt den Lola T67. Und da haben wir den Michael Fischer. Dominik Markholm mittlerweile der schnellste mit 1,36, 2,62. Adam Kovac Zweiter, Michael Fischer Dritter, Michael Küffer auf Rang 4, aber das sind natürlich die Formel Renault. Die sind um einiges schneller als die einiges schneller als natürlich die historischen Formelfahrzeuge, die sind ja auch deutlich jünger, da ist auch aerodynamisch schon sehr viel anders. Also wenn wir jetzt vergleichen, wo ist Marzlberger mit dem Formel 1 aus 1951 als 24. momentan, da kann man natürlich dann leicht sagen, hey, ich habe sogar Formel 1 geschlagen, ja, da können wir mal ganz kurz nachschauen, wer eigentlich ja, da 72 Jahre Unterschied wegrechnen kann, dann schaut die Sache natürlich wieder ganz anders an. Wobei die Formel Renault auch nicht die neuesten sind, das sind Autos bis, glaube ich, 2018, ist natürlich im Moment eine relativ günstige Art, sich, ja, praktisch so fünf, sechsjährige, siebenjährige Formel Renault zu kaufen, die sind in den Formel Renault Nachwuchsmeisterschaften so gesehen nicht mehr konkurrenzfähig, da gibt es schon wieder moderneres. Hier im Histo Cup sind sie natürlich eine eigene Liga, wie gesagt, man fährt auch nur das Qualifying hier gemeinsam mit den historischen Formelfahrzeugen, die Rennen finden heute die Trends statt. Die Formel Historik wird um 13 Uhr starten, die Formel Renault um 14 Uhr 10, also da teilt man dieses Feld schon, da haben wir eine gelbe Flagge, ist das Matuschek, glaube ich, naja, 16, Matuschek, na, Kapmeier, Entschuldigung, Leonhard Kapmeier, Leonhard Kapmeier, ja, Matuschek, mittlerweile die 108er Auto, ja, je nachdem, wo sie eingeteilt sind, werden dann die Nummern immer vergeben, und Kapmeier, mit dem Talara F300, ja, quasi als Gaststarter, wird beim historischen Feld mitfahren, hat sich da gedreht, im Bereich Kurve 3, Fahrt wieder aufgenommen, ist schon wieder unterwegs, nichts Tragisches passiert, mit, da, Raschhofer Albrecht, der Jadesport 2000, im Bild gewesen, Kurve 3, den ganzen Orangen, das ist ein Prototyp, liegen momentan auf Rang 30, Roman Pöllinger, im Bild, Roman, unheimlich netter Kerl, nur ab und zu in der ersten Runde, glaube ich, wird ihm der Helm zu schmal, damit das Messer noch zwischen die Zähne passt, da immer wieder dann Aktionen, Rommetrauf Rang, 17, Roman Pöllinger mit 1, 41, 7, 91, ist natürlich schwer, jetzt eine wirklich freie Runde zu erwischen, jetzt eine Runde zu erwischen, wir haben schon wieder gelb, im Bereich Kurve 3, ich sehe aber noch nicht genau, warum, gelb ist schon wieder weg, da dürfte der Nächste irgendein Problemkopf kommen, mit der Vortrichtung, oder einmal kurz die Rallye Crossbow, jetzt haben wir das Formel 1 Auto im Bild gehabt, kurz, in weiß, da vorne fährt er noch raus, fährt jetzt in die Kurve 5 hinein, während Gapmeier an der Huber Motorsportbox ist, klasse, die Lagierung vom Auto auch der Strecke entsprechend, ob diese zu sein, so, Mark Holm, erster, 1, 34, 6, 47, zweiter Adam Kovac, dritter Michael Fischer, vierter Michael Küffer, fünfter Alexander Fritz, sechster Karl-Heinz Marzinger, Nikolaj Park-F-Aufrang 7, Peter Beckeri 8er, Leopold Matuschek 9er und 10er Martin-Johan Kostal, da war das, ja, Formel 1 Feeling in Kurve 1, Niki Lauda Kurve, Nummer 18, Thomas Marzlberger, ganz in weiß, aufpassen, ja, 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 ist natürlich, auch wenn du Formel 1 Auto fährst, aber es ist halt aus den 50er Jahren, du musst halt dann doch den anderen Autos, die, ja, deutlich jünger sind als deines, irgendwo Platz machen. So, wo ist Marzlberger im Moment auf Rang 24, nach wie vor 1,50, 2,49, seine schnellste Zeit, während Karl-Heinz Marzinger im Wolf GB08 in die Box hereingekommen ist, das ist ein Sportwagen, der schon ein bisschen ein moderneres Design aufweist. Dominik Markholm, ja, Fliegenflage bei Mark Holm anscheinend, ja, momentan Pole Position, Vorsprung allerdings auf Kovac nur unter Anführungszeichen 27,00. Das könnte eng werden. Wenn es die Spiegel noch einmal anders eingestellt, ja, vielleicht die Aufwärmung dafür, was der sonst einen Spiegel nach hinten braucht, der ist eh immer, der muss ja nur nach vorne schauen, dass er niemanden übernimmt. Mark Holm in der Box, Marzinger in der Box, dann haben alle anderen derzeit draußen unterwegs. Falk-Schwarze kommt jetzt auch noch in die Box. Der fährt ebenfalls einen Formel Renault. Der Periode 2, auch hier haben wir bereits Unterschiede. Warum ist das so? Die einen schalten noch praktisch, ja, mit Haarschaltung, die anderen, ich wollte schon sagen mit Schaltstock, die anderen schalten bereits mit Schaltbettles. Also da gibt es einige Unterschiede, auch aerodynamisch, auch motorisch gibt es einige Unterschiede. Darum sieht die Formel Renault noch einmal unterteilt in Periode 1 und Periode 2. Da ist einiges los draußen gerade. 34 Autos haben ja ein bisschen Fleh und Adam Kovac. Neue Pole Position. Adam Kovac. 1,34, 4,30, aber nicht lang, weil da kommt Michael Fischer. 1,34, 1,59. Das heißt, du brauchst es wirklich, wenn du rausgehst und der Dominik Mark Holm ist noch in der Box, hat noch 6,5 Minuten Zeit. Du brauchst es nicht, nur eine schnelle, sondern du brauchst sondern eine freie Runde. Also es liegt nicht nur an dir, dass du jetzt wirklich noch da Pole Position fahren kannst. Momentan Michael Fischer auf der Pole. Adam Kovac, 2. Dominik Mark Holm, 3. Michael Küffer auf Rang 4. Dem ist es von den bisher gefahrenen Zeiten nicht zuzutrauen, dass er da noch vorne mitmacht im Kampf um die Pole Position. Zwischen Fischer und Kovac, 27,00 Abstand. Zwischen Kovac und Mark Holm, 21,00 Abstand. Da haben wir Michael Fischer im Bild. Marc Holm wieder hinausgefahren, der will es jetzt nur einmal wissen, ist klar. Es sind da schon 1, 2, 3, 4 Autos in der Box, also der Verkehr draußen. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht erwischt er die richtige Lücke, damit er eben hier noch einmal die Pole angreifen kann. Was fällt ihm? Auf die Pole Position Zeit von Fischer fehlt ihm 48,00, oder 48,00, also eine halbe Sekunde fällt ihm auf die Pole Zeit von Michael Fischer. Fischer diese Runde nicht schneller geworden. Während Alexander Fritz auf Rang 6 liegend aus dem Auto aufsteigt, damit sein Qualifying beendet. Jetzt geht es nicht mehr aus, einsteigen, anschnallen und rausfahren und noch eine freie Runde erwischen. Wird sich nicht mehr ausgehen. Das heißt, Alexander Fritz beendet sein Qualifying im Moment auf Rang 6. Was hat er? Vorsprung auf Pöllinger, zwölfhundertstel nur, der könnte ihn noch abfangen. Der fährt nämlich gerade eine persönliche Sektor-Bestzeit im Sektor 1. Dann Pecari dahinter, dem fehlen auch nur einundzwanzigtausendstel auf Pöllinger. Also dieser sechste Platz von Fritz ist eh schon geschichtet, denn mittlerweile ist Josef Brandstetter sechster, Martin-Johann-Kosthal siebter und Alexander Fritz auf Rang 8. So, Kovac in der Box herieren, für den wird es jetzt gewesen sein. Dominik Markholm, absolute Sektor-Bestzeit im Sektor 1. 1, 34, 1, 59 ist die Zeit von Michael Fischer, die ist zu schlagen für die Ballposition. Absolutes Sektor-Bestzeit im Sektor 2 für Dominik Markholm. Jetzt bin ich gespannt. Pöllinger verbessert sich von der Rundenzeit her, bleibt aber auf Rang 9 im Moment. Markholm Zweiter, der dritte Sektor hat nicht gepasst, 1, 34, 3, 14 Rückstand auf Fischer, 15 Hundertstel Sekunden, Fischer kommt in die Box herein. Ja, Markholm, zwei Runden hätte er noch, um sich zu verbessern. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Auto zwei Gewaltrunden mit durchsteht. Falk Schwarze wird da nach vorgeschoben zu seiner Box. Wo liegt der Falk im Moment auf Rang 21 insgesamt? Fischer in der Box, Kovac in der Box, die brauchen jetzt nicht mehr rausfahren, das ist jetzt erledigt. Naja, mit dem Formelauto gegangen es vielleicht jetzt ganz knapp noch. Dominik Markholm draußen unterwegs. Platz zwei ist gegangen. Mehr nicht im Moment, aber aufpassen, absolute Sektor-Bestzeit. im Sektor 2 neuerlich. Während Matzlberger in die Box hereinkommt, schauen wir mal, wo liegt der Aufrang 18. Marcolen-Poll-Position, 1,32,9,57. Da hat er dem Michael Fischer 1,2 Sekunden aufgebrannt, eine perfekte Runde hingekriegt. 1,32,9,57 für Dominik Markholm. Michi Fischer zweiter, Aram Kovac auf Rang 3. für Fischer und Kovac das Qualifying vorbei. Genauso für Peter Beckeri und Alexander Fritz. Karl-Heinz Matzinger auch schon. Herrinnen in der Box Otto Flum und Christian Mindelsberger sowie Ingo Strolz, Falk Sparzi und Leonhard Kappmeyer. Thomas Matzlberger Herrinnen in der Box schon Günter Sturm, Peter Hinderer. Also jetzt natürlich draußen deutlich weniger Betrieb. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn man jetzt draußen wäre. Markholm im Sektor 1 noch einmal eine absolute Sektor-Bestzeit aufgestellt. Dafür ist es im Sektor 2 nicht. Ich glaube der Dominik dreht ab. Ja, im Vergleich der Rundenzeiten glaube ich der oder es ist ein Cooldown-Lap aber es geht sich nicht aus. Die Flagge wird rauskommen bevor er hier bis der Ziel vorbeikommt, oder? Nein, geht sich noch aus. Eine Sekunde. Das war gut gerecht. Und jetzt nochmal richtig auch rauchen. Hat sich auch noch verbessert, obwohl er im Sektor 2 nicht mehr schneller wurde. Auf 1, 1,32 5,75 1,32 5,75 1,6 Sekunden fast der Vorsprung auf Michael Fischer für Dominik Markholm. Markholm im ersten Sektor ist der Erste der unter 24 Sekunden fährt. 23,6 wieder absolute Sektor-Bestzeit. 2,32 3,32 1,33 2,3 2,3 3,4 1,34 2,3 Jetzt warten wir. Kommt er in die Box rein oder verbessert er die Pullzeit noch einmal? Nein, nein, probiert es noch einmal. Dominik Markholm. 1,32, 5,75. Schaut auf die Pullzeit noch einmal ein kleines Stück. Nein, nein, bleibt es nicht. Die Runde war nur eine 1,33, 2,42. Da habe ich schneller geschaut, als der Monitor umgeschaltet hat. Und er bleibt auf seiner 1,32, 5,75. Dominik Markholm, also auf der Pullposition. Qualifying ist beendet. Markus Fischer auf Rang 2. Adam Kovac auf dem dritten Platz. Vierter Michael Küffer, fünfter Josef Brandstetter. Markus Leidinger auf Rang 6. Dann sind der Peter Beckeri. Ist also schnellster bei den historischen. Achter Jürgen Berger. Neunter Thomas Hoffmann. Zehnter der Martin-Johann-Kostal. Elfter Roman Pöllinger. Zwölfter Alexander Fritz. Dreizehnter Leopold Matuschek. Norbert Lenzweger auf Rang 14. Fünfzehnter Karl-Heinz Marzinger. Nikolaj Takev auf Rang 16. Siebzehnter Karl Neumeyer. Achtzehnter Otto Froben. Christian Mindischberger auf der 19. Zwanzigster Falk Schwarzer. Leonhard Gappmeier auf Rang 22. 23. Karin Renner. 24. Lothar Oberlauer. 25. Markus Deutsch. Thomas Marzelberger auf Rang 26. 27. Raschhofer oder Albrecht. Wer immer auch am Steuer gesessen ist. 28. Heiko Werner. 29. Günter Sturm. Peter Hinderer liegt auf Rang 30. 31. Franz Benczak. Franz Zierhofer belegt lang 32. Günter Ledl 33. Robert Waschak auf dem 34. Platz. Das war es im Großen und Groben jetzt einmal vom Qualifying der Historischen. Wie gesagt, waren 34 Autos draußen. Die Rennen werden allerdings geteilt. Die Historischen gleich einmal um 13 Uhr. Dann die Formel Renault noch einmal um 14.10 Uhr. Wir machen jetzt weiter mit dem Qualifying Histo Cup Anhang K und Spezial-Tourenwagen über drei Liter Hubraum gemeinsam mit dem Porsche Classic Cup. Es gibt ja im Rahmen des Histo Cups auch einen eigenen Porsche Classic Cup für die Herrschaften, die eben als der Porsche alten Pokal zerfallen ist, eine Möglichkeit gesucht haben, weiterzufahren. Und die hat man heute im Histo Cup geschaffen, indem man den Porsche Classic Cup da mitfahren lässt. Bei den Historischen werden extra gewertet. Sind aber in einem Feld mit den anderen historischen Fahrzeugen über drei Liter Hubraum. Wir erwarten jetzt dieses Training. Wie gesagt, es wird noch einmal laut über drei Liter Hubraum. Das heißt, da sind jetzt dann die großen Army-Bomber auch mit dabei, die V8. Also wenn Sie Kinder mithaben, bitte Gehörschutz verwenden. Wir wollen ja nicht, dass die Kinder dann irgendwann nicht mehr auf die Rennstrecke wollen. Von daher also bitte Gehörschutz verwenden für die Kinder, wenn Sie welche mithaben. Histo Cup über drei Liter Hubraum, die historischen, nach Anhang K und Spezial-Tourenwagen-Regelma. Auch da wird der Fuhrpark, sagen wir mal unter Anführungszeichen, moderner. Er bleibt mathematisch gesehen ja eh gleich alt, aber wir werden halt leider Gottes ein bisschen älter. Und damit die Autos in unserer Erinnerung jünger als das, was wir erlebt haben, noch vor einigen Jahren im Histo Cup. Ja, weil das ganz edle Altblech nicht mehr so gerne zum Rennfahren ausgeführt wird. So, Boxample ist grün. So, Boxample ist grün. So, die Herrschaften sind schon draußen. Im Bild bei Anfang auf Kurve 4 haben Sie unter anderem den Remus Capri Turbo von Erich Petrakovic, der da ganz toll nachgebaut wurde, den, ich sage jetzt einmal, originalen aus der deutschen Rennsportmeisterschaft aus den 70er Jahren. Erich Petrakovic, der selbst Rennstreckebetreiber in der Steiermark am anderen End, sagen wir mal so, in Greinbach, PS Racing Center. Und wenn Sie dem Histo Cup nicht nachfahren wollen nach Rijeka, wenn wir trotzdem Motorsport genießen wollen, am 17. Juni gäbe es ein BMW-Treffen im PS Racing Center in Greinbach. Ja, dann kann man dort noch immer hinfahren, wenn man sonst nichts hat. Bevor wir jetzt dann sagen, okay, fahre ich nach Rijeka, dann schauen wir den Histo Cup an, fahre ich dann eventuell nach Greinbach und schauen wir ein paar BMWs an. Der 17. Juni in Greinbach, wie gesagt, da ist er, während die Ersten schon unterwegs sind in Richtung ihrer Fliegendrunden. Also bei mir da vorbeigefetzt bei der Sprecherkabine unter anderem der Walter Hoffmann, der mit dem LMP MC1 da unterwegs ist, mit dem Sportwagen. Dieses Geschoss ist von den Homologationspapieren her irgendwo am Planetenstraßen zulassungsfähig gewesen und daher auch homologiert, nämlich wie damals ein Turnwagen. Muss man jetzt aufpassen. Ui, Robert Kubland, der ist erst am Wornfang, glaube ich. Muss man aufpassen. Der McLaren, wie gesagt, wenn der bei Ihnen bei der Tribüne da oben vorbeifliegt, na, das passt so, der gehört daher. Diese Autos hatten wo immer auch die Möglichkeit einer Straßenzulassung in den 60er, 70er Jahren, also diejenigen, die sich ein bisschen mit österreichischer Motorsportgeschichte auseinandersetzen, die kennen das vielleicht noch, dass man die Porsche 917 alle mit Salzburger Kennzeichen bei Porsche aufgestellt hat, als die 4 vorbeikamen, um die Homologation abzunehmen. Da mussten 20, ich glaube 20, wenn es, nageln Sie mich bitte nicht fest, mussten, glaube ich, 20 Autos straßenzulassungsfähig sein, damit man praktisch damals in der Sportwagen-Weltmeisterschaft mitfahren durfte und ja, da hat es eben dann diese Blüten getrieben. Ja, so ist es, würden Sie heute einen Hybrid-Toyota aus Le Mans mit Straßenzulassungsfähig erklären. Da haben wir die Cobra von Udo Rinhof, gestern erfolgreich unterwegs gewesen, der Geschäftsführer von Herz Österreich und Herz Slowenien. Wenn das Auto bei Ihnen vorbeifährt, werden Sie es deutlich erkennen. Sogar jetzt am Bildschirm. Das ist das Auto, das vor Jahren hier am Red Bullding der Heinz-Kinigarten einmal so lange gewählt hat, bis es mit Kuppel und Schatten gesagt hat, ich mag nimmer mehr. David Kulthard und der Raimund Baumschlager, glaube ich, waren da auch noch mit dabei. Wo der Übeltäter war, angeblich der Heinz-Kinigarten. Manfred Niederhof, da noch vorne im Bild im schwarz-grünen Porsche. Da haben wir David Pletschwa und da den Ford Capri von Erich Betran. Rinhof, der gestern Zweiter wurde, für ihn war es ein Rennsieg, weil er sagt, der so nett der Walter Hoffmann ist, aber sein Auto, gegen das kannst du keine Chance haben. Da müsste der Walter schon gewaltig was falsch machen, dass du den schlagen kannst. Aber gegen das Auto kannst du keine Chance haben. Walter Hoffmann im LMP, kein M1C. Also dieses Auto, wirklich, ja, aus einer Epoche, dass man auf der ersten Post noch sehr vieles durfte, versuchen wir es bis heute. Und die Zulassungsstelle wird in den Amtssatz gratis rufen. So, Walter Hoffmann, 1-360-26. Also da haben wir ein Bild, an dem wir, insofern nicht die Technik, irgendwann in drei Stich keinen Weg vorbeiführen. Erich Betrackowitsch momentan Zweiter, Markus Bereuter Dritter, nein, jetzt Udo Rindhoff Dritter, Markus Bereuter Vierter, Wolfgang Schaching auf Fünfter, Astrid Witzer die Sechste, Kone Zissa auf Rang 7. 1-36-0-28, momentan die Polzeit. Dann kommt Beat Dubler. Wir fahren einmal auf 9. Astrid Witzerny auf die 8 zurückgefallen, von David Petzwa in diesem Moment überholt. Mit dem hat sie sich ja in Ungarn, speziell im Regen, schon zwei Matches geliefert. Ein Ford-Duell, das unterschiedlicher nicht sein könnte, der Sierra RS Cosworth von David Petzwa und ein Ford-Mustang von Astrid Witzerny. Wir haben gelbe Flagge im Bereich Kurve 1, da steht ein Auto draußen. Bin mir noch nicht sicher, wer das ist, eventuell. Also, Kurve 1, ja, gerade hinausgerollt, da wird er dort nicht allzu sehr im Weg steht, aber er hat es nicht ganz hingeschafft. Bis in den Notausgang hinein wird er jetzt rasch geborgen. Wie gesagt, gelbe Flaggen auf Startziel. In Richtung Kurve 1. Damit im Moment keine großartigen Zeitenverbesserungen ermöglichen. Ja, da war Tony Zisser mit dem 944er Turbo. Fehlt mir. Nein, nein, der ist da. Tony Zisser ist da. Ich glaube, wer das sein könnte. Momentan schwer zu sagen. Wie gesagt, ich kann nur auf die Streckkamera schauen, da ist das Bild in einem relativ weiten Winkel. Ah, der Schösswender, der Schösswender 944, könnte das sein. Da wird immer geheim gehalten, wer gerade, zudem gegenüber der Zeitnahme, wer gerade am Steuer sitzt, ob der Thomas oder der Josef. Wie im Livestream-Bild den Manfred Niederhof haben. Wo ist der Manfred im Moment? Auf Rang 5. Rang 5 mit 144, 811. Da beert Gugler, neuer Zweiter. Na, Udo Rienhof, soeben, neuer Zweiter. Beert Gugler, dritter. Markus B. Reuter, vierter. Also es fängt über dieses V8-Konzert an. Roger Polliger fehlt mir noch. Für B. Reuter, vierter. Petrakovic, fünfter. Niederhof, sechster. Petsch war auf Rang 7. Achter Tony Zisser. Neunter Wolfgang Schachinger. Zehnte Astrid Witzerny. Thomas Schleret auf dem elften Platz. Zwölfter Swenpot. Als 13. Hier am Display bei mir Schösswender geführt. Während wir im Livestream kurz mit Walter Hoffmann und seinen Can-M LMP1 vorbeischauen. LMP-M1C. Walter Hoffmann, Klavierhändler. Also der kann sicher Klavier spielen, aber im Rennauto ein Virtuose. Da war Beert Gugler im Bild Anfahrt auf Kurve 4. im Dodge Challenger. Oder David Petsch war. Vor einigen Jahren Anhang K Gesamtsieger. Also auch schon einmal die große goldene Ananas mit heimgetragen. Der hat auch mit dem Sierra Cosworth Anhang K. Da waren das nur noch alte Autos für uns. Mittlerweile sind das Autos aus, naja, immer mehr nur unserer Jugend, sondern auch aus der frühen Erwachsenenzeit. So, Schachinger, Vizerni, Pott in der Box herinnen. Während Gugler weiterhin Dritter bleibt, obwohl er sich zeitmäßig verbessert hat, aber an Rinhof nicht herankommen konnte im Moment. Das ist die Schachinger Corvette. Wolfgang Schachinger im Moment auf Gesamtrang 10. Weiterhin mit Gugler unterwegs, der allerdings in dieser Runde jetzt abgestellt hat, während Petsch war in die Box hereinkommt. Draußen momentan nicht so viel los. Viele Autos in der Box, also im Vergleich ist, in der Relation, zu dem, was wir nicht genannt haben. Dafür wird es an die wieder hinausgefahren. Betrakowitsch fährt ins Fahrerlager nach hinten. Genauso wie auch Stefan Roth. Und Udo Rinhof probiert es, glaube ich, noch einmal. Sechseinhalb Minuten geht es noch. Die Kobra. Schauen wir mal, Rinhof, was hat er für einen Rückstand? 3,9 Sekunden. Er selber hat mir gestern schon gesagt, gegen den Sportwagen von Walter Hoffmann kannst du keine Chance haben. Alle anderen möchte ich schon schlagen. Das ist ihm gestern auch gelungen im Rennen. Und schaut erst im Qualifying gar nicht so schlecht aus für ihn. Wobei mir der Roger Polliger fehlt. Da hätte er einen mehr gehabt, den er schlagen müsste. Ich weiß noch nicht, was bei Polliger genau los war. Die Reuter bleibt nach wie vor auf Rang 4. 1,40, 2,80, seine schnellste Runde. Wir fahren mit der Kobra mit. Da haben wir Sascha Mietitsch im Bild. Und hinter ihm der Toni Zisser. Da muss man mal aufpassen, das ist der Niederhof Porsche. Bei den beiden grünen Porsche, wenn die so geschwind im Bild auftauchen, muss man mal schauen, ob man irgendwas findet, an dem man sich unterscheiden kann. Der Niederhof Porsche, der hat ein bisschen schwarz auch mit dabei bei den Farben. Beim Niederhof Porsche nicht so. Das ist aber ein bisschen schwarz. Das ist aber ein bisschen schwarz. Das ist aber ein bisschen schwarz. Das verbessert sich von der Zeit her, bleibt aber auf Rang 10. Da haben wir ihn. Wie ein Zisser in die Box hereinkommt. Wir fahren mit Sascha Mittig. Das hat mich jetzt klasse, der hat eine freie Runde, da kann er noch mal so richtig nachlegen. Berend Kubler auch noch einmal angreift, sich nicht verbessert in dieser Runde, das war die Outlap, glaube ich. Aber jetzt attackieren wir noch mal, schauen wir mal, was bei Rindhoff geht. Rindhoff sollte jetzt vorbeikommen. Nein, noch nicht. Da war er schon um 1,8 Sekunden, 1,7 Sekunden schneller. Während Mittig im Mittelsektor eine persönliche Sektor-Bestzeit aufstellt. Wurde gerade von Astrid Witzerli hier überholt, die hat ihre Runde schon beendet. Da haben wir die Astrid. Hätte ihn leicht raushängen lassen im Mustang, den gestern der Herr Papa getrieben hat, der Gerhard. So, Mittig, auf die 8 nach vor gefahren. Sascha Mittig, 8er. Damit die beiden grünen 9-11er nebeneinander im Moment in der 4. Startreihe. Manfred Ninderhof und Sascha Mittig, die würden, wenn es so bleibt, nebeneinander starten. Walter Hoffmann wird nicht mehr rausgehen. Ich sehe aber auch niemanden, der ihm seine Pole Position noch wegnehmen könnte. Wir fahren mit Thomas Schleiret, der ist auf Rang 6 im Moment. Schleiret, Sechster, 1,53, 8,75 stehen da auf der Liste für ihn. Während Kubler nach wie vor versucht und sich immer weiter herunterhandelt. Mittlerweile vor der 1,39, 3,39. Da fehlen aber noch 6,5 Zehntel auf Platz 2 von Udo Rindhoff. Rindhoff, der diese Runde doch um, ja, 3,5 Sekunden langsam erfuhr. Als seine schnellste Zeit. Da haben wir Markus Bereuter im Bild. So, eine Minute geht es noch. Wenn sich da irgendjemand es verbessern will, dann ist jetzt die letzte Chance dafür. Also alles, was jetzt draußen ist oder alles, was jetzt innerhalb der nächsten 40 Sekunden hier bei Startziel vorbeikommt. So wie mit ist es gerade im Moment. Verbessert seine Rundenzeit nicht die Position. 1,45, 9. Damit fehlen ihm auf Niederhof 1,4 Sekunden. Nach wie vor die beiden grünen Porsche auf Platz 7 und 8. Vorhin auf der sechsten Position der rote Porsche von Thomas Schleiret. Die Räuter probiert es noch einmal. Ja, wie gesagt, die hat es rechtzeitig erwischt. So, Flagge müsste jetzt hinausgehen. Ab jetzt ist das Qualifying zeitmäßig zu Ende. Also wer jetzt noch unterwegs ist, darf seine Runde natürlich fertig fahren. Hier hat Gubler offensichtlich schon Richtung Box abgebogen. Wolfgang Schachinger fährt ebenfalls in die Box hinein. Udo Rinhof kommt auch in die Box. Während die Astrid Vizani noch einmal versucht hat, sich zu verbessern, ist nicht gegangen in dieser Runde. Was macht Mietic? Bleibt auf Rang 8. Hat sich zwar noch einmal verbessert, seinen Rückstand auf Niederhof auf 65 Hundertstel reduziert. Nutzt ihm aber nichts, bleibt trotzdem 8er. Jetzt warten wir noch auf Gerhard Knecht. Der sollte innerhalb der nächsten 20 Sekunden hier vorbei kommen. Und B-Reuter, der kommt jetzt. Tut sich auch nichts mehr. Auch wenn er sich noch einmal verbessert hat, Rückstand auf 82 Hundertstel reduziert gegenüber Beat Gubler. 1,40, 1,66. So, da ist Knecht. Und jetzt haben wir sich alle im Ziel herinnen. Und dann schauen wir mal. Platz Nummer 1 erwartungsgemäß geht an Walter Hoffmann mit dem Sportwagen. Der ist natürlich da in seiner eigenen Liga. Der wird auch in einer eigenen Klasse gewertet. Keine Frage. Udo Rinhof zweiter, Beat Gubler dritter, Markus Bireuter auf Rang 4. Erich Petrakowitsch belegt den fünften Rang. Thomas Schleiret ist sechster. Manfred Niederhof auf Rang 7. Sascha Mietic achter, David Petsch war neunter. Toni Zisser auf Rang 10. Elfte Astrid Vizani, zwölfter Wolfgang Schachinger, dreizehnter Sven Pott. Rang 14 geht an Dr. Gerhard Knecht, 15. Vater oder Sohn Schösswender, also entweder der Josef oder der Thomas, 16. Stefan Rott, 17. Bernd Matzer. Das ist das, was ich Ihnen momentan liefern kann vom Qualifying der großen historischen, bevor es jetzt gleich wieder ernst wird mit dem Qualifying der BMW 325 Challenge, des BMW Silver Cups und des Mini Cooper Cups Austria. Zur Erklärung, was ist der BMW Silver Cup? Das sind Herren, die über 50 sind und für den Motorsport so viel Geld ausgeben, dass sie kein Haarfärbemittel erwerben können. Also das sind, andere haben gesagt, die grauen Wölfe. Ich trauert mir das nie im Leben, sagen. Und von daher, also, ja, es gab auch irgendwo im Fahrerlager einen bösartigen Ausdruck Silberfüchse. Nur, also, wie gesagt, das sind also die Herren im Silver Cup, die da unterwegs sind. Ich schlüssel Ihnen das jetzt nicht großartig auf. Die Minis werden wir natürlich irgendwo extra aufführen, weil die natürlich auch optisch ganz andere Autos sind. Ansonsten lasse ich Ihnen die BMWs jetzt einmal so, wie sie sind. Silver Cup und Challenge vermischt sie eh immer mehr. Und von daher, ja, die Minis kommen jetzt erst raus. Schauen wir mal, die Minis normalerweise hier um eine Spur schneller als die BMWs. Das liegt daran, dass sie da um circa, ja, so 40 bis 60 PS mehr haben. Ist nicht überall so, der E30 war jetzt im Nachhinein betrachtet, denn der hat gelungenes Machwerk, der BMW E30, dass man zeitweise mit den E30 noch schneller ist als mit den Minis. So, ein bisschen dauert es noch. Ich schätze mal so 35 Sekunden. Dann wird die Boxampel auf grün geschalten. So, Boxampel grün für die BMW 325 Challenge. Wir schauen einmal, was sich entwickelt. Sie werden es sehen. Wenn Sie auf der Tribüne draußen sitzen, können Sie es an der Seite unterscheiden. Es gibt zwei Teams, die mit relativ identischen Fahrzeugen unterwegs sind. Das eine ist die Race Performance mit Christian Graf von Wedel und seinen beiden Söhnen Alexis und Lando. Das andere ist das Team WSS mit Tobias Fischer, Patrick Weiß und Gerhard Weiß. Die einen sind Zuckerlrosa, alle im selben Design. Die anderen sind blau mit ein bisschen einem unterschiedlichen Design. Das kann man auf einem kleinen Monitor oft nicht so gut erkennen. Bitte jetzt im Vorfeld schon Verzeihung, wenn ich mir da bei den Wedels und bei Fischer mit Vater und Sohn weiß, ein bisschen schwer tut beim Auseinanderhalten, weil es wirklich schwierig ist, die Fahrzeuge zu differenzieren. Die anderen kennt man anhand der Fahrtgebung schon ganz gut. Wenn Sie jetzt ins Bild schauen, die drei rosa BMW. Wobei der vorderste Fischer sein dürfte, die anderen beiden sind die Familie Weiß, Vater und Sohn Weiß. Wird es ein bisschen dauern, bis wir in der Aussagekräftige Zeiten liefern können. Da haben wir schnell da hinten schon die Minis. Jetzt da das vorderste Fahrzeug, der Philipp Klugner gestern überlegen gewonnen. So, los geht's. Erste fliegende Runde. Schauen wir mal, was die Herrschaften so auf dem Kasten haben. Erste fliegende Runde. Sektor bester im Sektor 1 im Moment, jetzt einmal der Tobias Fischer, im Sektor 2 momentan einmal der Richard Brethaler, aber ich glaube das wird sich auch gleich ändern, sobald Fischer und die Wedels da irgendwo mitmischen können. Ja, war zu erwarten, dass die absolute Sektorbestzeit kein BMW aufstellt, sondern ein Mini, das ist momentan der Philipp Gluckner. Sektorbestzeit im Sektor 1 ist der Philipp Gluckner. Schauen wir mal. Er wird auch relativ rasch da weit vorne sein, wenn sie die BMW Challenge kennen, haben sie gestern vielleicht gemerkt, wir haben die Minis und die BMWs dann im Rennen selber insofern getrennt, dass man eine Gruppe nach der anderen starten ließ. Man hat die Minis vorne wegfahren lassen, weil die ja quasi die Schnelleren sind und damit auch die Zweikämpfe in der BMW Challenge dann nicht mehr einfließen mit ihren Überholmanövern. Man will da alle ihr Rennen fahren lassen. Die Minis sind an diesem Wochenende, also hier auf der Rennstrecke die Schnelleren und daher hat man gestern zumindest einmal die Minis vorne wegstarten lassen. Man weiß noch nicht, wie das heute sein wird. Momentan schnellste Rundenzeit von Lando von Wedl. Oliver Park im Bild. Ja, da hat sich schon wieder einiges geändert. Die Mini ist natürlich vorne weg. Philipp Gluckner erster, Matthias Rainer Brandt er zweiter. Bei den Minis gibt es auch unterschiedliche Klassen. Da gibt es die Klasse 1 und die Klasse 2. Klasse 2 sind die, soweit ich das Mikroklub habe, älteren. Während die Klasse 1 dann die Challenge Minis sind. Da darf ein bisschen mehr verändert sein am Fahrzeug. Da gab es ja auch immer wieder Modifikationen im Laufe der Zeit. Manche wurden für den Minicub aufgebaut, manche wurden wirklich für die Rundstrecke aufgebaut. Da gibt es dann ganz andere technische Spezifikationen. Darum hat man das da bei uns dann auch ein bisschen aufgeteilt. Mini Cooper Cup oder Mini Challenge, glaube ich, was heißt Deutschland. Ja, Lando von Wedel, der will da bei den Miniswitch spielen, genauso wie Tobias Fischer. Aber ich glaube, wird der Matthias Rainer Brandt da gleich wieder was dagegen haben. Den haben sie nämlich gerade auf Platz 4 verdrängt. Schauen wir Richtung BMWs. Da ist schon Lando von Wedel, Tobi Fischer, Patrick Weiß sind da bei den BMWs, die ersten drei. Während Philipp Gluckner die Pole hat. Matthias Rainer Brandt da jetzt auf Rang 5 sogar zurückgedrängt. Bei Peter Hinderer jetzt mittlerweile Zweiter ist im Mini. Juckner gegen Hinderer, Achtzehntel der Abstand. Dann Eismann ebenfalls im Mini auf Rang 3. Und dann der schnellste BMW, Lando von Wedel vor Tobi Fischer. Der nächste BMW dann Patrick Weiß auf Gesamtrang 8. Dazwischen wieder zwei Minis. Die ersten drei Plätze an die Minis, dann zwei Plätze an die Challenge BMWs, dann wieder zwei Minis und nachher kommen die ganzen BMWs. Christoph Schmitzberger da ganz kurz im Bild gewesen auch. Als letztes Fahrzeuggrau mit roten Spiegeln, roter Stoßstange, da haben wir den Oliver Park im Bild. Wie gesagt, die Autos sonst ja eh vom Design her eher leicht zu unterscheiden. Wenn man sich ständig im Histo Cup herumtreibt. Aber bei Fischer Weiß, beziehungsweise den Wedels, du hast ja halt verdammt schwer die Autos vor einem Monitor zu unterscheiden. Wenn ich da vorstehe, geht es aber. So. Matthias Rainer Brandt da auf Platz 3 vorgefahren. Peter Hinderer verbessert sich. 48 Hundertstel momentan noch sein Rückstand auf Philipp Kluckner. Bleibt auf Rang 2 damit. Tom Eismann auf dem vierten Rang. Also vier Minis jetzt vorne. Dann vier BMWs. Dann wieder ein Mini. Allerdings ist das der Mini nach dem Gruppe N-Regelmau von Benedikt Weber. Der ist nur unter Anführungszeichen neunter. So wir sehen auch der am weitesten hinten klassierte Mini. Während wir da jetzt auf uns zurasen sehen, den Sieger von gestern, den momentanen Pollsetter, Philipp Kluckner. Verfolgt von Matthias Rainer Brandt da. Wir versuchen die Wir wissen, wie wir sehen, wie wir hier drin alten rooms conseguen. Und feita Hinderer. So, vom Auto von Alfred Piesinger, wenn uns jemand vom Team hört, Nummer 230, Alfred Piesinger, gibt es kein Transponder-Signal. Wir kriegen von der Startnummer 230 kein Transponder-Signal. Also bitte das Team von Freddy Piesinger eventuell einmal checken, wie wir transpondermäßig ausschauen. Tobi Fischer in der Box. Wie schauen wir aus bei den BMWs? Lando von Wedel, momentan der schnellste, vor Alexis von Wedel, dann Gerhard Weiß, dritter bei den BMWs, Tobi Fischer, vierter, Patrick Weiß, fünfter, wobei Gerhard Weiß wird ja in der Sieberkampfwertung geführt. Da haben wir den Alexis von Wedel. Der checkt jetzt am Handy gerade einmal seine Zeiten. Ein leichter Verbremser von Robert Warta oder von der Luca heute. Ja, ich glaube, der Robert fährt heute. Leichter Verbremser bei der Anfahrt zur Kurve 3. Wie gesagt, den muss man präzise erwischen. Da musst du genau wissen, wann du die Bremse wieder löst und einlängst. Ansonsten kommt es speziell am entlasteten rechten Vorderrad ganz leicht zur Rauchentwicklung, zum Verbremsen. Schmitzberger im Kies. Schmitzberger steckt draußen. Ausgangskurve 4, glaube ich, ist das. Ausgangskurve 4, Schmitzberger. Ja, bis zur Bodenplatte vergraben. Steckt da draußen. Rote Flagge. Das Auto muss dort geborgen werden. Da haben wir keine andere Möglichkeit. Rote Flagge. Passiert deshalb nichts, aber irgendwie müssen wir das Auto dort wegkriegen. Das Ganze sieben Minuten vor Schluss. Gut, die Strecken und das Streckensicherungsdienst, die sind auch verdammt link. Könnte sich ausgehen, dass es hier noch einmal ein kurzes Shootout gibt. Zeit für uns ins Zwischenergebnis hineinzuschauen. Ja, gemischt jetzt das Ergebnis Mini und BMW. Auf den ersten vier Plätzen sind nur Minis. Philipp Juckner, Matthias Rainer-Pranter, Peter Hinderer, Thomas Eismann. Fünfter dann, bester BMW. Lando von Wedel, sechster Alexis von Wedel, siemter, Gerhard Weiß, achter Tobi Fischer. Dann auf Rang 9 noch einmal ein Mini, Benedikt Weber. Und dann nur ein BMW ist Patrick Weiß. Auf 10, Sebastian Spiegelberger, Elfter. Zwölfter Richard Bredaler, 13, Walter Braunstein, 14, Oliver Park, 15, Karl-Heinz Würberg. Franz Leitner auf dem 16. Platz, Charlie Habenbacher, 17, Peter Hu, Peter oder Huber, wer immer drinnen sitzt. Emiliano Peter oder Hans Huber auf Rang 18, Christoph Schmitzberger, 19, 20, Walter, Walter, ja wer immer, Luca oder Robert. Das wird immer geheim gehalten, dann wird der Zeitnahme entweder nicht mitgeteilt oder sie wollen es dann immer mehr einschreiben, wie auch immer. 21, Daniel Braunstein, 22, Erich Gimmer, 23, Alfred Biesinger. Das ist der momentane Standpunkt, wie gesagt, Biesinger in der Box herinnen, vielleicht, wenn er gerade herinnen ist, in der Box, auch gleich seinen Transponder checken. Es gibt kein Transponder-Signal bei Alfred Biesinger. Apropos Transponder, weil wir gerade dabei sind und eh eine Unterbrechung haben, Achtung, Fahrerlager, Achtung, Boxenkasse. Nach Beendigung der Rennen, das trifft jetzt vor allem einmal die Klassiker-Trophäe, bitte die Transponder zurückbringen. Transponder bitte zurückbringen. Wer fertig ist mit dem Fahren an diesem Wochenende, nicht vergessen, Transponder bitte abgeben, die irgendeinen Leittransponder haben. Für Sie zu Hause, was ist ein Transponder? Das ist nichts anderes wie ein Vierecker des Kastl, das man am Auto montiert und das der Zeitnahme dann eben sagt, wenn man über die im Asphalt eingelassenen Zeitschleifen drüber fährt. Also das ist jetzt nichts von der Enterprise, sondern da wird eben einfach nur, schaut, dass man ein Messinstrument hat, das für alle gleich ist. Rote Flagge wird einmal eingezogen. Boxenkasse noch geschlossen. Ja, jetzt boxen. Boxampel grün, also es geht sich noch aus für ein Shootout. Und wer ganz flink ist, bringt vielleicht sogar zwei schnelle Runden zusammen, da muss er allerdings die Einführungsrunde auch schon mit einem Mördertempo fahren. Wie gesagt, diese Transponder, die sind die Geräte, die Zeit nehmen und ja, muss man dann oft ausborgen. Wenn man keinen eigenen hat, sind nicht ganz billig solche Zeittransponder, dann geben man sich die ausborgen. Und die sollte man bitte dann wieder zurückgeben, weil sonst kann man irgendwann einmal keine Transponder mehr. Also Transponder bitte in der Zeitnahme abgeben. Wir warten jetzt ungefähr drei bis vier Minuten und nachher gibt es vielleicht noch die eine oder andere Zeitenveränderung. Wie gesagt, Philipp Klugner momentan der Schnellste in diesem Feld, aufgeteilt auf Minis und BMW. Matthias Rainer-Pranter zweiter, dem fehlen eineinhalb Sekunden auf Klugner. Peter Hinderer auf Rang drei, Tom Eismann vierter. Dann kommen einmal die BMWs von Lando Wedel, Alexis Wedel, Gerhard Weiß, Tobias Fischer. Dann wieder ein Mini von Benedikt Weber. Und dann nur noch BMWs von Patrick Weiß, Sebastian Spiegelberger, Richard Brethaler, Walter Braunstein, Oliver Park, Karl-Heinz Rohrberg, Franz Leitner, Charlie Habenbacher, Hans Huber, Christoph Schmitzberger, Luca Warta, oder der Robert eben, Daniel Braunstein, Erich Klima und Alfred Biesinger. Eismann, Warta, die ersten, die einmal hier auf die Hatz gehen. Ja, bei 2.50 kann sich noch eine weitere Schnellrunde dann ausgehen. Also zwei schnelle Runden könnten da jetzt drinnen sein für die, die rechtzeitig hier bei Startziel vorbeikommen. Ja, das Feld in typischer Formation noch einmal hinausgegangen. Da sind alle noch der Überzeugung, dass sie sich verbessern können. Schauen Sie mal auf der Startzielgeraden, diese Perlenkette. Leitner fährt da leicht versetzt. Bin mir nicht sicher, ob das seinen Windschatten besonders dienlich ist. Ja, ja, nicht nur versetzt, sondern auch gleich hinaus. Weggedreht, geht aber schon wieder weiter. Matthias Rainer-Pranter am Blinken. Links blinken, rechts abbiegen in der Kurve 3. So kannst du Gegner täuschen. ARP-4. ARP-4. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hoffen wir Ihnen doch wieder ein interessantes Bild liefern zu können Ja, relativ starkes Feld Vorneweg werden sich natürlich die TCR breit machen, keine Frage Aber dahinter dann gibt es einige Herrschaften im Favoritenkreis wie Weiß ich nicht, sagen wir mal beispielsweise Manuel Reitberger Oder Der Dominik Klima Der Andi Rehwald sowieso Die dann eventuell da Direkt hinter den TCRs Noch ein tolles Rennen liefern Dann gibt es noch die 325er Die in der Youngtimer-Wertung Mitfahren, wie gesagt der 325er Mittlerweile so ein Altraumfahrzeug für den Histo Cup geworden Ich glaube da kann man mittlerweile alles mitfahren Außer bei der Formel Vielleicht einen Kotflügel runter schneiden Jedenfalls Ja, wir haben auch noch einige 325er im Feld Da haben wir den Karl Kölbl, den Simon Kölbl Einen habe ich noch, glaube ich, den Wolfgang Komornig Ja, das ist das gallische Dorf aus dem Waldviertel Wenn Sie auf die Tribüne rausschauen Ja, jetzt nicht Aber spätestens am Nachmittag dann Da sind einige Herrschaften im Blau gekleidet Gestern hat irgendwer dann gehässigerweise gesagt Die Waldviertler Schlimpfe Also ich kann das widerlegen im Waldviertel Ich bin dort daheim Gibt es keine Schlimpfe Von daher also Aber da werden wir dann eher am Nachmittag dann Stimmung auf der Tribüne oben haben Wir warten jetzt auf die schnellsten Zeiten Auf die ersten schnellen Zeiten, sagen wir so Ui, 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 da hat auch wieder wer Ein bisschen Mit der Bremse übertrieben Ich weiß nicht, war es der TCR davor Oder war es der BMW, der ihm nachgefolgt ist Sei es wie es sei, sowas haut ihn natürlich ein bisschen aus dem Rhythmus Nächste BMW, ja Bremsen und Einlenken geht dort oben sehr schlecht Man bleibt zu Meisters rechte Also das kurvinnere Vorderrad steht Da muss man wirklich ganz präzise arbeiten Aha, gelbe Flagge Im Bereich Kurve 5 Das ist der Opel, glaube ich, von Weberhofer Ja Das ist der Opel von Weberhofer, der fährt aber schon wieder Schauen wir mal, ob er in die Box hereinkommt oder nicht Tobias Weberhofer Hat da in der Kurve 5 offensichtlich kurz die Orientierung verloren So, der da langsamer geworden ist Der ist da nur aus Fairnessgründen langsamer geworden Das ist der Peter Nemsela, glaube ich, gewesen Mit seinem Cup Mazda MX-5 Im Rahmen der Touring, Kaop und Youngtimer Bis 3 Liter Hochraum Fährt er auch der Slowakische Mazda MX-5 Cup mit Da haben wir 5, 3 Autos diesmal dabei 3 Autos, soweit ich das richtige Bild habe Wir dürfen den Helmut Neisser Der fährt auch einen Mazda MX-5 Da nicht mitrechnen Der hat ein bisschen eine andere Konfiguration Wie gesagt, die Slowaken fahren nach dem slowakischen Reglement Es ist relativ streng, was Seriennähe betrifft So, Andi Rehwald, momentan der schnellste 1.44.6.17 Musste ja sein Auto Da haben wir ein Bild Im gelben BMW Mit dem blauen Scheinwerfer Blaue Scheinwerfer Warum das? Der Andi Ist meistens irgendwo ganz vorne im Feld zu finden Und ja, blaue Lichter im Hintergrund Erinnern vielleicht einmal Dass man vielleicht einmal schauen sollte Ob man auch eine blaue Flagge beachten sollte Und beim überrundet werden Und deswegen hat er blaue Scheinwerfer da drinnen Der Andi Rehwald Aber ich gehe mal davon aus Dass ihn die TCR noch ein bisschen ärgern werden Wir haben eine absolute Sektorpestzeit Im Sektor 2 schon von Mario Huber Er ist ein Titelverteidiger In der TCO-Klasse Bis 2 Liter Bis 2 Liter Turbo Mal gemerkt Da gibt es eine Trennung Bis 2 Liter In den Klassen Bis 2 Liter Bis 2 Liter mit Turbo Nur Huber 1,43, 4,06 Diese Runde Nichts Noch nicht schneller gewesen Als Rehwald Bleibt auf Rang 2 Quaterhofer im Cupra TCR Auf Ja, mittlerweile Rang 4 Denn Adam Franta Hat sich auf den dritten Platz vorgeschoben Ebenfalls im Cupra TCR Adam Franta Aus Tschechien Im Moment Auf Rang 3 1. Rehwald 2. Huber 3. Franta 4. Albino Mazzaro Im WTTC 3,20 BMW Giuseppe Pironacci Auf Rang 5 Reinhard Quaterhofer Im Cupra TCR Auf dem 6. Platz Und Kaufmann Im Leon Supercoppa Auf Rang 7 Neu Pole Position Stefan Schäfer Im Golf TCR 1,42, 8,46 1,42, 8,46 Da raucht es ein bisschen bei Andi Rehwald Im Bereich Rechtes Hinterrad Ist da der Rauch Aufgestiegen In der Linkskurve Dürft also irgendwo an der Karosserie schleifen Vielleicht auch ein Hinweis ans Team Dass man das beim nächsten Boxenstopp Checkt einmal Ob da Nicht irgendwo Ein Problem besteht Karosserienäßig Wie gesagt Das Auto ja Vor 4 Wochen In Mugello In einem Unfall Verwickelt gewesen Vielleicht noch nicht ganz gerade Der Andi hat geschaut Dass er das Auto Immer wieder hinkriegt Für die Rennen Hat aber zwischendurch Am Brotberuf auch noch Und dann ist es natürlich schwer Dein Auto Wieder in der Zeit So weit hinzukriegen Dass du Da ein und frei unterwegs bist Wie gesagt Rechts hinten Rauchentwicklung Im Bereich Der Linkskurve Schaut aus Als würde da Das Radstreifen Haben wir heute schon erlebt Beim Elmar Eiffert Dass genau dort In dieser Kurve Vielleicht auch Aufgrund der Belastung Rauch aufgestiegen Aus dem Rechten hinteren Radkasten So Rehwald Wieder schnellster 1,41 4,93 1,41 4,93 Ist für Rehwald Allerdings haben wir bei Schäfer Momentan eine Sektor-Bestzeit Im Sektor 1 stehen Ist nur um 5 Hundertstel schneller Schäfer mittlerweile Auf den dritten Platz Zurückgedrängt Den neuer zweiter Tobias Weberhofer Im Opel Weberhofer Der da gerade noch In Kurve 5 Ein bisschen Ich sage einmal Die Orientierung verloren hat Jetzt raucht es wieder Bei Rehwald Also rechtses Hinterrad Dürfte irgendwo schleifen Weberhofer Jetzt auf Rang 2 gefahren Da haben wir zwischendurch Mit der 5,26 Den Wolfgang Bauer Im Bild Landjäger Hinter ihm Der zweite Clio Die sind recht gut befreundet Und zwar Das ist der Helmut Landherr Deswegen steht auf der Motorhaube Von Wolfgang Bauer Auf Landjäger Und auf der Motorhaube Von Helmut Landherr Steht Bauernfänger Wenn Sie auf der Tribüne sitzen Wenn die Autos dort Vorbeifahren Vielleicht können Sie den Schriftzug aufmachen Da staubt und traubt Jetzt in Kurve 6 So Wer immer das auch war Momentan Ja liegen geblieben ist es dort einmal keiner Kann sein, dass dort vielleicht Irgendwo ein bisschen eine Flüssigkeit ist Wir haben jetzt einige gesehen Die dort Mit Schwierigkeiten Mit einem übersteuerten Auto Zu kämpfen hatten Vielleicht hat dort Irgendeine Flüssigkeit verloren Da dreht sich der nächste Mazda weg Ja Könnte Wright Berger gewesen sein Einer der Mazdas Hat sich da gerade weggeköpfelt Vorher war auch wieder Und wir haben die Verschmutzungsflagge draußen Verschmutzungsflagge ist draußen Rote Flagge Wir haben Rot Da draußen dürfte irgendeine Flüssigkeit sein Ja Weiß ich nicht Wrightbauer Entschuldigung Wrightberger Dann eventuell Rehwalter Es wird immer dort auch aufgestiegen Vielleicht hat der dort eine Flüssigkeit verloren Oder aber Es gibt ein Problem am Wrightbauer Am Wrightberger Auto Wie gesagt Also dort irgendwo Im Bereich Kurve 5, 6 Dürfte man eine grobe Verschmutzung der Strecke haben Wrightbauer in der Box herinnen Soweit wir das aus unserer Kameraposition erkennen können Macht man da auch die Motorhaube auf Das ist der Greger BMW Wo ist der Norbert momentan auf Rang 15? Norbert Greger im Moment auf Rang 15 Wird von Huber Motorsport betreut Dahinter jetzt Kann ich es nicht genau erkennen Ja Der 4, 36 Der Mario Huber Auch in die Box gekommen Zu seinem Team Jetzt kommt doch auch Vater Hofer herein Rote Flagge Und wir haben da draußen Offensichtlich ein Flüssigkeitsproblem Streckensicherung Die Geschichte ist wieder auf der Streckenkamera Er ist schon vor Ort Ich gehe mit drei Fahrzeugen Also man lumpt da nicht herum Sondern versucht wirklich dieses Problem rasches in Angriff zu nehmen Wir waren da kurz bei Kaufmann Beim Leon Supercopper Sie haben es jetzt auch im Bild Dass die Streckensicherung bereits da ist Da wird jetzt einmal gecheckt Die Ölspur Ja 6 Minuten 40 Würde das Qualifying noch gehen Der Zwischenstand Momentan Dann Rehwald auf der Pole Position Weber Hofer Zweiter Franta Dritter Stefan Schäfer Vierter Huber Auf Rang 5 Das heißt Rehwald hätte die TCR eingefangen Mit dem Youngtimer Dann 7. Kaufmann 8. Mazzaro 9. Reitberger 10. Pironacci Auf der 11 Dominik Klima 12. Rampel 13. Neisser 14. Lomper Rang 15 Norbert Greger Den haben wir zuerst gerade gesehen In der Boxerinnen Dann Emiliano Peter Auf der 16. Position Simon Kölbl 17. Karl Kölbl 18. Wolfgang Komornik 19. Die Woldviertler Partie Wieder beieinander 20. dann Karl Heß 21. Wolfgang Bauer 22. Max Karling 23. Helmut Landherr Steffi Klappenberg Auf Rang 24 Peter Nebensila 25. 26. Pavol Jacei Trahumi Oswald auf Rang 27 28. Helmut Neuhauser 29. Adrian Schäckfühl Das ist der momentane Stand Wir sind bei Gottfried Rampel 5 Minuten noch 5 Minuten noch das Qualifying Und ich glaube die meisten geben auf Die meisten lassen es gut sein Weil es draußen noch ein bisschen dauern wird Da fährt man mit einer Ja mit einer So eine Art Quad Das ist mir zur Kehrmaschine umgebaut Oder zur Streumaschine Da fährt man da jetzt einmal Über diese Spur drüber Die Luft ohne ist Und gleich der Hinweis an alle jene Die jetzt Dann gleich ins Stundenrennen gehen Stundenrennen bitte aufpassen Vielleicht auch weiter sagen Hinten bei den Teams Es gibt eine Ölspur Ausgangs der zweiten Linkskurve Also in der zweiten Linkskurve Sagen wir so Gibt es eine Ölspur Bitte das nicht vergessen Wenn man es dann da draußen Gleich das Visier runterklappt Und ins Stundenrennen hineingeht Wir haben eine Ölspur Im Bereich der Linkskurven Im Infield Also das bitte An die Piloten weitergeben Von den Teams Die jetzt Bei der Startaufstellung stehen Eine Ölspur Die wird natürlich jetzt So gut als möglich Versucht zu binden Gar keine Frage Aber Stauben wird es auf jeden Fall Und wir werden dann Dementsprechend Gripverlust dort auch haben Das ist eine der Stellen Wo du eigentlich schon wieder Voll am Gas bist Wo du wirklich Der Autor mal in der Linkskurve So richtig Ja wieder Aufs Gas steigen hast So richtig beschleunigen kannst Und genau dort ist diese Ja Flüssigkeitsspur Ich weiß nicht Ob es wirklich Öl ist Und dementsprechend Bitte weitergeben An die Teams Mit Der entsprechenden Vorsicht dort umzugehen Einführungsrunde Wird man es dann sowieso Noch sehen Aber Nur Damit man da einmal Vorinformiert ist Ja schaut so aus Als würde das Qualifying nicht mehr Aufgenommen werden Jetzt hätte es eh schon Keinen Sinn mehr Andreas Rehwald Ist auf der Pole Position Er hat die ganzen TCR Die hinter ihm sind Da besiegt Weiß nicht Ob sich das ausgegangen wäre Ohne rote Flagge Aber was soll's Dann Zweiter Tobias Weberhofer Dritter Adam Franta Vierter Stefan Schäfer Fünfter Mario Huber Sechster Reinhard Quatterhofer Siebter Kaufmann Achter Albino Mazzaro Neunter Manuel Reitberger Zehnter Giuseppe Pirunacci Elfter Dominik Klima Zwölfter Gottfried Rampel Dreizehnter Helmut Neisser Flavio Lomper Flavio Lomper Auf dem vierzehnten Platz Fünfzehnter Norbert Greger Sechzehnter Emiliano Peter Dann Simon Kölbl Siebzehnter Karl Kölbl Achtzehnter Neunzehnter Ist dann der Wolfgang Komornik Karl Heß Oswald 27 Auf der 28 Helmut Neuhauser Und Adrian Schäckfühl Belegt Rang 29 Dabei wird es auch bleiben Die Kehrmaschine ist schon draußen Die versucht jetzt Das Ölbindemittel Samt dem Öl Einzuarbeiten Und damit Sollte man dann Ein geringeres Problem haben Beim Ravenol One Hour Team Race Das Jetzt dann gleich Über die Bühne gehen wird Die Bühne gehen wird Ja, geht ruckzuck Also ich sehe es in der Streckenkamera Man sieht nahezu nichts mehr Die Kehrmaschine ist da im Einsatz Da war schon ein Streuwagen im Einsatz Man ist da wirklich Perfekt aufgestellt Das ist ein Kehr-LKW Der kann schon einiges von dem Zeug Was er da wegkehrt auch gleich aufnehmen Wie gesagt, sobald die Kehrmaschine Die Strecke verlassen hat Und die Rennleitung freigibt Geht es weiter mit dem Ravenol One Hour Team Race Haben wir eine gewaltige Startausstellung Da hätten wir 24 Teams am Start Bis zum nächsten Mal Vielen Dank. So, die Kehrfors noch am Arbeiten. Die Streckensicherungsfahrzeuge mit dem Ölbindemittel sind bereits weg. Ich fahre jetzt nicht mehr der Kehrwagen an der Stelle. Wie gesagt, ich berichte Ihnen nur das, was ich auf der Streckenkamera sehe. Sie haben es ja nicht im Bild. Sie haben noch das Qualifying-Ergebnis im Bild für das rennende Youngtimer und Touring-K-Open bis 3 Liter Hubraum. Ja, das schaut jetzt gut aus. Man sieht vom Bindemittel nichts mehr. Also auf den Streckenstellen, wo die Kehrmaschine schon drüber gefahren ist, ist vom Bindemittel nichts mehr gesehen. Man hat da das ruckzuck erledigt. Und wenn ich daran denke, dass wir erst in drei Minuten den Start hätten zum Ravenol One-Hour-Team-Race, dann gehe ich einmal davon aus, dass das alles rechtzeitig über die Bühne gehen wird. Also auf den Streckenstellen, wo die Bühne gehen wird. Also auf den Streckenstellen, wo die Bühne gehen wird. Einführungsrunde für das Ravenol One-Hour-Team-Race. 24 Teams am Start. Man hat mir jetzt nicht die Teamnamen glücklicherweise ausgedruckt, sondern die Namen der Fahrer, die Familiennamen. Und schauen wir mal auf der Pole-Position. Gerald Hofer von der achten Position. Büchi und Riedwig von Platz 9. Dann Martin Oberndorfer fährt das Rennen anscheinend alleine von Startplatz 10. Vater und Sohn Drechsel von Startplatz 11. Zwölfte, dann Wischukai und Unger. Auernik und Wege von Startplatz 13. Duller und Kutztas, habe ich da stehen, von Startplatz 14. Max Polzler von der 15. Position. Karl Müller vom 16. Rang. Dann Startplatz 17 in der 9. Reihe. Florian Rott. Gemeinsam mit ihm in der 9. Reihe das Team Prethaler und Weiß. Dann das Mini-Team von Weber und Rainer Pranta. In der 10. Reihe gemeinsam mit dem Team von Schmitzberger und Fischer. Allerdings, das ist der Tobi Fischer. Dann 11. Startreihe Ritterbusch, Nicoladi und Karl Heß. 12. Reihe das Team Klima und Pard. Und Maximilian Karling, der Jüngste in diesem Starterfeld. Das sind die 24 Teams, die hier an den Start gehen. Wie sind die Spielregeln? Die sind ja eher aus einer Jux-Geschichte entstanden. Und man hat sie auch irgendwo noch annähernd so beibehalten. Also zwei Fahrer oder sagen wir so, das Rennen dauert eine Stunde. Zwischen Rennminute 25 und 35 muss ein dreiminütiger Pflichtboxenstopp absolviert werden. Bei diesem Pflichtboxenstopp kann man jetzt entweder den Fahrer wechseln, so wie wir es von internationalen Langstrecken rennen können, oder man kann sitzen bleiben und das Rennen selber fertig fahren. Oder aber man kann sogar Auto tauschen. Das heißt, der zweite Fahrer fährt mit einem anderen Auto. Das werden wir das eine oder andere Mal bei den hinteren Autos heute erleben. Dass hier nicht unbedingt nur der Fahrer getauscht wird, sondern das Auto auch gleich. So, Gritschild ist draußen. Sie sehen das im Bild bei der Anfahrt zum Hügel. Ab hier muss die Formation eingenommen werden. Schauen Sie, jetzt im Bild sehen wir das ganz gut. Der Stefan Friedl, ja, das ist eine neue Bekanntschaft an diesem Wochenende begleitet. Ich lasse mich schön grüßen, führt das Feld hier herunter. Schauen Sie, die Formation ist eingenommen. Und jetzt geht es Richtung Start. Das Tempo gibt der Polseiter vor. Zweierreihe sollte eingehalten werden. Wieder einigermaßen. Manche können halt nicht bis zwei zählen. Nutzt nichts. Geht schon und los geht's. Tastrup und Aki mit einem Wahnsinn-Start. Bin mir nicht sicher, ob die nicht schon vorher aus der Formation ausgeschert sind. Oder ob es da schon grün war. Das habe ich dann, da hätte ich einmal links, einmal rechts schauen müssen. Da schaut man dann rein, wie das quer uns. So, A-Aug-Rechts, A-Aug-Links. Wäre sich nicht ausgegangen. Aber die haben einen super Start hingelegt. Feld durch die erste Kurve, gut durch. Feld durch die zweite Kurve, gut durchgekommen. Also durch die dritte Kurve, gut durchgekommen. Ja, Pötzlsperger, Janitz. Nimm einmal stark an, dass da der Florian Janitz drin sitzt. Der ja, ja, nebenbei ist eigentlich gut. Instruktor ist bei Walter Lechner. Aufpassen, da haben wir eben die Öl-Spur gehabt. Schauen Sie, da staubt es nicht einmal mehr. Ja, perfekt gereinigt. Gesamtgeschlecht, möchte man fast sagen. Ja, Janitz. Ich nehme an, dass Janitz da im Pötzl-Berger-Porsche sitzt. Übernimmt die Führung. Hat aber gleich wieder ausschirmen. Ja, leichtes Übersteuern gehabt. Auto einfangen müssen damit. Mit Atzberger wieder vorne. Atzberger-Ott auf Platz 1. Pötzlsperger, Janitz auf der zweiten Position. Grip und trifft sind dritte. Kastrup-Aki auf Rang 4. Brändli, fünfter. Hofer, sechster. Geht sie, ja, gegen die GTX, tut er sich schwer mit dem Porsche. Die GTX schwer zu knacken. Ja, der Porsche doch um einiges schwerer. Auch wenn Porsche-Bremsen immer so gelockt werden. Du musst natürlich auch das Mehrgewicht rechnen im Vergleich zum KTM, das du dann wieder verzögern musst. Ja, Kastrup und Aki auf Rang 4. Die haben einen Mörder-Start hingelegt. Die kamen nämlich von, naja, Start-Rücks 5. Aber es hat gut ausgeschaut. Die haben sehr spät gebremst. So gesehen eh nur, unter Anführungszeichen, eine Position gewonnen. Das war jetzt, glaube ich, Rot, die wir dann gebildet gehabt haben. Ralf Ott dürfte das gewesen sein, gemeinsam mit dem Max Grip, wenn ich mich nicht enttäuscht habe. Und damit wissen wir jetzt, dass Rupert Arzberger und Mike Trift im Moment in den beiden KTM GTX sitzen. Die da in Führung sind. Was mich fasziniert, der reine Sample, der ist von 4 auf 7 zurückgefallen, der will dieses Rennen alleine fahren. Wenn Sie den reinen Sample kennen, wird Sie das vielleicht nicht wundern, wenn Sie ihn nur einmal gesehen haben. Wir haben ihn zuerst im Livestream gesehen, da ist er im Rollstuhl durchs Bild gefahren. Er fährt dieses Auto nur mit den Händen. Ist jetzt auf Rang 7. Hinten fährt diesen KTM GTX, also nur mit den Händen. Aufpassen auf Start-Ziel-Windschatten-Duell. Der Pötzlsperger-Porsche, Pötzlsperger-Janitz-Porsche gegen den Kastrup-Aki-Porsche. Jetzt nächste Attacke auf der Bremse, das geht sich jetzt aus. Damit Kastrup und Aki auf Rang 3. Pötzlsperger-Janitz auf dem 4. Platz. Fünfter Robert Brändli. Sechster Gerald Hofer, der wird von Reini Sample attackiert. Da muss Sample allerdings aufpassen, denn da ist der Bob Bau schon mit dem Kogelbauer-Porsche hinter ihm. Und der sucht natürlich seine Chance. Und er staubt schon wieder in Kurve 7. Kurve 6, 7, dort in dem Bereich hat wieder jemand die Rallye-Cross-Linie gewählt. So, Brändli, jetzt eine Position gewonnen gegenüber Pötzlsperger und Janitz. Rüber über die Sausage-Kerbs, das mag der Porsche auf Dauer nicht. Sausage-Kerbs, warum Sausage jetzt? Weil sie so Würsteln sind und weil sie so hoch sind. Und irgendwo hat man ihnen diesen Namen gegeben. Es ist eine Barriere, die verhindern soll, dass man da wirklich die Track-Limits überschreitet. Allerdings, wenn man dann drüber fährt, kann es ganz leicht zu Fahrzeugschäden führen. Ist es eine eher zweischneidige Angelegenheit. Andererseits, wie willst du sonst diese Herrschaften dazu zwingen, dass sie innerhalb der Rennstrecke bleiben? Janitz und Pötzlsperger gegen Robert Brändli. Da findet der Porsche momentan keinen Weg vorbei. Obwohl er wahrscheinlich schneller fahren könnte. Aber am Place Camaro muss da mir einen Weg vorbeifinden. So geht's dem reine Sample im GTX. Der ist zwar am Bob Bau vorbei, aber nicht an Gerald Hofer. Im Gegenteil, der muss auch passen auf Bob Bau. Da wird der Z4 von Dritter Busch und Nicoladi überrundet. Wie gesagt, Überrundungsmanöver. Nach weniger als neun Minuten. Achteinhalb Minuten hat es gedauert, bis die ersten Überrundungen stattfanden. Ah, der Schmitzberger BMW. Auch schon am überrundet werden. Ich muss da vollständig fahren, jetzt fährst du das Auto nur mit den Händen. Also die Beine können nichts machen. Ich schau nur dem reinen Sample gerade zu. Und gleichzeitig spielst du dich da mit der Lichthuppen, um den vor dir fahrenden irgendwie da, ich sag einmal, psychologisch unter Druck zu setzen. Vor Arzberger-Ott führen. Mittlerweile deutlich vor Max Kripp und Mike Drift. Vorsprung 8,5 Sekunden. Wir werden jetzt der Schmerzberger Janitz da hinter Robert Prenti hängen. Ja, drüber mit dem Körbsten, das tut dem Auto auf Dauer nicht gut. Dahinter der Dreikampf, Hofer, Sample und Bob Bau. Ja, der verdammte Pseudonym. Wie gesagt, so Pseudonyme sind hagelig. Ich weiß zum größten Teil, wie die Fahrer wirklich heißen. Mir ist gesagt worden, das macht man nicht. Es gibt auch eine interessante Geschichte von vor vielen, vielen Jahren dazu. Hat zu einer Ohrfeige geführt, wo die Mutter ihren erwachsenen Sohn geohrfeigt hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen, wenn Sie ein bisschen älterer Motorsport-Fan sind, vielleicht noch der Name Louis Kragers was sagt. Das Pseudonym war John Winter. Der ist ganz gern im Rahmen der Deutschen Rennsportmeisterschaft Rennen gefahren mit 9,62er Porsche. Ist dann noch andere internationale Rennen gefahren. Ja, und dann irgendwann hat der John Winter die 24 Stunden Le Mans gewonnen und eine Bremer Geschäftszeitung, weil was anderes hätte Mama eh nicht gelesen, eine Bremer Geschäftszeitung schreibt irgendwo als Rennsnotiz hinein, der Bremer Louis Kragers, der unter dem Pseudonym John Winter die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat. Aber das war das Überholmanöver jetzt von Pesselsberger und Janitz gegen Brändli. Der Porsche wieder eine Position zurückgewonnen, damit jetzt wieder auf Rang 4. Aufpassen auf der geraden Dauer geht das amerikanische Muskeltier dementsprechend gut. Porsche bleibt aber vorne. Porsche bleibt vorne. Nächste Möglichkeit für den Blaze Camaro. Ja, ja, da hat er den Berg rauf. Da spielt er seine Überlegenheit aus, die PS-Überlegenheit. Nur muss man immer aufpassen, dann beim Bremsen, es geht sich nicht aus. Geht sich nicht aus, nochmal beim Beschleunigen, jetzt bergab, vielleicht jetzt da. Dieser Zweikampf ist nicht ohne. Wir reden da von absolut unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten. Der Porsche, gebaut für den Rennsport, das kann man vom Camaro so nicht sagen. Also das Grundkonzept ist eigentlich nicht für den Rennsport gedacht. Das ist eher so für, ja, beim Camaro eher so, ja, Ampel wird grün, ich gebe für 200 Meter Gas, dann holt man eh der Sheriff auf so auf die Ort. Aber trotzdem, da ist im Zweikampf gegen den Porsche Robert Brändli, und das liegt sicherlich auch am Kutscher, der da seinen Blaze Camaro ausquetscht, regelrecht. Während Rainer Sample ebenfalls eine Position gewonnen hat, jetzt auf Rang 6 liegt, auch an Bob Bau vorbei ist, also beide. Bob Bau war ja vorher schon hinter ihm, und Gerald Hofer, der hat nämlich an beide seine Position verloren. Ja, und da schauen wir mal in die Duller Motorsportbox hinein. Rechts steht der Philipp Mattersdorfer, der dieses Wochenende nicht, aber ansonsten auch bei den Youngtimern Tour in Kaopen bis drei Liter mit seinem Opel immer wieder zu Werke geht. Es gibt aber einige, die, ja, die Teuerung, die wirtschaftlichen Probleme, die es derzeit gibt, irgendwie auch zu spüren bekommen, und nachher dann im Bereich Motorsport einmal einzusparen beginnen. Blaue Flaggen für den BMW von Klima und Part überrunden lassen, klar, ist, ja, ziemlich eines der schwächsten Fahrzeuge in diesem Feld. Brandli bekommt Druck von hinten jetzt doppelten Druck. Da ist einerseits Pösslsperger und Janitz und andererseits auch schon reine Sample. So, Max Carling, sehe ich gerade bei mir da herunten vorbeifahren, fährt er jetzt erst hinaus ins Rennen. Eine Viertelstunde versäumt, die kann es nicht mehr mehr auffallen, vor allem nicht, wenn ein Seat Ibiza bei dem fällt. Angriff, was ist da jetzt los? Der Porsche auf einmal langsamer geworden, ein bisschen verloren, gegen, also Position einmal verloren, gegen Brandli. Nein, also Abstand ist größer geworden gegenüber Brandli, Position, aber jetzt dann schaut aus, als würde auch Sample vorbeigehen. Wir werden mal schauen, wann sie das nächste Mal hier bei Startziel vorbeikommen, wer da jetzt die Nase vorn hat. Naja, Sample ist auch am Porsche vorbei. Sehe ich auf der Streckenkamera. Wir haben hier den Führenden im Bild. Nein, das ist, ha, das ist der Zweitplatzierte. Das ist das Duo Max-Gripp-Mike-Trift. Die werden bedrängt von Kastrup und Aki. 16 Minuten sind gefahren. Bis das Boxenstoppfenster aufgeht, dauert es noch 9 Minuten. Kastrup und Aki versuchen da gegen, ja, Mike trifft Max-Gripp. Irgendwo die Position 2 zu ergattern. Sind ganz schwer zu knacken, die KTM GTX. Momentan auf den Rängen 1, 2 und 4. Ja, einzig der Porsche von Kastrup und Aki, der MS Racing Porsche, kann da irgendwo das Triomirad an der Spitze stören. Schafft das vorbei? Nein, derzeit nicht. Stattziel wird auch nicht gehen. Ich schätze einmal, sei denn, es passiert irgendein Fehler. So, da ist Arzberg auf Stattziel. Und dann ist er, wenn wir da mit weiteren Zweikampf in Kurve 1. Komm. Zwischen Drift und Drift, beziehungsweise Kastrup und Aki. Ja, es ist natürlich... Du bist in deinem Flow drinnen, wenn du den überholen willst. Du sagst, okay, nächste Runde, bock ihn dort oder da oder ich richte mir den her. Und dann kommt die nächste Überrundung und du fluchst in deinen Helm hinein. Und denkst dir, bitte, warum sind die gerade jetzt da? Ohne, dass du eigentlich irgendwas Böses gegenüber diesen Konkurrenten mit den weniger, sag ich einmal, stärkeren Fahrzeugen ins Schilde führst. Aber du ärgerst dich in dem Moment natürlich furchtbar drüber, wenn die da, ich sag mal unter Anführungszeichen, im Weg herumstehen. Vor allem, wenn sie dann gegeneinander kämpfen, so wie Auernick gerade. Gegen Karl Müller. Da hat aber nur Karl Müller stehen, das erfordert aber irgendwann, entweder vorher oder nachher, auch noch der Sven. Aufpassen, Kampf auf den Platz 2 und 3. Geht momentan nix. Wieder leicht über die Sausage-Körbs drüber. Ich weiß nicht, ob das in einem Porsche so taugt. Karling, blaue Flagge, jawohl, brav Platz gemacht, Maximilian. Wie gesagt, der Jüngste hier im Feld. Bötzlsberger Janitz unter Druck von Bob Bau. Dahinter Hofer. Vor Ihnen Brändli. Und vor Brändli, allerdings schon mal ein bisschen Respekt, Abstand, reine Sample. Der Tim-Name, den hat sich gegeben, das ist ja auch nicht schlecht. Super Sample. Wintersampel hätte vielleicht noch gepasst. Betreibt ein Winterfahrtrainingsgelände im Salzburger Lungau. Sehr gut. Überstattt. Ich bin der Samplein. Das war schon mal! Überstattt. Überstattt. Gerne Samplein. Überstattt. 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 Obbau gegen Kötzlsperger Janitz. Er wird überrundet. So ist das der Reini Sampel, der überrundet zunächst einmal Müller, dann Auernik. Auernik wird in Kürze an den Markus Wege abgeben. Bei den Müllers wird Vater-Sohn getauscht. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich weiß nicht, wer da momentan im Auto sitzt. Sampel auf Rang 4 im Moment. 37 Sekunden hinter der Spitze, 12 Sekunden hinter dem Tripp-platzierten Team, hinter Tripp und Griff. Tripp und Griff, ja, Legasthenin macht sich breit. Und Kastrup Aki sind damit im Moment auf Rang 2. Das haben wir jetzt nicht im Bild gehabt, das überholen wir über das Porsche gegen den KTM. Aber auch die letzte Runde nicht so besonders. Die fuhren nur unter Anführungszeichen 1.36.3. Während Kastrup Aki 1.35.6 fuhren und Sampel 1.35.2. Die Spitze ist eine eigene Liga. 1.32.1 die letzte Runde. Arzberger und Rott. Blaue Flaggen. Für Auweh. Carling. In der Box herinnen. Lang ist ein Eck gefahren, der Maxi. Auto raucht. Der Mini von Matthias Rainer-Pranter. Kurz einmal auf Abwägen gewesen. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du so ein kleines Auto hast, im Rückspiegel siehst, ui, da kommen die Dicken. Dass du kurz einmal da, ich sage einmal dort, wo es natürlich leicht geht, dich nehm die Strecke von Tschüss, deine Runde ist eh schon kaputt, weil du ja denen Platz machen musst. Und dann kann es sein, dass das vielleicht die, ja auf mittelfristiger Sicht gesehen, günstigere Lösung ist. Weil wenn so ein Auto bei dir einschlägt, bleibt nicht viel über. Dann war Brändli, dann Rösselberger Janitz, dahinter Popau und dann Geri Hofer. Der Duller BMW in den Red Bull Farben von Auernik ist bereits überrundet. Er liegt auf Rang 12, während die anderen um die Plätze 6, 7, 8, 5, 6 und 8 kämpfen. So, in 40 Sekunden sollte das Boxenstoppfenster aufgehen. Ab dann braucht man immer mal schauen, wer wo ist, weil dann geht es mit den Boxenstops los. Es sind 23 Autos, die dann hereinkommen. Wie gesagt, Maxi Carling in der Boxerin, aber ich glaube, der fährt auch nicht mehr raus, nach der Rauchentwicklung. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, vielleicht hat man irgendwas gefunden am Auto, deswegen ist er so spät nachgestartet. Vielleicht hängt es damit zusammen, warum der Maxi ist wieder draußen. Ja, ist nur drei Runden weit gekommen. Guck, da hat er viele schnelle Autos gesehen, die ihn überrundet haben. Für Klima und Bad gibt es da die blauen Flaggen. Aber das ist, was das fasziniert mir bei uns immer wieder. Obwohl da so viele schnelle Autos dabei sind, unsere Piloten, die in diesem Fall langsameren Autos sitzen, wissen an und für sich schon, wie sie sich zu verhalten haben. Klar, gibt es irgendwann mal einen kleinen Verstolperer oder was, das man nicht sofort gleich überreist will. Da kommt einer links, einer rechts oder wie immer. Dann muss vielleicht einer bremsen beim Überrunden und das führt natürlich dann zu heftigen Diskussionen. Aber im Prinzip ist es so, dass sie alle versuchen, den schnellen Autos aus dem Weg zu gehen. Da muss man die Disziplin der BMW-Piloten schon loben. Klar, kann dort oder da mal irgendeine Kleinigkeit vorkommen. Das sind auch nur Menschen, angeblich. Schauen wir mal den Schmitzberger BMW im Bild. Teilt sich das Rennen ja mit Tobias Fischer. Ich gehe aber davon aus, dass der Tobi Fischer dann mit seinem Auto fahren wird. Interessant, in diesem Rennen dürfen die BMW-Piloten Slicks fahren. In der Challenge dürfen sie im Moment nur Semis-Licks fahren. Das hängt aber damit zusammen, dass der Reifenpartner des Istokabs von einem Feuer in der Rennreifenfabrik heimgesucht wurde. Es gab absolut keine Rennreifen, damit das Reglement auch kurzfristig soweit umgeändert werden musste. Die Fahrer raunzen zwar übersehen, aber dabei, dass es für alle gleich ist. Also es gibt da keinen großartigen Unterschied. Sie müssen alle mit dem Semis-Licks fahren und die Ersten kommen in die Box herein. Schauen wir mal. Büchi Riedweg in der Box herinnen. Schmitzberger kommt herein in die Box. Wischukai Unger. Karl Müller. Übergibt er an den Sven oder ist da Sven drinnen gesessen? Das wissen wir eben nicht. Es ist Schuukai und Unger. Wir werden jetzt nicht großartig auf Zwischenergebnisse schauen im Moment, denn durch die Boxenstops verschiebt sich das derart. Wir müssen halt dann immer schauen, da Auer nicht kommt in die Box rein. Auto muss in die Box hinein, weil getankt werden darf hier in der Boxkasse nicht anscheinend, sondern da muss man dann in der Box drin und tanken. Vielleicht wird da irgendwas gecheckt. Am Auto vom Auer nicht, jedenfalls hat man den gleich in die Box hineingeholt. Führenden nach wie vor draußen, also da ist der Boxenstopp noch ausständig. Wie gesagt, dieser Boxenstopp muss drei Minuten dauern. Drei Minuten von der Einfahrt in die Box, da gibt es auch so eine Zeitschleife, bis zur Ausfahrt aus der Box sind es drei Minuten. Das heißt, abgesehen von der Crew braucht man jemanden, der eine Stoppuhr bedienen kann, der sein Auto im Blick hat und der auch vielleicht im Vorfeld schon abgecheckt hat, wie lange man von der eigenen Box dann oder von dem Platz, an dem man wechselt oder wie auch immer, überkippt. Und wie lange man dann von diesem Platz zur Boxausfahrt braucht und dementsprechend wird dann der Boxenstopp getimt, nämlich in der Box reinigen und das Timing, dass man sagt, wann kommt unser Auto herein in die Box innerhalb dieser zehn Minuten. Das ergibt sich oft, wo habe ich den starken Fahrer, wo habe ich den weniger starken Fahrer am Auto sitzen beziehungsweise wo liege ich taktisch, stecke ich gerade in irgendeiner Kampfgruppe, wo ich mich an jedem grob vorbeiarbeiten müsste, habe ich viele Autos vor mir zu überrunden, komme ich gleich herein wie auch immer. Also das sind so kleine taktische Spielchen dann, die durch diesen Pflichtboxenstopp notwendig werden, um konkurrenzfähig zu bleiben. So, Brändli war in der Box, die Führenden sind in der Box herinnen, Sample ist in der Box. Tüchi, Riedweg, fuhren hinaus. Wir sind bei reines Sample. Der bleibt sitzen. Schauen Sie, wenn Sie unten schauen, ja, es ist aus dem Ding, aber er hat seine Beine, damit sie nicht herumfliegen, im Auto zusammengeschnürt. Die Beine sind mit einem Spanggurt zusammengeschnürt, damit sie da nicht im Auto herumfliegen bei der Fahrt, weil er sich ja nicht bewegen kann, nicht kontrollieren kann, da reines Sample, deswegen sind die Beine zusammengefunden. Sie sind mit einem Spanggurt, und noch im Auto herumfliegen, die Bank am 50,000, Sie sind mit einem Spanggurt, wie es dann auch in der Nähe der Rettungsgeschnürt, wie es dann im Auto herumfliegen hat. Wie gesagt, drei Minuten dauert dieser Boxenstopp, also wenn man nicht einen Riesenvorsprung hatte, dann verliert man automatisch Positionen, keine Frage, aber die gewinnt man dann ja unter Umständen wieder zurück, wenn der andere auch drei Minuten in der Box gestanden ist, da sollte er sich also nicht allzu viel verändern. So, wir sind noch immer bei Sample. Ja, hat da bei Huber Motorsport ein qualitativ hochwertiges Team zur Betreuung sich ausgesucht. Die Dame, die daneben gestanden ist mit der Stabuhr, die Nina, ist eigentlich Fahrtechnikinstruktor beim MTC, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, da stehen halt ein paar Leute herum, sondern die haben alle dort einen intensiven Autobezug auf die, die mithelfen, von daher ja, alle leicht verseucht, hab Bau im Bild, drüber über die Sausage-Kerbs. Während der Bösslberger Janis Porsche in der Box angekommen ist, wird ebenfalls vom Huber Motorsport betreut. Arzberger Otz gerade aus der Box herausgefahren. Ja, ich hab's ja vermutet. Flor Janis bis jetzt gefahren ist, steigt Helmut Pötzlsberger ein. Mario Huber. Dort am Fahrzeug, am Porsche. Ja, da werden Reifen gewechselt, schau, schau, da gibt man dem Helmut Pötzlsberger noch einmal frische Reifen mit. Während die, ja, zuvor zweitplatzierten und dann führenden Kastrup und Aki auch schon in der Box herinnern sind. Da ist ein Auto ausgerollt auf der Seite, ein KTM ist da seitlich ausgerollt. Und zwar im Bereich Kurve 2, also dort wo die Motorrad-Schikane ist, kann ich im Moment aber nicht sagen, wer das ist. Im Bereich der Motorrad-Schikane Kurve 2 ist das den Berg hinauf. Ein KTM ausgerollt. Könnte das Drechsel-Auto sein. Oder auch Max Polzler. Ja, gleich bei der Outlab. Max Polzler, gerade aus der Box rausgefahren. Während wir bei denen sind die momentan am Display führen, bei Kastrup und Aki. MS, Racing, Porsche. Deko Kastrup übergibt das Auto. Wie gesagt, gelbe Flagge draußen, wegen des abgestellten KTM. Boxenstockfenster wäre schon geschlossen. Man könnte also jetzt dann demnächst das Safety Car rausschicken, um den KTM da das Stück zurückzuschleppen. Das kann auch sein, dass man das händisch macht. Man ist relativ weit weg. Auch die Blaze Camaro von Robert Brändli in den Ausfahrt der Querspange hineingefahren. Auch ausgeschieden. Robert Brändli rausgefahren. So, der KTM wird weggeschoben. Damit haben wir da kein großartiges Problem mehr. Kurz das Duller. Nehmen wir den Fahrradtausch vor. Am BMW mit der 333, da steigt jetzt, soweit ich das mitgekriegt habe, der Herwig Duller ein. So, der KTM. Brändli, Neusberg, vielleicht war das auch das Auto von Büchi, die Autos schauen sich sehr ähnlich. Na, das ist Büchi, Brändli ist rausgefahren, Büchi, ja, von hinten sind es schwer zu unterscheiden, die beiden Camaros Bücher, also noch im Rennen Büchi, Riedweg sind noch unterwegs, während Brändli da rausgefahren sein dürfte. Wir haben allerdings reine Sample da kurz im Bild gehabt, das ist das Auto von Bobbau. Auch ein Pseudonym für einen niederösterreichischen Unternehmer. Kogelpauer-Porsche. Ein Kogelpauer, Fixpunkt in der österreichischen Porsche-Szene. Schmitzberger, Fischer, aufpassen, ja. Klima und Park vorbei, da ist auch noch gleich der Porsche durchgestochen von Castrop und Aki. Bobbau ist aus der Box hinausgefahren. Und ich sage mal, in so eineinhalb Minuten werden wir ungefähr wieder ein Zwischenglas-Mauer wissen. So, Brändli habe ich, ja, wieder, dass er hinausgefahren wäre aus der Box. Am Display. Damit einziger Ausfall im Moment in diesem Rennen Maxi Carling, aber der Starter ist schon zu spät ins Rennen hinein, da dürfte es technische Probleme am Seat Ibiza gegeben haben. Alle anderen noch im Rennen. In der Gallen Eie, da steigt der Rauch auf. Da ist jetzt irgendwas grob kaputt gegangen. Am weißen KTM. Von Drechsel und Drechsel. Da hat er so ein KTM, also aus dem Rennen. Hoffen wir, dass er da nicht zu viel Öl verspritzt hat bei der Anfahrt zur Rindkurve. Und der Rindkurve. 30 Sekunden noch zu fahren. Wir schauen einmal in ein Zwischenergebnis hineinschauen, ob wir irgendwo was Interessantes feststellen können. Ob sich was verändert hätte. Die Führenden nach wie vor, Atzberger und Ott, haben eine Minute Vorsprung auf Kastrup und Aki. 3. Rheini Sample, 4. Gerald Hofer, 5. Bob Bau, 6. Bötzlsberger und Janitz. Dann Wischukai und Ungar auf Rang 7. Martin Oberndorfer auf dem 8. Rang Bücher und Riedweg 9. 10. dann Duller und Kutztas. Auf der 11. finden wir Drechsel, Drechsel noch. Aber momentan in der Box rein. Und die fahren sicher nicht mehr raus. Das Auto wurde schon reingeschoben. Wird aber momentan noch als Elfter geführt hier. Max Polster, der ist als Zwölfter geführt. 13. Karl Müller. 14. Karl oder Sven Müller. Je nachdem 14. das Team Auernik Wege. Auf Rang 15. Robert Brändle noch geführt. Allerdings wird der ständig zurückgereicht. Der Robert Weber. Ja, Weber und Rainer Pranter auf dem 17. Platz. 18. dann Schmitzberger und Fischer. 19. Karl Hees. Dann auf Rang 20 noch geführt, aber auch ausgeschieden mit ihren KTM. Max Grip und Mike Trift. Dann 21. Ritterbusch und Nicoladi im Z4. Serien-BMW Klima und Bad auf Rang 22. Und nicht mehr im Rennen. Also da haben wir schon definitiv draußen Max Carling. Den können wir auch schon definitiv abschreiben. Wird aber noch als 14. geführt. Der KTM von Drechsel und Drechsel. Und weiter die Führenden im Bild. Eine Minute, zwei Sekunden Vorsprung. Also da kann man sich jetzt die letzte starke Viertelstunde schon ein bisschen lockerer angehen. Da muss man nicht mehr mit der großen Streitachst zwischen den Zähnen fahren. Da reicht der Toschmesser auch schon. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, sollte auch ein Hinweis sein. Warte, 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 was war da jetzt? War das eine leichte Rauchentwicklung? Oder war das nur durchs Aufsitzen eventuell am Körb? Und dann haben wir das Gelb. Gelb in der Kurve 4. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, da liegt ein Auto draußen. Und zwar auf der rechten Seite. Den sehe ich auf der Streckenkamera. Da ist er. Der Porsche von... Es müsste der Porsche von Müller sein. Sven oder Karl Müller dürfte dort abgeflogen sein, der Porsche. Ich fürchte aber für den, wenn wir es dann doch vielleicht als Safety Car brauchen. Fahrer ist aus dem Auto heraußen. Der Auto halte sich das bei einer Streckenbosten. Das schaut ganz gut aus. Also Auto schaut auch optisch jetzt am Bildschirm nicht irgendwie zerstört aus. Und wir haben momentan gelbe Flagge in Kurve 4. Allerdings wird man die Situation nicht so belassen können, wie sie im Moment ist für die letzte Viertelstunde. 14 Minuten 50 sind noch zu fahren. Porsche steht draußen, Fahrer steht hinter der Leitlinie, neben dem Auto. Also, ja, bei allem, was einem da passiert ist, im großen und ganzen Fahrer geht es gut soweit. Ich meine, körperlich, seelisch im Moment vielleicht nicht so, wenn du das Auto gerade weggeschmissen hast. Aufpassen auf reine Sample. Der hat letzte Runde 1,6 Sekunden aufgeholt auf MS Racing. Mit dem KTM GTX gegen den Porsche 992. Und Rückstand nur noch 1,8 Sekunden. Kampf um Platz 2 und 3. Wird noch interessant zwischen Kastrup und Aki und reine Sample. Dank an, Herr. bt Objekt. Der Sample dürfte schon vorbei sein. Soweit ich das mitgekriegt habe, dürfte Sample schon vorbei sein an Kastrup und Aki. Die Ersten für ihn nicht mehr einholbar. Bob Bau fehlt mir auch. Ja, Sample zweiter, Kastrup und Aki auf Rang 3 zurückgefallen. So, was ist mit dem Bob Bau, der Kogelbauer Porsche, abgängig? Safety Car steht schon in lauer Stellung. Nach wie vor gelbe Flaggen sind eingezogen. Auto steht dort, keine gelbe Flagge mehr im Bereich Kurve 4,5. Wir haben nach wie vor die Führenden im Bild. Arzberger Ott. Von 1 Minute 17 haben sie Vorsprung auf eine Sample. Dann an irgendeiner Rundenzeit, die ungefähr 2 Sekunden schneller sind wie seine. Untertitelung. So, dann geht es nach Zeitstrafen, jeweils 20 Stunden, unter anderem auch für den Führenden. Hat man mir da gerade per Handy mitgeteilt, wegen Überholen unter Gelb, jetzt 20 Sekunden für Arzberg-Od, naja, das wird es nicht wirklich kratzen, dann haben sie halt nur noch 59,5 Sekunden Vorsprung und nehmen wir mal eine Minute und knapp 20 Sekunden. So, dann gehen wir mal eine Minute. So, dann gehen wir mal eine Minute. So, dann gehen wir mal eine Minute. Minuten, 10 Sekunden geht's noch. Schauen wir mal ansonsten, naja. Duller gegen Polzler. Sollte sich momentan auch ausgehen, da müssen wir aufpassen. Duller Motorsport 2. Und zwar Auernik und Wege sind es, gegen Max Polzler im KTM. Ei, das schaut nicht gut aus, da steckt der Rauch auf. Da raucht's, da hat's irgendwas am Red Bull BMW von Auernik und Wege. Ausgangskurve 3 hat's da längere Zeit geraucht. Schauen wir, ob man da irgendwas sehen kann. Nein, da nicht. Momentan keine Rauchentwicklung mehr. Das hab anscheinend nicht nur ich gesehen, sondern der Max Polzler auch, weil der ist gleich mal versetzt hinterher gefahren. Dann haben wir die drittlazierten Hastrup und Aki mit dem MS Racing Porsche. 3,8 Sekunden mittlerweile hinterher eine Sample. MZR 2 das Team von Arzberger und Ott wie gesagt, da wurde mir per Handy mitgeteilt, die kriegen eine 20 Sekundenstrafe wegen Überholen unter Gelb. Wird wurscht sein, eine Minute 22 der Vorsprung. Es hätte auch eine gegeben für die 803, für ein Drechsel, Drechsel, den Überholen unter Gelb. Aber ich glaube, das hat sie erledigt mit dem Motorschaden. die an die 4 Minuten und 15 Sekunden noch zu fahren, 4 Minuten und 15 Sekunden noch, das werden für die Führenden noch maximal 3 Runden sein, wenn sie das Tempo so beibehalten. Team MCR 2 mit Rupert Atzberger und Manfred Ott vor Team Supersample mit reines Samples, ich muss wirklich sagen, Supersample passt eigentlich zu dem Typen, weil ich nach dem Schicksalsschlag wieder so zurückarbeiten, ist schon eine gewaltige Leistung. Also Supersample, auf Rang 2, Castro und Aki für MS Racing auf dem 3. Platz, Gerald Hofer für RSR, immerhin auf Rang 4. Aber Holzler geht nach wie vor im Kampf um Platz 10. Ja, ist vorbei, ist vorbei, glaube ich, an Auernik und Wege. Oder hat das nur so ausgeschaut? Ja, die sind so eng bei Samen, Auernik Wege und Max Polzler, dass es schwer ist, da ist auch ein Bildschirm anhand des Umsprungs der Sektorabschnitte vielleicht festzustellen, ob nicht der eine schon am anderen vorbei ist. So, wir haben in Kurve 1 einen kurzen Zwischenfall, der ist schon erledigt. Jetzt schön langsam werden all jene, die im Rennen ausgefallen ist, durchgereicht in der Wertung. Und es fehlen uns ja doch einige. Sechs Autos sind es mittlerweile, die wir definitiv nicht mehr im Rennen haben. Holzler an Auernik und Wege vorbeigegangen, habe ich mich nicht getäuscht. Hängt vielleicht auch mit der Rauchentwicklung am BMW zusammen. So, letzte Minute bricht an. Der Führende damit in seiner letzten Runde. Wir fahren durch Kurve 1 mit dem Duo Atzberger und Ott. Team MZR 2. Team MZR 2. So, er fehlt uns noch aller. Ja, ausgefallen, sagen wir mal so, Bob Pau, Karl oder Sven Müller, die Drechsels, dann Robert Brändli, Max Griff, Mike Trift und Maximilian Carling. Das sind die Ausfälle in diesem Rennen. Und wie er ist, der Helmut Pötzelsberger, der jetzt den KTM vorbeilassen, macht er auch. Blaue Flagge nicht ignoriert. Damit noch zwei Kurven für das Team MCDR 2. So, Arzberger und Ott bringen den KTM hier als Erste ins Ziel nach einer Stunde mit 37 gefahrenen Runden. Gratulation. Wir warten am Zweitplatzierten. Es dauert ein bisschen, bis der reine Sample hier vorbeikommt. Ich schätze mal so eine knappe Minute noch. Nachdem der Dritte aber schon abgewunken ist, kann ihm diesen zweiten Platz eigentlich niemand mehr nehmen. Ich schätze mal so ein bisschen, bis der Dritte aber schon abgewunken ist, So, da kommt der Zweitplatzierte. Reine Sample, Team Supersample. Gratulation. Der Dritte ebenfalls im Ziel, MS Racing mit Kastrup und Aki. Dann auf Rang 4, Team RSR Pilot Gerald Hofer. Fünfte dann Huber Motorsport, Pötzelsberger Janitz. Sechste, Wischukai und Unger für RP Racing 2. Bücher und Riedweg im Team No Limit auf Rang 7 gewertet. Achter dann Martin Oberndorfer im Ferrari. Neunter dann Duller Motorsport 1 mit Duller und Kutztas. Zehnter Max Polzler. Elfte dann Duller Motorsport 2 mit Auernik und Wege. Zwölfte, Brethal und Weiß, die gewinnen auch die Youngtimer-Wertung. Team WSS 2. Dritte dann Weber und Rainer Brandner, RPM Radiator Springs Racing. Im Mini, 13. Entschuldigung. Vierzehnte dann Schmitzberger und Fischer, WSS 1. 15. Karl Heß für RP Racing. Auf der 16. Ritterbusch und Nicoladi für TRM. Und 17. im Ziel dann auch Klima und Bad. Das Team Klima Bad. Wie gesagt, die 17 von den 23, die gestartet sind, sind im Ziel. Nicht im Ziel. Bob Bau, Karl Müller, Vater und Sohn Drechsel, Robert Brändli, Max Kripp, Mike Trift und Maximilian Karling. Meine Damen und Herren, ich darf mich von Ihnen in die Mittagspause verabschieden. Um 13 Uhr geht es weiter mit dem Rennen der Formel Historik. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Mittagspause. Unser Fahrerlager ist offen. Also wenn Sie zu uns ins Fahrerlager kommen, die Teams freuen sich über Besuch. Gleichzeitig haben wir hier noch einen Souvenirstandl bei Trade & Service. Dort kriegt es Histo Cup Kappeln, Histo Cup Sonnenbrillen. Ich glaube, Cowboyhütte gibt es noch. Ansonsten gibt es da so ziemlich alles. Badehosen habe ich auch noch nicht gesehen. Ansonsten gibt es da so ziemlich alles vom Histo Cup. Häferl, Jacken, Hauben, was war es der Teufel. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Mittagspause. Mahlzeit. Ich wünsche Ihnen ein paar ministre, Vielen Dank. 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 Fährt er jetzt, 1,39,9, also ständig Zeiten unter 1,40, die anderen fangen jetzt an, auch Zeiten unter 1,40. Der Vater Schau, Böllinger, der gibt noch nicht auf, 1,38,6,50, damit auch nicht nur um 1,30 unten gleich schneller als Beckeri, sondern auch noch um, ja, 8 Zehntel schneller als Takef hinter ihm. Ah, das dürfte noch nicht aus sein zwischen den beiden. Karin Renner holt sich den nächsten, Leonhard Gappmeier ist ihr zum Opfer gefallen. Mittlerweile die Karin auf Rang 7, 8er Leonhard Gappmeier. Schau mal, Günther Sturm gegen Stefan Albrecht im Kampf um Platz 12 und 13. So, und Sturm bleibt 1,2 nach vorne, hat aber Albrecht direkt im Genick. Markus Deutsch hat Thomas Marzlberger überholt. Naja, so, Formel 1 Auto nutzt er halt auch nicht viel, wenn er schon 72 Jahre alt ist. So, blaue Flaggen gibt es da. Für Günther Ledl, dem einen oder anderen an der Tribüne, beziehungsweise zu Hause, wird der Name Ledl noch was sagen. Da gab es ein Automobil, das ist der Herr, der es konstruiert hat. So, Pöllinger wieder 1,2 Sekunden schneller als Beckeri, Rückstand mittlerweile nur noch 1,6 Sekunden hier auf Startziel. Da wird Peter Hinderer überholt. Also überrundet. Die Sache zwischen Beckeri und Pöllinger ist noch nicht vorbei. 1,6 Sekunden. War es zuletzt hier bei Startziel. Da hat aber Beckeri im ersten Sektor schon wieder 3 Zehntel aufgeholt. Ja, da hat der Infilt verliert er ein bisschen gegen den Peter Beckeri. Exakt selbe Zeit im Sektor 2. Also, beide fahren sie im Sektor 2. 43, 3, 36. Beckeri ist führende natürlich in der nachteiligen Position beim Überrunden. Er ist der Erste, der da ankommt. Er ist der Erste, der die langsameren Piloten darauf aufmerksam macht, dass es auf die Spitze kommt. Gibt es welche wie den Heiko Werner, die passen natürlich auf. Die haben natürlich auch die Möglichkeit, schauen Sie, wie der Heiko da zur Seite fährt, die Möglichkeit, auch wenn Sie auf der Geraden die blaue Flagge kriegen, da rechtzeitig sich zu positionieren. Matzlberger, fehlt mir. Einzige Formel 1-Otto im Feld, also ausgerollt anscheinend. Aufpassen, Böllinger gegen Beckeri. Anfahrt Kurve 4. Na, geht sie noch nicht aus. Im Infilt war zumindest in den Runden davor. Beckeri immer der schnellere von den beiden. Gibt es jetzt blaue Flaggen für Albrecht und Sturm? Ja, das wird halt jetzt dem Roman Böllinger nicht schmecken, aber die Chance wollte sich der Stefan Albrecht nicht entgehen lassen. Als da aufgrund der blauen Flagge der Günther Sturm Platz gemacht hat. Aber auch zwischen den beiden, der Kampf vom Platz 11 und 12, naja, ich möchte nicht sagen, noch nicht entschieden, aber momentan schaut es nicht so aus, als würde Sturm, die sich nicht zurückkämpfen wollen. Wir schauen in die Spitze. Momentan unverändert. Blaue Flagge für Robert Waschak. Wie gesagt, mit dem Austro-V ist man in diesem Feld. Ja, mit den Dalaras und Rennerts natürlich nur ganz hinten zu finden, da kommt es immer mal aufs Vorne. Abgesehen davon, vielleicht sieht man es irgendwann einmal im Bild. Auf der Tribüne können Sie ja schauen, beispielsweise Waschak oder Zierhofer, Hinderer glaube ich auch, die müssen mit profilierten Reifen fahren, weil das damals in dieser Serien so vorgesehen war. Da muss das Profil-Reifen haben, das muss jetzt natürlich auch so sein. Da ist noch nichts mit Slicks. Also allein von den Reifen her wird man da schon, ich sage unter Anführungszeichen, benachteiligt. Das regeln wir mal so hier. So, Beckeri, jetzt hat er nochmal wieder aufgezeigt. 1.38.072, schnellste Rennrunde, Peter Beckeri. 2.38.073, immer wieder wieder Haveción! 2.38.074,ства Gaglicke,board copp believer in St kolken, 2.602,tableze Rennrunde, Peter Beckeri Squelary, Bilder und Friti, Sr.ätsel. 3.ckenf akt mit Foto Gaglicke, coal Kraft Er hat allerdings den Roman Pöllinger noch immer im Genick sitzen. Der hat nämlich jetzt eine absolute Sektor-Bester im Sektor 1 hingelegt. Roman Pöllinger im Sektor 1. Da war er gleich am 7. Zehntel schneller als Beckeri. Am 3. Tage, 4. Neumeier, 5. Flum, 6. Strolz, 7. Renner, 8. Gappmeier, 9. Oberlaber, 10. Deutsch, 11. Sturm. Es ist wieder ein Albrecht vorbei auf Rang 12. Dann 13. Werner, 14. Hinderer, 15. Ledl, 16. Benczak, 17. Zierhofer, 18. Waschak. Ja, Thomas Marzelberger, der fehlt uns. Neue schnellste Rennrunde. Roman Pöllinger. Der dreht sich aber raus jetzt in Kurve 1. Gibt's ja nicht. Roman Pöllinger in der ersten Kurve rausgedreht, nachdem er die schnellste Rennrunde gedreht hat. 1,37, 8,41. 1,37, 8,41. Roman Pöllinger. Und dann weggeköpfelt. Fünf Minuten vor Schluss. Das Duell um den Sieg quasi mit einem Ausritt beendet. Roman Pöllinger. Roman Pöllinger. Beckeri, der kann jetzt dann, ja, ich sag mal, die Landschaft genießen. Da kommt nicht mehr viel, das ihm irgendwo noch etwas tun könnte. Der hat auch eine wahnsinnige Runde hingelegt, Beckeri. Hatte für 1,6 Sekunden, für den Zeitraum von 1,6 Sekunden, die schnellste Runde innen mit 1,37, 8,59. Aber dann kam Pöllinger mit 1,37, 8,41. Deutsch fährt in die Box. Markus Deutsch biegt in die Box ab. Wird damit seinen zehnten Platz verlieren. An Günther Sturm, der sich jetzt doch 2,2 Sekunden Vorsprung, Respektabstand gegen Stefan Albrecht verschafft hat. Ja, Takef, dadurch auf Platz 2 vorgestoßen. Dritter jetzt Pöllinger. Ja, knapp 3 Sekunden fehlen Pöllinger auf Takef. Wenn er den Rhythmus wiederfindet, den er zuvor hatte, keine, sehe ich da jetzt, keine Schwierigkeiten für ihn. Takef, der hier vor ihm fährt, einzuholen. Momentan fährt er auf die Schönberggerade hinunter. Der weiße Talara F3, verfolgt vom weißen Reinhard F3, 87. Takef im Bild. Dann eben auch Pöllinger. 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 Eine Minute und 50 Sekunden geht es noch. Schauen wir mal, ob sich Böllinger gegen Takev noch durchsetzen kann. Becquery 20,5 Sekunden Vorsprung. Das ist in der vorletzten Runde. Nein! Oh ja, der ist am Überrunden. Das hat man dann so ausgeschaut, als wäre er ein weißes Auto nehmen. Im Weiß auch, aber das war der Günther Ledl, der ist da nur am Überrunden, der Peter Becquery. Da hat er den Günther Ledl überrundet. Das war das weiße Auto, das wir gesehen haben. Deswegen hat es mich momentan gerissen, aber ich glaube, der wird langsamer. Na ja, eine Runde wird es noch gehen, weil man wird hier bei Staatshilfe vorbeikommen mit einer Restzeit von etwa 10 Sekunden. Ja, sogar mehr. 20 Sekunden noch und wir beginnen die letzte Runde. Letzte Runde für Peter Becquery. Der noch einmal im Austro-V von Robert Waschak vorbeigefahren ist. Lothar Oberlauber kommt in die Box herein. Markus Deutsch, ja vorhin schon in die Box abgebogen. Lothar Oberlauber in der Box herinnen. Lager auf Rang 9. Wir fahren im Livestream mit dem Führenden mit, noch einmal durch die beiden Linkskurven im Infield. So, da kommt Becquery gleich in Richtung Startziel. Und nach 14 Runden als Sieger, als überlegener Sieger abgewunken. Hat nicht immer so ausgeschaut. Peter Becquery im Ziel. So, wer wird der Zweiter? Pöllinger an Takef mittlerweile vorbei. Hey, da ist er. Pöllinger wird noch Zweiter. Dritter Nikolaj Krakow. Dann kommt der Charlie Neumeyer. Dauert aber nicht so ein bisschen. Jetzt auf Startziel. Dann haben wir die ersten vier mal im Ziel. Becquery gewinnt dann im Endeffekt mit 15 Sekunden Vorsprung auf Roman Pöllinger. Dritter Nikolaj Takef, der sich Pöllinger um zwei Zehntel geschlagen geben musste. Vierter Karl Neumeyer. Ich warte auf den Otto Flum. Der kommt aber nicht. Otto Flum fehlt in der letzten Runde. Und damit... Nein, nein. Das fehlt noch immer. Otto Flum, nein, der kommt in die Box herein. Das geht sich aber trotzdem aus für ihn, dass er vor Ingo Strolz gewertet wird. Geht sich nicht aus... Oh ja, doch. Flum, fünfter, Strolz, sechster. Das hat sich jetzt kurz umgesprungen am Monitor. Deswegen war ich leicht verwirrt. Die Karin Renner auf Rang sieben. Das ist sie knapp nicht mehr ausgegangen. Die Karin Renner hat sich noch hingearbeitet Richtung Ingo Strolz. Am Schluss waren es aber noch zwei Sekunden. Die waren im Durchschnitt schon immer um zwei Sekunden pro Runde schneller als Strolz. Aber das ist sich nicht mehr mehr ausgegangen. Achter Leonhard Gapmeier. Neunter Günther. Sturm und zehnt der Stefan Albrecht. Schauen wir uns das Ergebnis im Ganzen noch einmal an. Also der Peter Beckeri gewinnt dieses Rennen vor Roman Pöllinger. Nikolai Takev wird dritter. Vierter der Charlie Neumeyer. Fünfter Otto Flum. Ingo Strolz auf Rang sechs. Karin Renner wird siebente. Leonhard Gapmeier achter. Günther Sturm belegt Rang neun. Dann haben wir den Stefan Albrecht auf dem zehnten Platz. Heiko Werner elfter. Lothar Oberlaber auf Rang zwölf. Dreizehnter Peter Hinderer. Vierzehnter Franz Benczak. Fünfzehnter Günther Ledl. Franz Zierhofer belegt Rang sechzehnter. Robert Waschak wird siebzehnter. Nicht im Ziel. Markus Deutsch und Thomas Matzelberger. Der Markus Deutsch ist schon nach einigen Runden in die Box abgebogen. Und der Thomas Matzelberger, der fehlt uns seit der sechsten Runde. So, in wenigen Augenblicken geht es weiter mit dem Rennen. Histo Cup Young Timer und Touring Kopen über drei Liter Hubraum. Der Hinweis wieder einmal für Sie. Sollten Sie Kinder mithaben, bitte Gehörschutz aufsetzen unter Umständen. Die Herrschaften sind ein bisschen laut. Nicht so laut wie die Eurofighter gerade, die in der Mittagspause hinausgeflogen sind, während hier ja zwingend Motorenruhe auf der Rennstrecke ist. Bei den Eurofightern macht das nichts. Wir müssen halt leise sein. So, Young Timer, Touring Kopen, über drei Liter Hubraum. Hätte ich auch wieder 26 Autos zu verkaufen. Im Livestream haben Sie das Ergebnis noch einmal eingeblendet. Wie gesagt, die schnellste Rennrunde, soweit ich das mitgekommen habe, war dann die 1.37.8.41 von Roman Pöllinger. Wie gesagt, die schnellste Rennrunde, soweit ich das mitgekommen habe. Das ist das Auto von Matzelberger. Das sehe ich auf einer der Streckenkameras, wird eingeschleppt. Matzelberger Auto herinnen, wird nicht mehr lange dauern, bis die Rennleitung den Vorstart freigibt. Im Histocup ist ja das so üblich, dass wir hinter dem Safety Car starten, also hinter dem Leading Car. Es wird keine stehenden Starts geben, sondern wenn wir rollen die Starts, damit sie da bei den Starts keine großartigen Dramen abspielen, vor allem damit sie zu Kollisionen kommen, wenn eines dieser doch etwas älteren Autos plötzlich nicht mehr so mag und ein hinterer Konkurrent sieht das nicht. Da will man natürlich die Unfallgefahr reduzieren. Wir wollen alle Spaß haben an unserem Hobby Motorsport. Bei uns geht es um nichts. Die Scouts der Formel 1 sind dieses Wochenende alle in Monte Carlo. Also da brauchen wir sich gar keine Gedanken machen, dass irgendwer kommt und sagt, dich hätte ich nächstes Jahr gerne in meinem Formel 1 Team. Und darum ist die Art und Weise, wie wir hier starten, die gesündere. Bei der BMW Challenge fahren wir vielleicht sogar unter Gelb durch die erste Kurve. Wir haben da so unsere Erfahrungen gemacht, weil wir schon einmal ein Rennen hatten, wo wir unmittelbar im Ausgang der Kurve 1 da oben bei der Tribüne bei Ihnen ja sieben Autos weniger im Rennen hatten und vier Autos weniger in der Rennserie, weil die waren so zerstört, dass man gesagt hat, die kannst du nicht mehr mehr herrichten. Am Leading Car, gesteuert von Stefan Friedl, sind die Lichter bereits an. Und jetzt wird das Feld vom Vorstartbereich aus losgelassen. Umfangreiches Feld mit 13 Startreihen. 26 Autos. Wenn Sie denn alle starten können, ich hoffe es heute, 1. Startreihe. Ja, das ist ein KTM und ein BMW. Rupert Atzberger und Daniel Keilwitz. 2. Startreihe. Max Kripp, reine Sample. 2 KTM. 3. Startreihe. Robert Brändli und Mike Trift. Ein Camaro. und ein KTM. In der 4. Reihe dann Bob Bau in Porsche und Gerald Hofer ebenfalls Porsche. Dann 5. Startreihe. Aki Acker und Oliver Michael. 6. Reihe Martin Oberndorfer, Daniel Büchi. 7. Startreihe. Helmut Pötzlsberger und Thomas Weberhofer. 8. Reihe. Gerhard Lindinger und Alexander Vogt. 9. Startreihe. Nein, das war eine 9. Reihe. Nein, 8. Reihe sind nämlich Weißenlehner und Arpard Wischokey. 9. Reihe Lindinger und Vogt. Und dann 10. Startreihe. Markus Fischer und Max Polzler. 11. Reihe. Clemens Drechsel, Hubert Auernik. 12. Startreihe. Kurt Geföller und Christoph Gürtler. In der 13. Reihe. Markus Eder und Sven Pott. So, einmal noch. Aufwärmrunde, also das Fahrzeug noch warm fahren. Eventuell die Bremse ins richtige Temperaturfenster bringen. Schauen, dass die Reifen so nah wie möglich dran sind an der richtigen Arbeitstemperatur. Es geht nicht nur mit Zick-Zack fahren, sondern da sind wir auch unterwegs mit linker Fuß leicht auf der Bremse und über die Bremse und über Bremsefelge praktisch den Reifen so von innen her aufzuwärmen. Geht ganz gut. Gibt es eigene Berechnungen dafür. Es sind sechs Seiten nur mit Formeln, wie man dann, ja, bei welchem Bremsverhalten die, oder sagen wir so, bei welchem Verzögerungswert, den man da vorgibt, praktisch die Kerntemperatur des Reifens und in welcher Zeit steigern kann. Schaut am Reißbrett dann immer ganz gut aus. Das muss man natürlich als Fahrer dann auch irgendwo umsetzen können und das ist eigentlich dann das Schwierige. Da reden wir aber nicht von unseren Piloten, die das zum Teil Hobby machen, die das, ja, einem Brotberuf nachgehen. Da ist niemand Profi-Rennfahrer. Wir haben bis jetzt ein Profi-Rennfahrer da dabei gehabt heute. Das war, na, da sind Sie da drinnen. Der ist da im Feld, das ist Daniel Keilwitz. Und alle anderen gehen aber einem Job nach. Alle anderen, ja, Malochen von Montag bis Freitag. Also den Montag jetzt nicht, weil Feiertag ist aber sonst immer. Und wenn Sie nicht einmal die Profis so perfekt hinkriegen, dann tust du dir natürlich als Amateur, dann, oder Hobbyfahrer eben auch relativ schwer aufpassen, fällt, nimmt die Formation ein. Einer piekt in die Box ab, wer immer das ist. Habe ich nur ganz hinten gesehen. Ein Porsche piekt schon in die Box ab, während das Feld hierher kommen können. Und los geht's. Keilwitz am Start von Max Kripp, glaube ich. Einkassiert worden, aber es wird da auf dem Berg jetzt Richtung Kurve 3 gleich wieder reparieren. Nein, nicht, weil... Attackiert Brändli nach Sample. So, was ist da jetzt passiert? Jetzt habe ich Max Kripp in Führung. Nein, falsch. Das ist ja der reine Sample, der da Vierter ist. Wie gesagt, die Autos von vorne am Bildschirm schwer zu unterscheiden. Der Mike Trift ist da hinter dem Daniel Keilwitz. Der ist da im Bild. Wie gesagt, der war schon einmal ADAC GT Masters Champion und der weiß ungefähr, wie es geht, aber... gegen die KTM ist es halt schwer. Auch mit der Alpina B6. Muss man aufpassen wegen der Track Limits, gell? Nicht, dass es dann irgendwann einmal Verwarnungen gibt oder gar Strafen gibt. So, Arzberger, Max Kripp, Keilwitz, Trift, Mike Trift, ja? Dann Brändli, Sample, Bob Bau, Hofer, Aki Acker, Michael, Oberndorfer, Weber, Pölzelsberger, Wischokai, Büchi, Fogt, Fischer, Weißenlehner, Geföller, Polzler, Drechsel, Gürtler, Riedweg, Pott und Eder. Hubert Auernik fehlt uns. Das hat aber zuerst eher nach einem Porsche ausgeschaut, was da reingefahren ist. Der Auernik ist da. Allerdings mit einem, naja, ich sag mal, verkühlt klingenden BMW. Werde sich Keilwitz hier noch mit. Mike Trift um den dritten Platz raufen muss. Dahinter, dann Sample und dann Brändli, da gab es auch den Positionstausch. Und Arzberger, der legt schon einen gewissen Respektabstand zwischen sich und seinen Verfolger. 2,6 Sekunden. Aufpassen, Mike Trift gegen Daniel Keilwitz. Durch diesen Zweikampf kommt der reine Sample näher an die beiden vor ihm. Und jetzt Mike Trift vorbeigegangen, den Alpina B6 am Berg hinauf einfach ausbeschleunigt. Auch dasselbe Spiel jetzt. Ui, da wird einer langsamer. Ist das der Max Grip? Da wird ein KTM langsamer. Max Grip müsste das sein. Damit ist der Kampf zwischen den drei in Deutschland der Kampf von Platz 2. Gelbe Flagge zwischen, auf der Schönberggeraden. Oliver und Michael haben wir da ein Bild gehabt im Kampf gegen Aki Aka. Ja, 1,31, 6,25, neu schnellste Rennrunde von Rupert Arzberger. Mike Trift, zweiter, reine Sample, dritter, Daniel Keilwitz, vierter. Safety Car kommt raus. Safety Car kommt raus. Ich weiß noch nicht genau warum. Vielleicht ist es auch wegen Max Grip. Wobei das Auto, als ich es zuletzt gesehen habe, fuhr in Fahrtrichtung nur langsamer werdend. Es ist nicht auch was. wegen dem Auto von Max Grip ist, jedenfalls haben wir momentan ein wenig Safety Cup. Mir fehlt nämlich sonst kein Auto, vielleicht liegen auch irgendwelche Teile auf der Strecke, das könnte auch sein, wir haben das zuletzt im Brünn gehabt, da haben wir absolut nicht ausmachen können, weshalb man das Safety Cup hinausschickt, bis dann plötzlich ein Streckenposten auf die Startziel gerade gelaufen ist, ein Teil, das von meinem Blickpunkt aus überhaupt nicht wahrnehmen war, ein Teil eines Autos dort weggezerrt hat und dann hat man das Rennen wieder freigegeben. Ja, so kommt der Stefan Friedl heute wieder auf Führungskilometer im Safety Cup. Für uns der Zeitpunkt, dass wir noch einmal hineinschauen in den Zwischenstand, Rupert Arzberger führt, als er noch vier Runden vor Mike trifft, dritter Reine Sampel, vierter Daniel Keilwitz, fünfter Robert Brennli, sechster Bob Bau, auf Rang sieben Gerald Hofer, achter Aki Acker, neunter Oliver Michael, zehnter Martin Oberndorfer, auf der Elf Thomas Weberhofer, zwölfter Daniel Büchi, dreizehnter Helmut Pötzlsberger, vierzehnter Abad Wischokai, fünfzehnter Alexander Vogt, sechzehnter Markus Fischer, Rupert Weißenlehner auf Rang siebzehn, achzehnter dann Kurt Pföller, neunzehnter Max Polzler, Alfons Riedweg, zwanzigster, 21. Clemens Drechsel, 22. Sven Pott, Markus Eder, na, irgendeinem Feldmann, Riedweg, zwanzigster Drechsel, 21. Gürtler, 22. 23. Sven Pott, 24. Markus Eder, 25. Hubert Auernick. Ja, und der Max Kripp, irgendwo da draußen. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso wir das Safety Car haben, vielleicht hat man auch das Auto von Max Kripp dann doch irgendwie in die Gänge bringen können, nachdem die Safety Car Entscheidung schon gefallen war. Ja, und der Max Kripp, irgendwo da draußen. Ja, und das auch nicht. Ja, und der Max Kripp, irgendwo da draußen. Hubert Auerig in die Box reingekommen, nachdem der BMW sich nicht mehr gut angehört hat. Also habe ich rechtzeitig abgestellt, bevor noch mehr kaputt wird, was immer da momentan die Ursache war für die seltsamen Geräusche. So, Safety Car geht wieder rein, Ampel wird auf grün geschalten und weiter geht's. Reine Sampel wird da am Start einmal überholt von Bob Bauer auf jeden Fall. Bob Bauer, Wahnsinn, Start, kämpft sich da in Richtung Rang 3 vor. Da gibt's einige Herrschaften, die nehmen eher die Außenlinie. Da wird die Rennleitung vielleicht noch drauf schauen, ob sich da irgendjemand einen Vorteil verschafft hat bei diesem Re-Start. Sampel gegen Maik Drift. Und Keilwitz wieder auf Platz 2 vorgefahren. Aber die zwei KTM, die werden halt schwer zu knacken sein. So, Maik trifft einmal vorbei an ihm. Reine Sampel, probiert's noch. Na ja, puh, ist wieder eine enge Kiste. Wie gesagt, reine Sampel. Ich habe es am Vormittag im Qualifying schon erwähnt. Wenn Sie es nicht gehört haben, ich wiederhole es gern noch einmal. Fährt ja nur mit den Händen. Ist ein Querschnitt gelähmt. Sitzt sonst im Rollstuhl. Und ja, nur mit den Händen. Ohne Füllstuhl, den Daniel Keilwitz da so in Bedrängnis bringen. Das spricht auch von einer gewissen fahrerischen Qualität und ist vorbei. Klar ist der KTM, dem BMW etwas überlegen. Keine Frage, da reden wir von der Technik. Ja. Aber du musst es einmal nur mit den Händen so hinkriegen. Aufpassen, Keilwitz wird jetzt auch attackiert vom Bobbau. So. Vorderweg, Arzberger, zweiter Sampel. Na. Vorderweg, Arzberger, zweiter Drift, dritter Sampel. So, Entschuldigung. Dann vierter Keilwitz, fünfter Bobbau. Der sich aber auch immer wieder breit macht im Rückspiegel von Keilwitz. Özell. Wenn der seine Daumenor vende, fahren wir hier. So, vorneweg auf den ersten drei Plätzen die KTM GTX von Atzberger trifft und Sample. Dann Keilwitz, Bob Bau, Hofer, Aki Acker. Ja, Hofer hat sich da beim Restart ganz gut positioniert, ist da relativ weit nach Folge gekommen, bekommt jetzt da wieder Druck von Aki Acker. Hinter den beiden dann Oberndorfer und Oliver Michael. Oberndorfer im Ferrari, Michael im Porsche. Porsche und Ferrari nebeneinander auf der Schönberggeraden. Und der Ferrari nach vorne. Hat nur kurz im Bild den Zweikampf von Platz 10 zwischen Thomas Weberhofer und Daniel Büchel. Wieder Porsche gegen Ferrari und jetzt ist er durch. Ach, Aki Acker auf Rang 7 wieder und Martin Oberndorfer 8er. Oliver Michael. Eieiei. Weit rausgetragen. Abbau, Kurve 1, die weite Linie gewählt. Man kann sagen, auch die Kängurulinie, weil es ihn dann doch ziemlich aushebt über dieses Sausage-Kerbs. Und ordentlich durchschüttelt. Daniel Keilwitz unter Druck von Bob Bau. Der Arzberger mittlerweile knapp vier Sekunden Vorsprung. Einzige momentan, der unter 1,32 fährt. Zweitermag trifft, dritter eine Sample. Neue, schnellste Rennrunde. 1,31,171 für Rupert Arzberger. Ja. Achtzehnhundertstel muss er noch finden. Dann ist er der erste unter 1,32. Was fährt der Rest? Trifffahrt 1,32,5. Sample 1,32,6. Weißenlehner hat Pötzlsperger überholt. Im Kampf von Platz 15 und 16. Im Kampf vom Kalitengerimmer. Im chOP Russell. Au kräfer bluez� veterans. Im Kampf vom richtigen Schlage ber patriarch. In der Situation nur condemn wir das Auto einbrem女. Im Kampf vom früchten Sägen. Im Kampf derl whatsoever. Im Kampf den Windräder durchzusichnasium. Im Kampf von Platz 15 und 16. urousm зд admitting Wärme. Im Kampf von Platz 15, pardon und nach ein Kazrem Europas dicen gehen. 4 Minuten 50 geht es noch. Das wird spannend, aber könnte es sich ausgehen, dass da sogar noch insgesamt 4 Runden zu fahren sind. Der Keilwitz mittlerweile hinter die Porsche von Poppa und Aki Aka zurückgefallen. 3 Minuten 30 noch zu fahren. So, der Führende ist durch. Hier könnte es sich knapp ausgehen, dass Arzberger noch 3 Runden fahren muss. Das Sample wird zwar schneller, das reicht aber nicht. 1,9 Sekunden sein Rückstand diese Runde, aber nur um 2 Hundertstel schneller als Mike trifft. Die KTM GTX in einer eigenen Klasse. Keilwitz von dem ganzen Porsche verhaftet, bremst hier wirklich spät, trifft die Linie dann schon fast nimmer mehr. Und kann das Tempo der Porsche vor ihm nicht mehr mitgehen. Fährt nur noch 1,38. 1,32. Da meine Schau im Qualifying-Fuhrer 1,32.3. Also da hat es sicher irgendwas. Ich glaube nicht, dass er in der Mittagspause das Fahren verlernt hat. Schauen Sie mal, die Linie ist auch nimmer mehr die, die man sonst von ihm kennt. Herr Arzberger, das kommt jetzt drauf an. Ist es die letzte oder die vorletzte Runde? Es geht sich ziemlich genau aus, dass er hier bei 0 vorbeikommt. Außer er lässt ein bisschen nach. Vorsprung hätte er 7,2 Sekunden. Also das Portfolio hätte er. Gut, zuletzt 1,31.6. So, das ist jetzt die Frage. Geht er sich aus mit der Uhr oder nicht? Muss er noch eine Runde fahren dann? Oder ist das seine letzte Runde? 10 Sekunden noch auf der Uhr. Da kommt Arzberger. Eine Runde geht's noch. Eine Sekunde vor Ablauf, ich habe mir das gedacht, dass das ganz, ganz eng wird, weil ich mir seine Rundenzeiten angeschaut habe. Arzberger, diese Runde muss er noch fahren. Damit für alle anderen auch noch eine Runde. Könnte die Chance sein für Oliver Michael gegen Gerald Hofer. Die sind wir noch eine halbe Sekunde getrennt. Und auch noch Markus Fischer gegen Abarth Wischokai. Da schauen sie nebeneinander, die beiden BMW. Bischokai und Fischer, so geht's in die letzte Runde hinein. Aufpassen, Kurve 1. Ja, da passiert aber einmal nix. Fischer mit M3. M3, E46, so. M3 habe ich mir ja schon bei noch gesagt. Gegen den M4 GT4 von Abarth Wischokai. Gekämpft wird um Platz 13 und 14. Jetzt ist er da. Sieg für Rupert Arzberger. Zweiter Mike trifft. Dritter Rheinis Ampel. Dann Bob Bau, der sollte seinen Vorsprung gegen Aki Acker ins Ziel retten können. Schauen wir mal. Schaut gut aus für ihn. Bob Bau auf Rang 4. Aki Acker auf dem fünften Platz. Gerald Hofer, Sechster. Er hat sich gegen Oliver Michael noch wehren können. Der liegt auf Rang 7. Und Achter Daniel Keilwitz. Mit Rundenzeiten, die nicht dementsprechend, was wir ihm eigentlich vom Qualifying her zugetraut hätten. Ich gehe also davon aus, dass es eher ein technisches Problem ist. Martin Oberndorfer auf Rang 9. Zehnder Daniel Büchi. Dann kommt der Thomas Weberhofer. Ja, der Markus Fischer, der versucht da sogar noch Alexander Vogt zu kriegen. Gelingt ihm nicht mehr. Thomas Weberhofer auf Rang 11. Zwölfter Alexander Vogt. Dreizehnter Markus Fischer. Vierzehnter Abarth Wischokai. Auf der 15. Rupert Weißenlehner. Sechzehnter Helmut Pötzlsberger. Wir warten nur mehr auf die zwei KTM von Max Polzler und Clemens Drechsel. Dann haben wir alle im Ziel. So, jetzt haben wir es alle. Ganze Feld abgewunken. Und Rupert Arzberger gewinnt also vor Mike Trift. Und reine Sample. Bob Bau auf Rang 4. Aki Acker, Fünfter Gerald Hofer, Sechster Oliver Michael, Siemter Daniel Keilwitz auf Rang 8. Neunter wird Martin Oberndorfer, Zehnter Daniel Büchi. Elfter dann Thomas Weberhofer, Rang 12 geht an Alexander Vogt. Dreizehnter Markus Fischer, Vierzehnter Abarth Wischokai. Fünfzehnter Rupert Weißenlehner. Helmut Pötzlsberger auf Rang 16. Siebzehnter Max Polzler. Achtzehnter Clemens Drechsel. Neunzehnter Christoph Gürtler. Zwanzigster Sven Bott. Markus Eder wird als 21. gewertet. Kurt Geföller kam schon früher in die Box. Genauso wie Robert Brändli, Alfons Riedweg, Hubert Auernik und Max Grip. Wobei Riedweg und Max Grip, die fehlen mir, also die kamen nicht in die Box. Die sind einfach irgendwo da draußen verschwunden. Geföller, Brändli und Auernik haben ihren in der Box beendet. Geföller, Brändli und Auernik. So, wir wechseln dann gleich zu den Einbäumen wieder. Jetzt zu den Formel Renault 2.0. War in den letzten beiden Jahrzehnten eine beliebte Nachwuchsklasse. Ist sie eigentlich noch immer. Und jetzt kommen diese Autos heute schon langsam in unseren Zirkus an. Man kann es uns da eigentlich nirgends mehr großartig reden fahren damit. Formel Renault 2.0 habe ich dann 14 Autos für Sie. Im Livestream sehen Sie noch einmal das Ergebnis eingeblendet. und in die Zukunft. So, ich bin ja auch mit der Ich bin ja auch mit der Ausgabe. So, ich bin ja auch mit der Ich bin ja auch mit der Ausgabe. So, Boxmauer bitte verlassen, wie vor jedem Start, bitte von der Boxmauer runtergehen, Dankeschön. So, die Autos sind auch geborgen, ich gehe davon aus, dass es in wenigen Augenblicken losgehen wird. So, die Autos sind auch geborgen. So, die Autos sind auch geborgen. Am Leading Car bei Stefan Friedl sind die Lichter bereits an. BMW Premium Selection stellt uns ja dieses Fahrzeug zur Verfügung, das wir als Leading Car und Safety Car verwenden. Dann haben wir übrigens hier im Fahrradleidgang auch einen Stand, wo man sich erkundigen kann, wie das so ausschaut mit der BMW Premium Selection. So, los geht's. Startausstellung für das Rennen der Formel Renault 2.0. Auf der Pole Position Dominik Markholm. Zweiter im Qualifying war Michael Fischer. Die zweite Startreihe teilen sich dann Adam Kovac und Michael Küffer. Dritte Reihe Josef Brandstetter und Markus Leidinger. Vierte Reihe Jürgen Berger und Thomas Hoffmann. Martin Johann Kostal und Alexander Fritz sind in der fünften Reihe aufgestellt. Sechste Startreihe Leopold Matuschek und Norbert Lenzenweger. Und siebte Reihe Karl-Heinz Matzinger und Falk Schwarze. Wir haben in dieses Feld auch einen Sportprototypen eingebaut. Der Hintergrund war einfach, ja, es sind die Geschwindigkeitsunterschiede, die das immer wieder ausmachen, wo man dann sagt, okay Gott, pass auf, den stecken wir woanders rein, der passt nicht in das andere Feld hinein, das wird uns zu gefährlich. Und da hat eben der Veranstalter gemeinsam mit der Rennleitung entschieden, dieses Auto in dem Feld starten zu lassen. So, wir warten, bis die Herrschaften Richtung Startziel kommen. Am Hügel vor der Jochen-Rind-Kurve tauchen sie bereits auf. Da ist die Formation schon eingenommen. Dominik Markholm und Michael Fischer in der ersten Reihe. Dahinter Kovac und Küffer, dann Brandstetter und Leidinger. Brandstetter, der gestern noch nicht weit kam, hat sich in der ersten Runde gleich hinausgedreht. Achtung, Feld kommt, Ampel noch rot. Gön. Fischer die Nase vorn, Fischer die Nase nach vorn, aber Markholm da offensichtlich auf der besseren Linie. Ja, ja. Und da versucht sich Kovac gleich an Fischer vorbei zu arbeiten. Gelingt ihm im Moment nicht. Gelingt ihm im Moment nicht. Hier ja auch zwei Klassen in der Formel Renault, nämlich Periode 1 und Periode 2. Periode 1 sind die Autos, die noch handgeschalten werden, also wirklich, wo man noch einen Schaltstock hat. Ui, da war schon einer im Schotter draußen, durfte oder das Auto, so wie es ausgeschaut hat, wieder erfangen haben. Spitze hier bei Startziel. Vierzehnter Titz. Alexander Fritz fällt mir noch, vielleicht war der das, der da im Schotter war. Ja, da kommt in die Box herein. Alexander Fritz bringt sein Auto in die Box herein. Auch einer auf Abwägen. Nicht erkennen können jetzt genau, wer das war. Fischer dreht sich da. Nehmen wir mal an, dass das Fischer weiß. Ganz sicher bin ich mir nicht. In Kurve 4. Na, Fischer war es nicht. Herr Leidinger eventuell. Schwert, das war Leidinger. Dürfte Leidinger gewesen sein, der sich da gedreht hat. Nein, nein, Fischer fährt. Ja, der wird gerade attackiert von Kovac. Fischer ist da. Bekommt Druck von Kovac. Wir sehen da noch einmal den Dreher von Leidinger im Replay. Kostal weicht da rechtzeitig aus. In den Schotter. Viel mehr Möglichkeiten hätte es für den Tschechen nicht mehr gegeben. Markholm, Fischer, Kovac. Ja, weißes Auto und es war momentan nicht zu erkennen, wenn es da erwischt. Aber es war Leidinger, der sich da weggedreht hat. Aber wieder unterwegs ist. Da hat jetzt ein bisschen was vor. In den nächsten 17,5 Minuten. Markus Leidinger. Da vorne wird er definitiv nicht mehr mitspielen. Da kommt Markholm. Startziel vorbei. Verfolgt von Fischer, der den Atem von Adam Kovac in seinen Nacken spürt. Brandstädter hat Marzinger überholt. Marzinger im Wolf GB08 Sportprototypen unterwegs. Durch diesen Zwischenfall relativ weit nach vorne gekommen. Kostal an Falk Schwarze vorbeigegangen. Ja, das war auch in dieser Geschichte, wo Kostal über den Schotter ausgewichen ist. Um Leidinger nicht zu treffen. Und, ja, Schwarze am Asphalt blieb. Ist aber in dem Sinn kein Überholen. Man muss ja wirklich dann sagen, okay, gut, da hat jemand versucht, einen Unfall zu vermeiden. Der andere ist dann kurz stehen geblieben. Und damit sollte das eigentlich in der Rennleitung zu keinerlei Problemen führen. Kovac macht Druck auf Fischer. Anfall Trinkurve, na geht nicht. Markholm vorneweg. Dann Fischer und Kovac. Die 103 gegen die 104. Ja, da muss er jetzt schon. Kampflinie fahren. Undercut. Von Kovac. Und damit jetzt einmal an Fischer vorbei. Von der Klassenwertung her müsste es Fischer eigentlich egal sein, soweit ich das mitwirkt habe. Ich glaube, die von den unterschiedlichen Klassen, Fischer und Kovac. Kovac. Markholm hat bei uns die Stunde des Zweikampfes hinter ihm natürlich genutzt. Und hat mittlerweile zuletzt, wenn es 4,4 Sekunden Vorsprung ist, sind es wahrscheinlich noch mehr, wenn er hier vorbeikommt bei mir. Ja, 5,4. Ja, der Kampf Kovac gegen Fischer ist auch ein Kampf. Der Kampf um den Klassensieg bei den Periode-1-Fahrzeugen. Und da hat Kovac momentan die Nase vorn. Der Ungar. Also vor dem Mödlinger. Der Kampf um den Klassensieg bei dem Mödlinger. Der Kampf um den Klassensieg bei den Klassensieg bei dem Mödlinger. Da haben wir ein Postal im Bild. Der gegen Norbert Lenzenweger kämpft. Brandstetter und Matuschek. Das ist Matzinger mit dem Wolf GB08. Mit dem er in diesem Feld mitfahren muss. Und da Dominik Markholm, der das ganze überlegen anführt. Er muss nur aufpassen, dass er sich die Bremspunkte nicht zu sehr einprägt mit dem Formelauto. Weil er steigt unmittelbar nach diesem Rennen in seinen Ford Escort um. Und fährt das Rennen der historischen bis 3 Liter Hubraum. Und da ist ihm gestern was passiert. Plötzlich hat er den Bremspunkt gewählt, so wie er ihn mit dem Formelauto wählt. Da ist der Rauch aufgestiegen. Vor der Kurve 4, vor der ehemaligen Bosch-Kurve. Hat es einmal furchtbar geraucht. Da hat er sich ganz gewaltig verbremst. Weil der Escort natürlich ganz andere Bremspunkte verlangt als der Formel Renault. Lenzenweger 2 Positionen verloren gegen Kostal und gegen Hoffmann. Geht um die Plätze 8, 9 und 10. Kovac, so scheint es mir, kann eine Spur schneller fahren als Fischer. Nicht in jeder Runde. Die letzte Runde war Fischer wieder um, ja, nicht einmal 5 Hundertstel schneller als Kovac. Neue schnellste Rennrunde Dominik Markholm 1, 33, 9, 90. Neue schnellste Rennrunde Dominik Markholm 1, 33, 9, 90. Und der führende, die schnellste Rennrunde Adam Kovac 2, Michael Fischer 3, Michael Küffer auf Rang 4, 5. Karl-Heinz Matzinger. Sechster, sechster Josef Brandstetter. Siemter, Leopold Matuschek. Martin-Johann Kostal ist achter. Neunter, Thomas Hoffmann. Zehnter, Norbert Lenzenweger. Auf Rang 11 dann Falk Schwarzett. Zwölfter, Jürgen Berger. Dreizehnter, Markus Leidinger. Vierzehnter, Christoph Titz. Und nicht mehr im Rennen, also momentan, aber nicht draußen in der Box, sondern Alexander Fritz. Wir sind bei Fischer, der schön langsam Runde für Runde ein bisschen abgehängt wird von Adam Kovac. So, zwischendurch eine interne Durchsage, Achtung, Fahrerlager Achtung, Boxengasse. Drei Herrschaften, die bitte ihren Transponder zurückgeben mögen. Jetzt die Nummer 435, Rita Busch. Den Transponder bitte zurückbringen. Dann Nikolai Tarkhev, bitte den Transponder zurückbringen. Und der Hubert Auernik auch, bitte den Transponder zurückbringen. Dankeschön. So, Schwarze gegen Berger. Kampf um Platz 11 um 12. 18 Hundertstel war es hier bei Startziel zuletzt. Falk Schwarze im eher rötlichen Formel Renault gegen Jürgen Berger. Markholm, Kovac, Fischer, da ändert sich nicht viel Fischer mittlerweile eine Sekunde Rückstand auf Kovac. Was ist nicht mehr wichtig? Dankeschön. nach einer Zwischenzeit. Das ist nicht immer wichtig. Das ist nicht los, der Safran von Jürgen Berger. Postalverfolg von Hofmann Jürgen Berger hängt nach wie vor hinten dran bei Falk Schwarze Aufpassen bei der Anfahrt zu Kurve 3, ganz oben am Berg Passiert aber nix Fischer letzte Runde wieder drei Zehntel aufgeholt auf Kovac Abstand bleibt bei 1,0 Sekunden So ähnlich wie bei Postal gegen Hofmann Da sind es 1,1 Sekunden Aber Schwarze gegen Berger Das sehen wir hier im Bild im Livestream Da ist man gerade in den beiden Linkskurven im Infilt Dort ist der Abstand noch geringer Drei Minuten 35 geht's noch Aufpassen auf Berger Bei der Anfahrt zur Nikolauder Kurve Kurve 1 Seht sich nicht aus Das ist McCollum, der hat noch drei Minuten zu fahren Wenn er so weiterfährt wie jetzt Ja, das wird, ja, werden es jetzt quasi nachher dann noch Und so ausgeht, dass er nachher noch eine fahren muss Obwohl er einen Vorsprung von zehn Sekunden hat Vielleicht macht er auch ganz bewusst ein bisschen langsamer Weiß nicht, wie weiter informiert ist Wie es um ihn steht Könnte locker und lässig fünf Sekunden in der letzten Runde verlieren Um so ins Ziel zu kommen, dass er nicht noch eine Runde fahren muss Ist ja Letzte Runde wieder ein paar Hundertstel aufgeholt Da mit dem Abstand Ja, er ist noch irgendwann bei 1,5 Sekunden Während Hoffmann mittlerweile schon 1,4 Sekunden Rückstand hat auf Kostal Aber bei Schwarze gegen Berger Da geht's ganz, ganz eng zu Das waren zuletzt 135.000 hier bei Startziel Ja, wenn er letzte Runde jetzt ein bisschen nachlässt Dann geht er sich aus Wenn er richtig Gas gibt Muss er noch eine Runde fahren Kovac und Fischer sind weit genug weg von ihm Kovac und Fischer sind weit genug weg von ihm Kovac und Fischer sind weit genug weg von ihm Kovac und Fischer 10,6 Sekunden Kovac und Fischer sind weit genug weg von ihm Lass gesagt hinzu Lass happend So, Berger, Schwarze fehlt. Falk, Schwarze fehlt. Was wird da passiert sein? Und Marc Holm, ja, es ist sich ausgegangen, hat nachgelassen. Gratulation, Dominik Marc Holm, während wir auf der Suche nach Falk, Schwarze waren, ist Dominik Marc Holm ins Ziel gekommen. Als erster, zweiter Adam Kovac, dritter Michael Fischer, die sind schon da. Es ist sich wirklich auf die Sekunde genau ausgegangen. Vierter Michael Küffer. Dann dauert es ein bisschen, bis der Karl-Heinz Matzinger hier vorbeikommt. In seinem Wolf-GB08-Sportprototypen. So, da ist der Karl-Heinz. Dann kommt der Josef Brandstetter. Während Markus Leidinger sein Auto gleich in die Box hereinbringt, werden auch noch Matuschek, Kostal und Hoffmann abgewunken. Warten wir noch am Norbert Lenzenweger. Und auf Jürgen Berger, dann haben wir sie alle im Ziel. Da kommt der Norbert. Dann der Jürgen. So, alle da. Dominik Marc Holm gewinnt dieses Rennen. Also vor Adam Kovac. Dritter Michael Fischer. Vierter Michael Küffer. Auf der Fünf Karl-Heinz Matzinger im Sportprototypen. Sechster Josef Brandstetter. Siebter Leopold Matuschek. Achter Martin Johann Kostal. Neunter Thomas Hoffmann. Zehnter Norbert Lenzenweger. Elfter Jürgen Berger. Zwölfter Falk-Schwarze. Dreizehnter in der Box. Markus Leidinger. Da gab es ja den Dreher gleich zu Beginn. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen ohne den Dreher. Christoph Dietz als Vierzehnter abgewunken. Und Alexander Fritz schon nach einer Runde in die Box hineingefahren. Das ist das Ergebnis des Formel-Renault-Rennens. So, jetzt müssen wir dem Dominik Marc Holm kurz eine Verschnaufpause gönnen. Sein Auto wird schon am Vorstart stehen. Es geht gleich weiter mit dem Rennen der historischen bis drei Liter Hubraum. Histo Cup Anhang K und Spezial-Turnwagen bis drei Liter Hubraum wird es in wenigen Augenblicken geben. gut. ẳng Kiano shotsagen bis drei Liter Hubraum. Satu Kboll. Vielen Dank. 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 So, am Liedern-K sind die Drehlichter oder die Blitzlichter wieder eingeschalten am Dach, die gelben. Das wird in wenigen Momenten losgehen mit der Einführungsrunde für das Rennen der historischen bis 3 Liter Hubraum nach Anhang K und Spezialtourenwagenregelma. Also, das muss man kurz der Unterschied erklärt. Der Diffuser montieren. Bestes Beispiel der Polsetter, der ist ein Auto, dereten im Hintergrund, der das ist ein Auto, der ist ein Dubendrunker, der es hat einen Heckflügel. Das ist der erste Unterschied einmal. Dann haben wir natürlich noch ein paar andere Sachen. Wie auch dann erkennen Sie Anhang-K-Fahrzeuge? Anhang-K-Fahrzeuge erkennen Sie daran, dass die Startnummern rund unterlegt sind. Recht viel haben wir leider eh nicht mehr mehr. Das meiste ist schon STW. Der Hintergrund ist es dann nicht unbedingt, dass die Leute nicht mit so altem Zeug fahren wollen, sondern dass das alte Zeug einfach nicht mehr leicht zu kriegen ist. Wer sowas schon noch kann, das ist zum Beispiel das kleinste Fahrzeug im Feld. Das ist der Puch 650 von Bernhard Deutsch. Der hat eine der größten Puch-Sammlungen Österreichs zu Hause. Also da finden Sie immer noch Ersatzteile in irgendeinem der Regale. Das muss ich Ihnen vorstellen, ich war dort einmal auf Besuch. Das ist eine Riesenhalle und da werden die Stapler, die Puchs in die Regale geschlichtet. So viel hat er. Nur, dass Sie sich ungefähr Vorstellungen machen, mit was für Menschen Sie es hier zu tun haben, die da im Kreis fahren. Das selbe bei den Minis, also vielleicht nicht mit Halle und Stapler. Ich war noch nicht bei ihm, haben wir mit dem Auto, mit der Nummer 1, mit dem Thomas Kaiser, mit dem Mini. Da wird auch immer wieder Minimäßig irgendwo noch gebastelt und geschraubt und zusammengestoppelt, damit man ja im Bereich Anhang K bleiben kann, damit man da auf jeden Fall auch Motorsport noch betreiben kann mit dem Mini. Von daher ist es also eine etwas diffizillere Aufgabe, schon einmal überhaupt ein rennfertiges Auto zusammenzubringen nach diesem Reglement. Wird immer schwerer. Die Altersbegrenzungen werden zwar aufgelockert, aber deswegen wird es nicht unbedingt leichter. Leichter ist es dann natürlich im Bereich Spezialtourenwagen. Da darf man schon größere Bremsen montieren, da darf man andere Reifendimensionen fahren etc. Als eben damals gefahren wurden. Und deswegen finden Sie so wenige Anhang K-Fahrzeuge. Mittlerweile fällt Ihnen vielleicht auf, sind da auch einige 325er BMWs dabei. Sogar einer, der dann in der Challenge wahrscheinlich auch mitfährt. Das ist der Franz Leitner. Ja, es ist ja so, die E30 BMWs sind so alt, dass sie auch schon im historischen Feld mitfahren können. Oder ja, alle die sagen, das gibt es ja nicht, sollten einmal nachschauen in Ihrem Ausweis aufs Geburtsdatum. Vielleicht sind Sie dann alt geworden mit der Zeit und fühlen sich aber nicht so. Und genau das ist es dann, was uns dann überrascht, wenn plötzlich solche Autos in so einem Feld mitfahren. Weil der Zahn der Zeit schreibt auch bei den Reglements mit. Gut, schauen wir in die Startaufstellung noch hinein, bevor es losgeht. Alexander Pappberger, wie gesagt der Eskort mit dem Heckflügel, auf Startplatz 1. Neben ihm Franz Josef Stopper im BMW. Auf Startplatz 3 Dominik Markholm. Den haben wir gerade noch das Formelrennen gewinnen sehen. Neben ihm Elmar Eifert im BMW. Dann Michael Steffny und Franz Leitner in der dritten Startreihe. Thomas Lehner, Klaus Holzinger in der vierten Reihe. Fünfte Startreihe. Dann Peter Pöschl und Günther Stephan, sechste Reihe. Peter Jeitner, Werner Grotsche, siebte Startreihe. Wolfgang Kriegel, Thomas Kaiser, achte Reihe. Herbisen, Bernhard Deutsch, neunte Startreihe. Peter Lüthi, Andreas Wechselberger. Wobei der Andi nicht dabei ist, der ist ausgerollt. Den sehe ich hier nicht am Ende des Feldes. Feld kommt. Grün. Das war ein bisschen Unordnung, aber ja, war eh der Chef mit dabei. Der Michael Steffny war eh mit dabei. Da schauen wir mal. In die Kurve 1 hinauf. Markholm. Hinter, im Moment, Hinterstopper. Während Pappberger vorne wegfährt. So, jetzt den richtigen Bremspunkt erwischen. Dominik. Jawohl. Wie gesagt, beide Male vom Formelauto direkt in den Turnwagen. Und der noch Anhang K ist, also da ist nichts mit verbessert gegenüber früher. Leitner gegen Lena. Einfahrt, Kurve 4. Leitner vorne. Ja. Der Tom Leitner. Der Tom Lena da. Ein super Start erwischt. Prügelt sich da auch mit Michael Steffny herum. Ob ich da grundsätzlich aufpassen, abgesehen darf, wo der Steffny der Chef ist. Der hat früher Eishockey gespielt. Der hält da ein bisschen was aus, glaube ich. Ja, Lena an Steffny vorbei. Da ist auch der Elmar Eifert schon an Steffny dran. Marc Holm in der Rindkurve weit draußen. Zielkurve wieder weit draußen gewesen. Und damit Stopper auf Rang 3. Leitner, 4. Leitner, 5. Leitner, 5. Der Herford, weil das nach den Klassenpunkten gewertet wird. Aber das Auto hat nur 650 Kubik. Also dementsprechend tut es in diesem Feld natürlich nicht sehr viel mit nach Vorfahren beziehungsweise Richtung Gesamtsicht auch nur schielen. Stephanie gegen Eifert. Schaut sich der Tom Lehner im Rückspiegel an. Und der Peter Pöschl durch die Windschutzscheibe. Mark Holm unter Druck von Stopper. Raucht wieder rechts hinten bei Elmar Eifert. Schaut aus, als würde da ein Rad schleifen. Rechts hinten und zwar nur in den Linkskurven. Also dürfte ein Federwegsproblem sein. Nachdem Eifert aber Anhang KV hat wieder kein Gewindevorwerk drinnen haben. Aufpassen, Stephanie versucht auf Tom Lehner loszugehen. Muss seinerseits aber wiederum vorsichtig sein, dass er nicht von Elmar Eifert verhaftet wird. Naja, da ist schon neben ihm der Elmar. Das waren gerade einmal 13.000. 13.000 bei Startziel. Huh. Ah ja, Eis hat die Spülerhaltung. Mark Holm bedrängt von Stopper. Hat's kurz geraucht, weil mir war nicht sicher, ob das nicht nur ein leichter Verbremser war. Nein, nein, da vorn steigt der Rauch auf. Da vorn steigt der Rauch auf bei Dominik Mark Holm. Nein, Babberger ist das. Babberger, das haben wir so nicht mehr gesehen. Ich hab nur mehr die zwei Autos gesehen. Babberger, der Führende, rollt aus mit rauchendem Motor. Ja. Steigt aus. Fahrer selber ist in Ordnung. Wir haben natürlich die Verschmutzungsflagge draußen. Ölflagge heißt sie umgangssprachlich. Ich sehe da jetzt noch auf der Streckenkamera ein bisschen hin. Ist momentan die Motorhaube heruntergenommen. Streckenbosten sind dort mit Feuerlöscher. Ich glaube, das ist aber nicht notwendig. Babberger, ausgeschieden. Zwei Runden ist das gut gegangen gegen Dominik Mark Holm. Und dann mit einem, ich nehme mal an, Motorschaden ausgeschieden. Ah ja, ich sehe es auf der Streckenkamera, der hat dort noch eine Mörderspur gezogen. Ich hoffe, er hat die Strecke nicht zu sehr verschmutzt. Steffny gegen Lena. Das ist der Kampf von Platz vier. Mittlerweile Platz vier. Klaus Holzinger spielt mir auch. Mark Holm erster Stopper, zweiter Leitner, dritter. Und Mark Holm, der bekommt natürlich gewaltig Druck von Leitner, Entschuldigung, vom Stopper. Eine Sekunde Abstand. Da haben wir noch einmal in der Wiederholung. Schauen Sie, ja, das Ende eines Ford-Motors da muss, weil er natürlich rausfährt. Dominik Mark Holm noch eine Blockadebremsung hinlegen. war aber die für den Gesamtreennverlauf beste Variante. Der Dominik Mark Holm wird sich denken, grauslich, vor mir muss der jetzt dann da umschneiden. Deswegen die leichte Blockadebremsung. Bei Mark Holm dafür hat er die Führung geerbt. Mit einer Sekunde Vorsprung auf Franz Josef Stopper. Und Stopper ist schneller als Mark Holm in den Sektoren. Dritten Sektor dann nicht. Dann Leitner, dann Steffni, dann Lena. Der Michael Steffni im Bild, der sich von Lena lösen konnte und jetzt Jagd auf Franz Leitner macht. Wir waren aber in dieser Runde gleich schnell. Da war nur eine tausendste Differenz zwischen Leitner und Steffni. Mark Holm kann Stopper nicht aus seinem Rückspiegel schütteln. Der Ford Escort Mark II sagen wir mal so, ja, ist sein Ende der 70er, Anfang der 80er gegen den BMW E30. Da bewegen wir uns in den 80ern. Komplett unterschiedliche Konzepte, Antrieb auf der Hinterachse, der eine hat den Motor, also beide haben sie den Motor vorne, aber doch anders ausgewogen, der E30, der sollte ja in seiner Laufbahn wirklich Motorsport Geschichte schreiben. Leitner sieht, was da auf ihn zukommt, versucht sich da nach vorne von Steffni zu lösen. Abstand zwischen den beiden nur noch sechs Zehntelsekunden. Es geht um Gesamtrang drei. Mark Holm unter Druck von Stopper. Das sind sieben Zehntel zwischen den beiden, also Kampf um Platz eins und zwei. Genauso spannend wie der Kampf um Platz drei und vier jetzt hier im Livestream zu sehen. Und auch der um fünf und sechs, das sind lauter Pärchen Streitigkeiten da. Lena gegen Eifert. Die waren überhaupt am Zielstich nur durch elf Hundertstel getrennt. Ich bin die , Marc Holm gegen Stopper. Abstand 45, Hundertstel, Stopper macht sich im rechten Rückspiegel breit. Das deutet einmal an. Schau, leichtes Übersteuern im Kurvenausgang bei Marc Holm. Steffny an Leitner vorbei. Steffny jetzt dritter, Leitner vierter. Aufpassen, was macht. Stopper. Lena gegen Eifert. Stopper und Marc Holm nebeneinander. Die Schönberg gerade hinunter. Stopper die Nase vorne zunächst einmal. Ja, ja. Kurve vier gehört Franz Josef Stopper. Der führt hier. Ist natürlich motiviert bei ihm zu Hause in der Steiermark. Verfolgt von Dominik Marc Holm. Der lauert natürlich auf eine Konterchance. Neun Minuten geht's noch. Marc Holm im Moment im Windschatten von Stopper. Rindkurve, Zielkurve. Dann geht's auf die Gerade. Da glaube ich fast, dass der BMW und der Ford eher ebenwürtig sind. Naja, das ist nicht viel. Es ist ein bisschen was. Knappe Vierzehntel, die der Franz Josef Stopper jetzt vorne ist. Wenn er eine saubere Fahrt hinlegt, gehe ich davon aus, dass er das hinkriegt. Blaue Flaggen für Peter Lüthi. Nachher, wir sehen wir das, glaube ich. Stopper mit Marc Holm im Genick. So richtig lösen kann er es nicht. Allerdings leichtes Übersteuern ist wieder bei Marc Holm. Beim Einlenken in Kurve vier. Das kostet wieder ein, zwei Meter. Die auch der Windschatten dann wieder schwächer wird. Andererseits, er fährt das Rennen jetzt im Moment, da um die Position im Rennen, fordert gegen den Franz Josef Stopper, im Hinblick auf die Anhang K-Meisterschaft, kann er den Franz Josef Stopper ruhig ziehen lassen. Der nimmt ihm keine Punkte weg. Der Klassensieg wird ihm bleiben und die Punkte werden dem Dominik Marc Holm auch bleiben. Von hinten droht auch keine Gefahr. Michael Steffny, 15,7 Sekunden hinter Marc Holm. Ich kenne den Dominik doch schon einige Zeit. Der ist Rennfahrer. Der sieht ein Auto vor ihm. Der sieht ein Auto, das er schlagen könnte. Und das probiert er auch. Ja, neue schnellste Rennrunde. Dominik Marc Holm, 1,53, 1,21. Ja, das war jetzt dann aber schon ganz knapp vor dem Übertreiben. Ausgangskurve 1 über die Sausage-Körbs drüber. Auto unruhig geworden, kurz aus der Kontrolle verloren, wieder eingefangen. Attacke, na, geht sich nicht aus. Gegen Stopper. Boom, enge Geschichte. Ganz tolles Rennen, das die beiden da abliefern. Mit Autos aus, naja, man kann sagen, unterschiedlichen Epochen. Der 2er-Eskort gegen den E30-BMW. Verbremst sich schwer jetzt. Ah, wieder verbremst. Und in den Kies hinaus. Es steckt da draußen. Dominik Marc Holm. Abgeflogen in der Rauchkurve. Verbremst sich und... Dann war er draußen. Raus aus dem Auto. Auto steht. Ich nehme einmal an. Wir kriegen ein Safety Car. Ja. Safety Car kommt. Auto muss geborgen werden. Hat sich plötzlich verbremst. Schaut einmal nach. Ich glaube, das schaut eher so aus, als hätte sich nicht er verbremst, sondern wäre irgendwas an der Bremse. Weil er schaut da verzweifelt beim rechten Vorderrad. Da vorne ist natürlich alles heiß. Da brauchst du auch mit den Rennhandschuhen nicht viel angreifen. Ja, Dominik Marc Holm. Einmal ab, einmal down. Da kommt aber schon der Traktor. Während das Safety Car jetzt gleich den Franz Josef Stopper einfangen wird. Peter Pöschl kommt in die Box herein. Pöschl, der das Wochenende schon über Getriebeprobleme geklagt hat. So, Stopper. Vom Safety Car eingefangen. Sein Vorsprung, seine 19-Sekunden-Vorsprung auf Michael Steffte. Die kann er sich jetzt aufmalen. Andererseits, die hat er vorhin auch herausgefahren. Er wird es noch einmal rausfahren müssen. Marc Holm, der zuvor noch die schnellste Rennrunde gedreht hat. 1,53, 1,21. Da war das Auto schon zwei, dreimal unruhig. Dann jetzt wieder beim rausfahren aus Kurve 1 über die Sausage Curbs. Drüber gerutscht. Und dann grob auf ein Bremser, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob ihm der passiert ist, ob die Bremse einfach gesagt hat, so, Freund, ist das vorbei. Grob auf ein Bremser. Kurve 4, ehemalige Bosch-Kurve. Und hinausgerattert in den Kies. Interessanterweise hat er es gestern auch so gehabt, da war er eher schuld dran. Und da hat er das Auto eigentlich ganz gut gefangen. Jetzt hat er das Auto in den Kies gestellt. Also ich gehe mal davon aus, dass es wirklich was Technisches war, weil sonst hätte ich ihm schon die Routine zugetraut, dass er sich mit der Geschwindigkeit, mit der er da hingekommen ist, wieder aus dem Schotter befreit. Michael Steffny, der lauert da schräg hinter dem Safety-Car, vor allem hinter Franz Josef Stopper. Das Safety-Car wird verschwinden. Der Stefan Friedl wird dieses Rennen nicht gewinnen. Aber packt der alte Rennfuchs Michael Steffny nach seinen Tricks aus. Da schaut er, schauen Sie das linke Vorderer an, wie das steht. Ich glaube nicht, dass er da voll eingeschlagen hat und das weiter blockieren wollte, weil gestern hat er das nicht so gemacht, dass ihm das passiert ist. Gestern war es ja sein Fehler, da war er auf der Bremse, ein bisschen, wie soll ich sagen, zu heftig, zuerst zu spät und dann zu heftig. Heute hat es aber eher so ausgeschaut, als hätte der Dominik Markholm da ein Bremsproblem Rennen links vorne gehabt. Das Rad ist irgendwie ja, eingelang gestanden, nämlich viel zu sehr eingeschlagen gestanden. Das hier dann arriviert ein Rennfahrer, gerade wie dem Dominik, eher selten. Dass er dann noch und noch und noch nach lenkt, lernt man auch noch für sich bei jedem Fahrertechnik-Kurs, dass mit noch mehr Lenken, wenn das Auto schon mal rutscht, nicht mehr geht, sondern dass man vielleicht einmal kurz die Lenkung aufmacht und dann sanft wieder einlenkt. So, Safety Car ist noch draußen unterwegs. Aber wir haben zwei Gruppen praktisch draußen, erinnert irgendwie an Le Mans. Ich gehe aber davon aus, dass der Safety Car am Ende dieser Runde wieder hereinkommt. Steffni, das ist die Frage. Positioniert er sich so im Spiegel, um Stopper nervös zu machen? Gut, den hat er aber auch nicht nervös machen können. Oder sucht er einfach nur kühle Luft? Fürs Auto. Weil er sich jedes Mal nicht direkt hinter Stopper positioniert, sondern versetzt. Ich gehe davon aus, dass das Rennen sogar unter Safety Car zu Ende geht. Das heißt, das Safety Car wird am Ende oder unmittelbar vor Ende der Runde einbiegen hier und wir haben dann einen Sprint auf die letzten paar hundert Meter. Ja, das ist der Nachteil, wenn du einen Puch im Feld hast, du darfst den nicht überholen unter Gelb. Und jetzt haben alle dem Puch nachzufahren. So, am Safety Car sind die Lichter aus. Die Zeit ist abgelaufen. Ich nehme an, das wird ein Ziel-Sprint auf, ja, was wären es denn, 300 Meter. Da wird nicht mehr allzu viel passieren auf diese 300 Meter. da müsste der Franz Josef Stopper den Motor mit Burz und Stingl verlieren. So, jetzt gibt der Franz noch mal Gas. Einmal noch Gas geben. Voll drüber und Flacke kassieren. Gratulation. Franz Josef Stopper gewinnt dieses Rennen. Vor Michael Steffny, dann dritter Franz Leitner, vierter Elmar Effert, fünfter Thomas Lehner. Und dann dauert es, bis die anderen kommen, weil die hängen hinter dem Puch. Ja. Ja, die sind aber erst in Kurve 4, soweit ich das sehe. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis der Rest des Feldes abgewunken wird. Wobei ich glaube, dass sich der Bernhard Deutsch mit seinen 650 Kubik ohnehin schon streckt. und dann geht es, bis zum nächsten Mal. Und dann geht es, Und dann geht es, bis zum nächsten Mal. So, in etwa so 20 Sekunden sollten unsere nächste Feld kommen. Ja, da haben wir den Bernhard Deutsch, der führt das Ganze herein. Wird als Vierzehnter gewertet werden, ja. Dann sogar als Zwölfter. Wird als Zwölfter gewertet. Aber wir schauen einmal. Peter Jeitner, Siemter, Wolfgang Kriegl, Achter, Thomas Geiser, Neuenter, Herbesen auf Rang Zehn, Elfter Peter Lüthi und Bernhard Deutsch, Zwölfter. Wir sind nicht mehr zurückgekommen. Sechzehn sind fortgefahren, Zwölf kamen heim. Ein Viertel haben wir abgegeben. Schauen wir noch einmal ins Gesamtergebnis kurz hinein. Sie haben es im Livestream auch schon eingeblendet. Franz Josef Stopper gewinnt dieses Rennen vor Michael Steffny. Fangen wir noch einmal an. Franz Josef Stopper, Michael Steffny, Franz Leitner, die ersten drei. Dann Elmar Eifert, Vierter, Thomas Lehner auf Rang Fünf, Günter Stephan Sechster, Peter Jeitner, Siemter, Wolfgang Kriegl auf Rang Acht, Neunter Thomas Kaiser, Zehnter Herbesen, Elfter Peter Lüthi, Zwölfter Bernhard Deutsch und nicht im Ziel. Dominik Markholm, Peter Böschl, Alexander Pappberger und Klaus Holzinger. Die haben es nicht bis ans Ende des Rennens geschafft. Pappberger und Holzinger zwei Runden gefahren. Markholm und Böschl acht Runden. So, wir warten kurz bis da draußen die Autos so weit entfernt sind, dass wir wieder in den Rennbetrieb gehen können. die beiden Ford Escort ja in der Kurve 4, bevor es dann weitergeht mit dem Rennen der BMW 325 Challenge und Mini Cooper Cup Austria. Wie gesagt, im Rahmen der Challenge auch das Rennen des BMW Silver Cups. da geht es eher um die Haarfarbe. Rennfahrer über 50, die auf Haarfärbemittel verzichten, sind da mit dabei. Da geht es nicht nur aus. Das ist nicht nur aus. Das ist nicht nur aus. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht genau, wo Klaus Holzinger liegen geblieben ist. Aha, der wird gerade eingeschleppt bei mir, kommt da gerade unter meinem Ausguck vorbei. Und die beiden Escorte wird man eher außerhalb der Strecke dann zurückbringen, die wird man nicht auf der Strecke zurückschleppen. Wobei man das Pap-Berger-Auto wahrscheinlich, damit man nicht noch irgendwelche Flüssigkeiten verliert, sowieso aufgeladen transportieren wird. Und eventuell auch den McCollum-Escort aufladen muss, um sicherzugehen, dass da nicht irgendwas ist. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Bedenken, dass da irgendwas eher gebrochen ist, als dass dem Dominik McCollum genau dort, wo gestern der Fehler passiert ist, dieser Fehler wieder passieren würde. Ich habe eher den Verdacht, dass am Auto irgendwas nicht mehr mitspielen wollte. So, am Leading Car sind wieder einmal die gelben Lampen angeschaltet. Also, das heißt für uns, dass es gleich losgeht. Das Qualifying ist man gemeinsam gefahren, die Minis und die BMW Challenge. Man fährt auch das Rennen gemeinsam, allerdings startet man getrennt. Ich habe das heute zufällig mitgekriegt, wie der Rennleiter den Lando von Wedel da schon mehr oder weniger instruiert hat, dass er eben da einen gewissen Abstand zu halten hat. Vorneweg einmal die Minis. Philipp Kluckner, Sieger gestern, heute Pole Position, für mich auch der Favorit für dieses Rennen. Peter Hinderer in der ersten Reihe, die zwei, dann Matthias Rainerbranter in der zweiten Reihe, gemeinsam mit Thomas Eismann und Benedikt Weber im nächsten Mini dann auf Startplatz 5. Dann wird eine Startreihe ausgelassen und dann geht es weiter mit quasi Startreihe 5, allerdings haben wir da ein bisschen Abstand dazwischen. Lando von Wedel, Sebastian Spiegelberger, Tobi Fischer, Alexis von Wedel, Patrick Weiß, Gerhard Weiß, in der Reihe dahinter dann Richard Bretaler und Walter Braunstein. Darauf folgen Oliver Park und Hans Huber, Franz Leitner, der gerade noch unterwegs war im Rennen der Historischen und Charlie Habenbacher. Ja, das geht mit den E30, die kann man universell einsetzen. Karl-Heinz Ruhrberg teilt sich die Reihe mit Christoph Schmitzberger und die letzten zwei Reihen Alfred Biesiger und Robert Warther, sowie ganz hinten Daniel Braunstein und Erich Klima. Das ist also die Startaufstellung für das Rennen der Minis und der BMW 325 Challenge. Auftrag an Lando von Wedel lautete, lieber Freund, du bist der Polsetter der BMW 325 Challenge, du schaust, dass ihr ausreichend Abstand habt. Gestern ist ihm das gut gelungen, da hat eben der Rennleiter, wie gesagt, ich habe das heute zufällig mitgekriegt, noch gelobt dafür. Gehe davon aus, dass der junge Bursche, der über gewaltige Rennintelligenz auch verfügt, das schon jetzt auch wieder so weit hinkriegt. Und nachdem er der Polsetter ist, gibt er das Tempo vor, der Sebastian Spiegelberger startet neben dem Lando Wedel, dahinter dann Tobi Fischer und Alexis Wedel. Also die Gebrüder Wedel auf den Startplätzen 1 und 4 in der Challenge. Fahrern wir die Minis. So, Franz Leitner startet aus der Box, ein Opfer des Zeitplans und des wirklich guten Ablaufes. Nicht mehr bis in die Startaufstellung geschafft, weil er zuvor noch ein Rennen gefahren ist. Vielleicht kann man sich da im Bereich der Organisation mal was anderes einfallen lassen. Und Franz Leitner startet aus der Box. Jetzt kommen aber die Minis. Sie sehen dahinter die BMW über den Hügel kommen. Aber zuerst schauen wir uns den Start der Minis an. Fünf Stück, Mini Cooper Cup Austria. So, da kommt das Feld, Ampel ist grün. Los geht's. Ampel wird gleich wieder auf Rot geschalten für die BMWs. Während wir schauen, was machen die Minis in Kurve 1. Da geht einmal alles klar, bei fünf Autos nicht so schwierig, dass man sich einfädelt rechtzeitig. Und der Philipp Kluckner zieht sowieso weg. Jetzt kommen die BMWs, die haben grün. Lando Wedel übernimmt die Spitze. Gut, wir haben, glaube ich, ausgemacht Start unter Gelb für die BMW Challenge. Damit wir in der ersten Kurve nicht zu viele Autos verlieren. Und nach Kurve 1 geht es dann richtig los. Da gibt es die ersten Verbremser. Anflug zur Kurve 4. Ah, von Wedel. Der Lando jetzt ein bisschen draußen gewesen im Shot. Er nutzt Spiegelberger aus. Spiegelberger, der neue Führende für die Challenge. Aber Lando Wedel versucht sich da zurückzukämpfen. Ja, wieder die Führung übernommen. Kurzzeitig war er als Zweiter. Jetzt wieder auf Rang 1 gegen Spiegelberger. Dann dritter, vermute ich jetzt einmal Fischer. Vierter, Lando Wedel. Fünfter. Dann ein weißer BMW, sechster Tätow. Ja, das dürfte Fischer sein. Unterschied zwischen Fischers Auto und den Autos von Vater und Sohn Weiß. Der hat schwarze Streifen statt weißen Streifen drauf. Aufpassen, Kurve 1. Ja, fädeln sich alle wieder richtig ein. Ja, ein bisschen zu viel über die Körbs fahren. Und hinter dir kommt schon jemand, der dir sagt, hey Freund, lass mich einmal vorbei. Bei den Minis, ja, Gluckner fährt seinen Konkurrenten weg. Im Moment nach einer Runde bereits 1,9 Sekunden Vorsprung. Ja, da muss sich Spiegelberger jetzt irgendwo ein bisschen vorsehen. Denn, da ist auch gleich der Tobi Fischer da. Und dahinter lauert auch schon Patrick Weiß. Verbremst sich Spiegelberger! Damit, puh, das wird jetzt aber eng. Kurve 4 geht sich aber aus. Alle einsortiert, ich glaube, dass sich das noch ausgeht. Ja, Reißverschlusssystem bei 180. Auch kein Problem, offensichtlich für die Burschen. Verlangen sie das einmal auf der Autobahn. Fischer gegen Spiegelberger. Während Lando Wedel Ja, vor lauter Attacke gegen Spiegelberger hat Spiegelberger eine Position an Alexis Wedel verloren. So, den Berg hinauf. Fischer gegen Alexis. Tobi. Geht sich nicht aus. Im Gegenteil, da kommt Patrick Weiß. Gegen den Teamkollegen. Gegen Tobi Fischer. Wir waren kurz bei den Minis. Wir waren kurz bei Rainer Brant. Da dreht sich Fischer weg, trifft. Den Alexis Wedel schickt ihn auf den Rallye-Großkurs. Ja, der hat das Wiff gemacht. Es ist die Außenbahn gefahren. Ich weiß nicht, wie weit man da dann irgendwo... Ja, ich möchte auch dem Tobi Fischer da nicht zu viel Schuld geben. Der hat das Auto vorher schon verloren und nacherst den Alexis getroffen. Also das war sicher keine, wie soll ich sagen, Wutattacke, die da passiert ist. Wütend wird der Alexis trotzdem allemal sein. Hat er doch jetzt einen gewaltigen Umweg und den noch durch Wald und Wiese so auf die Art zurücklegen müssen. Während Lando Wedel sich nach wie vor vor Spiegelberger halten kann. Sebastian Spiegelberger. Aber das Geld geht halt aus dem Rückspiegel nicht raus, gell Lando? Das ist da und das will ich auch schauen, das ist in der Wiederholung. Da dreht sich... Na, Weiß ist das. Entschuldigung, Weiß dreht sich da weg. Der war auch schon an Fischer vorbei. trifft ganz leicht den Alexis und schickt den in die Rallye-Cross-Strecke. Safety Car steht in Position, allerdings wird es da im Moment nicht gebraucht, weil wir... Ja, weil der Alexis Wedel da die Situation bereinigt hat. Spiegelberger macht Druck auf Lando Wedel. Ja, und da steht das Weiß-Auto, glaube ich. Na, der Gerhard Weiß steht da draußen. Gerhard Weiß steht da draußen. Allerdings wirklich in einem Bereich, wo man jetzt nicht großartig nachdenken muss über Safety Car oder nicht, sondern wirklich beim Notausgang. Gerhard Weiß, das Auto abgestellt. Vorne bei den Minis nichts Neues im Moment. Gluckner, Hinderer, Rainer Pranter, Eismann Weber, die auf den Plätzen bei den Minis. Und dann bei den BMWs Lando von Wedel, Sebastian Spiegelberger, die kommen jetzt hier bei Startziel wieder vorbei. Tobi Fischer, dann Walter Braunstein, Patrick Weiß, Oliver Park, Richard Bretaler, Hans Huber, Karl-Heinz Ruhrberg, Alexis von Wedel. Er hat doch weit zurückgefallen auf Gesamtrang 15. Bevor das passiert ist, war der Gesamtachter, also sieben Positionen verloren. Ja, der Alexis Wedel versucht aber, da ist den Hans Huber noch zu überholen. Ja, gelingt ihm auch, ist schon vorbei. Hat Ruhrberg und Huber überholt. Aber wir sind beim Kampf um Platz 1. Er schert Spiegelberger aus, hin unter dem Berg. Auf gleicher Höhe, zumindest schaut es in der Perspektive so aus, mit Lando Wedel. So, wer bremst jetzt später? Spiegelberger in Führung im Moment. Konter von Lando. Lando Wedel jetzt wieder vorne. Also für die Strecke zwischen Kurve 4 und Kurve 6. Lando Wedel zweiter gewesen, Sebastian Spiegelberger in Führung. Und jetzt, wieder umgekehrt. Die alten Verhältnisse wieder hergestellt. Lando Wedel im Moment wieder Erster bei den BMWs. Gesamtrang 6 ist das in diesem Rennen. Und Spiegelberger hinter ihm. Abstand zwischen den beiden, hier bei Staten mit dem Trainer und dem sein desperate Tag. Startziel, 4 Zehntel nicht einmal. Spiegel Berger positioniert sich außen. Um eventuell einen besseren Exit zu haben, geht sich nicht aus für ihn. Das war in der Runde davor, wo er dann das Überholmann rübergesetzt hat. Ein bisschen besser getimt. Versucht es wieder außen. Lando innen. Ja, jetzt kommt der Konter, jetzt probiert es eher so wie Lando zuletzt bei ihm. Geht sich aber nicht aus für Spiegel Berger. Wahnsinn, was die Burschen da abliefern. Und man fährt sich nicht in die Kisten. Wenn man jetzt dann die Geschichte vorher praktisch als das nimmt, was es ist. Nämlich ein Auto, das absolut am bzw. über dem Limit bewegt wird, bricht aus und trifft einen anderen Konkurrenten. Wenn man das einmal als das sieht, was es ist. Nämlich als wirklich total normalen Rennunfall, wenn alle am Limit und über dem Limit fahren, ohne sich wehtun zu wollen. Wenn man davon absieht, dann ist das wirklich ein perfektes Rennen momentan, das da abgeliefert wird. Die Minis bei Start zielt schon vorbei, jetzt kommen die BMWs. Bei den Minis nach wie vor Klugner, Verhinderer, Rainer Pranter, Eismann und Weiber. Dann Wedel, nämlich der Lando. Dann Spiegel Berger und dann Fischer. Dann Patrick Weiß. Braunstein, verfolgt von Alexis Wedel. Spiegel Berger, jetzt wieder in der besseren Ausgangsposition als zuvor. Scheint auch die Nase im Moment vorne zu haben. Um, ich sag vielleicht einmal, nein, nein, geht sie nicht aus. 30, 40 Zentimeter. Ja, auch schon. Leichtes Überstauen beim Einlenken bleibt jetzt innen. Lando außen. Jetzt bin ich gespannt. Lando, ja, setzt sich wieder durch. Mittlerweile die Hinterreifen bei Lando Wedel auch schon am Limit. Sie haben es gesehen, vielleicht Ausgangskurve 7, leichtes Übersteuern. Zuschauer auf der Tribüne senden es leider nicht. Im Livestream haben wir das im Bild. Spiegel Berger, es geht sich wieder nicht aus. Acht Minuten geht dieses Rennen noch. Acht Minuten Druck und Anspannung im Kampf um den Sieg in diesem Rennen. Hört, jetzt ist er einmal auf gleicher Höhe. Er hat sogar die Nase vorn gegen Wedel. Wahnsinn, was die zwei da abliefern. Und beide Autos noch Spiegel dran. Ich kann mich erinnern an Zeiten, auch in der Challenge und im österreichischen Turnwagensport, speziell bei Markenpokalen, wo eigentlich beim Ziel nach solchen Zweikämpfen keine Spiegel mehr an den Autos drauf waren. Beide leichtes Überstauen beim Einlenken. Spiegel Berger, die Nase zwar vorn, aber da ist jetzt wieder Land und es geht jetzt jedes Mal so. Kurve 4, 5, 6. Es fängt bei der Kurve 3 spätestens an. Der Spiegel Berger, der sich versucht vor, Lando von Wedel zu setzen. Und dann geht es sich bei der Kurve 6, 7 meistens nicht aus. Durch diesen Zweikampf kommt Tobias Fischer immer näher an die beiden heran, fährt pro Runde um eine ganze bis halbe Sekunde schneller als die beiden vorhin. Ja, 6 Minuten hat er noch. Vielleicht entwickelt sich da ein Dreikampf. Wenn ich mir den linken Kopfflügel von Spiegel Berger anschaue, wie sich der bewegt. Das ist ein Spaltmaß, das sicher in keinem Konstruktionspapier so hinterlegt ist. Einmal noch kurz Windschatten tanken. Spät bremsen. Rausbeschleunigen. Schauen Sie, manchmal sieht man es im Livestream ganz gut. Der linke Kopfflügel, der dürfte sich im Bereich der Tür etwas gelöst haben. Da war aber keine Kollision zwischen Spiegel Berger und sonst irgendjemandem. Also da hat eher irgendjemand dann beim Schrauben irgendwas nicht so festgezogen, wie es gehört. Oder es hat sich aus irgendeinem Grund gelockert. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht manchmal da über diese Sausage-Kerbs, die sind echt brutal. So, vier Minuten fünfzig geht's noch. Lando Wedel. Momentan noch vor Sebastian Spiegel Berger. Während an der Spitze anruft, dass sich die Positionen so weit fixiert sind. Philipp Kluckner führt vor Peter Hinderer. Matthias Rainer Brandt, der dritte. Thomas Eismann, vierter. Benedikt Weber auf Rang fünf. Und dahinter dann Lando von Wedel gegen Sebastian Spiegel Berger und der Tobi Fischer ist dabei. Tobias Fischer. Kann der seinen Nutzen ziehen aus dieser Geschichte? So geht's einmal nicht. Franz Leitner im Bild, der von den Minis überrundet wurde. Ja, der musste aus der Box starten, weil er es nach dem Rennen der bis drei Liter historisch nicht mehr rechtzeitig in die Startaufstellung geschafft hat, nehme ich einmal an. Spiegel Berger leicht am Driften. Das ist der Führende, das war der Philipp Kluckner. Kurz im Bild, während natürlich da die Spannung steigt. Charlie Habenbacher in der Box, Erich Klima in der Box, der Gerhard Weiß fehlt. Also das sind die drei, die wir momentan einmal vorgeben mussten. Ja, das war jetzt ein bisschen optimistisch, da schon hinauszufahren aus dem Windschatten. Das geht sich für Spiegel Berger so nicht aus. Alexis von Wedel jagt den Patrick Weiß vor sich her. Abstand zwischen den beiden. Das 32 Hundertstel. Schauen wir mal, Ruhberg gegen... Nein, Ruhberg hat die Position gegen Huber verloren. Da kommt auch noch Wartner. Da geht es um die Gesamtplätze 14, 15 und 16. Daniel Braunstein wird überrundet. Wir sind wieder mit der BMW-Spitze im Livestream unterwegs. Aber Tobi Fischer ganz hin schafft das nicht. Vielleicht hält er ein bisschen an Respektabstand, weil er sagt, kann man nicht vorstellen, dass die zwei sich nicht gegenseitig in die Kiste fahren. So, wir sind in der letzten Runde, nehme ich einmal an. Philipp Kluckner als Führender wird in weniger als einer Minute hier abgewunken werden. Während Spiegel Berger jetzt doch ein bisschen mehr Abstand hat als zuvor gegen Lando Wedel. Das waren es doch acht Zehntelsekunden. Ja, Fischer kommt dann nicht mehr ganz hin an die beiden, weil wir sind in der letzten Runde. Ruhberg gegen Huber auf Startziel. Und da ist die Flagge, da ist der Sieger. Gratulation Philipp Kluckner, er gewinnt vor Peter Hinderer. Hat in der letzten Runde gewaltig nachgelassen. Um etwa vier Sekunden. Dritter Matthias Rainer-Branter. Vierter, na dritter Tom Eismann. Vierter Matthias, na Benedikt Weber ist vierter. Wo ist Matthias Rainer-Branter? Wo ist der Mini? Der Mini von Rainer-Branter fehlt. Wir schauen noch einmal aufs BMW-Duell. Da geht es um Gesamtrang fünf und sechs jetzt. Sollte Rainer-Branter nicht noch auftauchen? Und gleichzeitig um den Sieg im Challenge-Rennen. Das dürfte soweit entschieden sein, soweit ich das sehe. Lando von Wedel gewinnt den Challenge-Lauf vor Sebastian Spiegelberger und Tobi Fischer. Dann kommt sein Bruder, der Alexis, trotz Rallycross-Einlage auf Rang vier in der BMW-Wertung. Fünfter Gerhard Weiß. Na Patrick Weiß, habe ich das stört, aber das war das Auto vom Gerhard Weiß, ist mir vorgekommen. Sechster Walter Braunstein, siebter Richard Brethaler, achter Oliver Park. Dann schauen wir mal, wer kommt zuerst? Ruhrberg und dann Huber. Karl-Heinz Ruhrberg auf Rang neun, Hans Huber zehntter. Elfter Robert Watter. Zwölfter Christoph Schmitzberger, 13. Alfred Piesinger. Damit haben wir alle im Ziel, außer Matthias Rainer-Branter. Der fehlt uns. Gehen wir es nochmal durch. Philipp Kluckner gewinnt das Rennen im Mini vor Peter Hinderer. Tom Eismann, Benedikt Weber. Das sind die vier Minis, die ins Ziel kamen. Dann in der Challenge, oder bei den 3,25ern, gewinnt Lando von Wedel, vorerst Bastian Spiegelberger und Tobias Fischer, Alexis von Wedel auf Rang vier. Fünfter Patrick Weiß, sechster Walter Braunstein, siebter Richard Brethaler, achter Oliver Park, neunter Karl-Heinz Ruhrberg, zehnter Hans Huber, elfter Robert Watter, zwölfter Christoph Schmitzberger, dreizehnter Alfred Piesinger, vierzehnter dann Franz Leitner, fünfter Daniel Braunstein, der dazwischen ist bei mir aufgrund der zurückgelegten Distanz noch der Matthias Rainer-Branter im Display eingefügt. Der wäre dann bei den Minis fünfter. Und nicht im Ziel Charlie Habenbacher, Erich Klima und in Gerhard Weiß. Puh. War spannend zum Zuschauen. So, wir warten, bis wir alle herinnen haben. Zu bergen ist ja eh nur einer. Na, zwei sind zum bergen wahrscheinlich. Der Matthias Rainer-Branter hat es in die Box hereingeschafft. Matthias Rainer-Branter in Gerhard Weiß wird man noch bergen müssen. Aber das Auto hat man, glaube ich, schon so weit weggestellt, dass es zwischendurch geht. Wird nur ganz kurz dauern und dann geht es weiter mit dem Rennen der großen historischen Anhang K. Spezialtourenwagen, über drei Liter Hubraum und Porsche Classica. Ein enormer Hinweis, sollten Sie Kinder mithaben, bitte Gehörschutz verwenden. Da ist es zum Teil wirklich laut. 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 Genau. Da ist es zum Teilen. Da ist es zum Teilen. Da ist es unsere direkten. Für mich ist es zum Teilen. Ich glaube, es ist ein Teilen, zuzehren. Vielen Dank. 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 Das liegt an der Konfiguration und wenn der Gubler ist Ja, das jetzt gelingt Ja, den Mann, nicht, Nieder Ja, Ja, Also, Ja, wenn man sich hat, Ja, hat, Ja, Ja, Okay, Ja, 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 Achtung! So, 9 Minuten 50 noch zu fahren und ich bin gespannt, was man jetzt macht mit dem Wolfgang Lange. Ja, jetzt mit dem Marcel Linderhof. Ich bring da einiges durcheinander, aber es sind sehr viele Namen im Histo Cup. Ui, da dreht sich Wolfgang Schachinger! Und da brennt das Auto. Der Wolfgang sollte jetzt schauen, dass er jetzt rasch rauskommt aus dem Auto. Ich weiß nicht, was er da verloren hat an Flüssigkeit, aber die hat zu brennen begonnen. Wolfgang Schachinger mit rauchendem Auto, da hat es auch gebrannt. Legt natürlich dort eine Ölspur hin, wo wir heute schon einmal eine hatten. Schachinger am Weg in die Box. Kann sein, dass der Rennleiter da mit ihm noch diskutieren will, warum er mit dem Auto noch in die Box hereinfeuert. Streckensicherung ist schon hinter ihm her. Jetzt brennt nichts mehr. Er wird sich wundern. Ich glaube, dass er es gar nicht so richtig mitgekriegt hat, dass er ein Lagerfeuer unter seinem Auto hatte. Jetzt haben wir zwei Autos von der Sicherheitsstaffel herinnen, gleich in der Box. Also das sind verdammt flink die Burschen. Wir können aber Brand ausgeben. So, Niederhof. Mittlerweile die Position getauscht mit Gubler. Dritter. Jetzt Vierter. Gubler Dritter. Zwei PS-Monster mittlerweile rausgefallen. Walter Hoffmann im Bild. Der Klavierhändler. Überrundet einerseits Astrid Witzerny, andererseits noch den Stefan Rott. Nein, war der Dr. Gerhard Knecht, glaube ich. So, schwarze Flagge ist draußen für Manfred Niederhof. Schwarze Flagge für Manfred Niederhof. Schauen wir mal, was er gesehen hat jetzt. Schauen wir mal, was er gesehen hat jetzt. Niederhof überrundet jetzt auch David Petschner. Ja, knapp fünf Minuten geht's noch. Walter Hoffmann einen Vorsprung von knapp 40 Sekunden auf die Herzkobra von Udo Rindhoff. Bert Kubler dritter. Dann schauen wir mal, ob er die schwarze Flagge gesehen hat. Der Manfred Niederhoffner momentan nicht. Der Manfred Niederhoffner momentan nicht. Der Manfred Niederhoffner momentan nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zeit läuft in 45 Sekunden ab, da wird der Führende wahrscheinlich vorher noch einmal hier vorbeikommen bei Startziel Na ja, eine Runde muss er noch fahren, Wolfgang Walter Hoffmann Wir fahren diese eine Runde im Livestream noch mit mit ihm durch Kurve 3 Okay? Das ist merke ich schon abgestellt, Walter Hoffmann So, Hoffmann, Pio Racing, Piano Hoffmann Racing, der Klavierhändler mit dem LMP Can-Am M1C, da ist er, Gratulation! So, Hoffmann, Pio Racing, der Klavierhändler mit dem LMP Can-Am M1C, da ist er, Gratulation! So, auch der zweite im Ziel, Udo Rinhof, warten wir noch auf den grünen Challenger, da ist er schon, von Beat Kubler, der mit den ersten drei im Ziel! agora Ultimately nostalgia feieren wir noch einmal weiter siihen, denn klar man dann durch to- Wir gehen da, die Ausfluggerissen cosas! Wir gehen das überleuchte thing... we gehen das überleuchte, unter und zuvorraten wir sind zum ersten- So, jetzt warten wir noch auf Thomas Schleiret. Manfred Ninderhof auch ins Ziel gekommen, der wird allerdings nicht gewertet werden. Nehme ich einmal stark an, nachdem er auch die schwarze Flagge ignoriert hat, wird man den wahrscheinlich aus dem Rennen ausschließen. Damit Walter Hoffmann, erster Udo Rindhoff, zweiter Beat Kubler auf Rang 3. Vierter, jetzt einmal provisorisch, sag ich einmal Thomas Schleiret. Fünfter Sascha Mitic, sechster Toni Zisser, siebter David Petschwar, achte Astrid Witzerny, neunter Thomas Schöswender, zehnter Stefan Rott und elfter Gerhard Knecht. Wie gesagt, dann nicht ins Ziel geschafft, Wolfgang Schachinger mit einem feurigen Abgang. Markus Bereuter auch in einer Rauchwolke das Rennen beendet. Ja, und der Manfred Niederhof zuerst einmal die Drive-Through missachtet oder nicht gesehen und nachher die schwarze Flagge auch anscheinend nicht gesehen. und deswegen wahrscheinlich vom Rennen ausgeschlossen. Das vermute ich jetzt einmal stark, aber vielleicht ergibt sich ja dann irgendwas, das anders ist. Wir haben jetzt eine kurze Pause, bevor es ins letzte Rennen des heutigen Tages, ins letzte Rennen des heutigen Wochenendes geht da, kann ich Ihnen dafür noch einmal 29 Autos in der Startaufstellung anbieten. Wenn Sie denn alle starten können und das, ja, überhaupt interessant. Normalerweise stehen ja die TCR-Autos ganz vorne. Einer hat die TCRs alle nass gemacht, das war der Andreas Rehwald. Hat sich vielleicht dadurch die rote Flagge so ergeben, dass das Qualifying nicht mehr fortgeführt werden konnte, aber Andi Rehwald steht auf der Pole Position und die ganzen TCR-Autos hinter ihm. Bin gespannt, wie man das im Rennen dann erleben wird und wie sich das entwickelt. Der Youngtimer M3 E36 gegen fünf TCR-Autos. wird es da, ja, relativ lustige Geschichte werden. Fürs letzte Rennen des heutigen Tages, letzte Rennen des Wochenendes. 16.30 Uhr ist der Start geplant. Ich glaube, man wird draußen jetzt noch ein bisschen schauen. Wegen der Ölspuren, sowohl von Schachinger als auch von Beereuter. Und dann wird es in wenigen Augenblicken weitergehen. Und dann wird es in wenigen Augenblicken weitergehen. Vielen Dank. 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 Ich habe noch Zeit. Ich nutze die Zeit, mich zu verabschieden schön langsam von allen, die mitgeholfen haben an dieser tollen Veranstaltung. Anstaltungen. Norbert Greger fehlt mir. Norbert Greger. Zuletzt noch eine schnelle Runde hingelegt. Rote Flagge. Rote Flagge. Wir haben Rot. Rote Flagge. Rote Flagge. Rote Flagge. Also aus Sicherheitsgründen, weil es zu regnen beginnt, wurde das Rennen abgebrochen. Meine Damen und Herren, es tut mir leid. Die Geschichte ist vorbei. Ich wollte nicht, dass es so zu Ende geht. Aufgrund des Regens und aus Sicherheitsgründen hat man das Rennen abgebrochen. Vier Minuten vor Schluss war Ende. Tobias Weberhofer wird als Sieger gewertet werden. Mario Huber als Zweiter. Stefan Schäfer als Dritter. Adam Franta auf Rang Vier. Reinhard Quatterhofer, Fünfter. Andreas Rehwald, Sechster. Albino Mazzaro auf Rang Sieben. Manuel Kaufmann, Achter. Giuseppe Pironacci auf dem neunten Platz. Dominik Klima als Zehnter. Elfter Flavio. Lomper. Zwölfter. Helmut Neisser. Dreizehnter Emiliano Peter. Norbert Greger auf Rang Vierzehn. Simon Kölbl. Fünfzehnter. Sechzehnter Karl Kölbl. Siebzehnter Wolfgang Komornig. Achtzehnter Stefanie Klaffenböck. Neunzehnter Wolfgang Bauer. Zwanzigster Karl Heß. Auf Rang 21. Helmut Landherr. Zweiundzwanzigster Georgi Mackay. Dreiundzwanzigster Peter Nemseler. Pavel Jeitzei auf der 24. Trahumi Oswald. Fünfundzwanzigster Helmut Neuhauser auf Rang 26. Und zuvor schon ausgeschieden in die Box hereingekommen. Gottfried Rampel. Das war's. Wie gesagt, ich verabschiede mich ganz gerne von Ihnen. Ich weiß, da gehen die meisten heim. Trotzdem sage ich Dankeschön an Sie fürs Zuschauen. Danke an die Herrschaften im Livestream. Da kommen wir nachher noch einmal drauf zurück. Auf jeden Fall danke auch an die Streckenpost, an die Securities, an die ganzen Helfer, die hier mitgetan haben, um das zu einem Motorsport-Event an diesem Wochenende zu machen. Dem Histocup hat es besonders getaugt, dass sich die Steirer auch um einigermaßen Wetter gekümmert haben. Die letzten paar Minuten hat es nicht mehr geschafft. Da war man noch gern fertig gefahren. Das nutzt nichts. Ansonsten danke an Feuerwehr und Rettung, die wir ja glücklicherweise nicht gebraucht haben. Der Wolfgang Schachinger hat es ja geschafft, das Feuer unter seinem Auto von alleine ausgehen zu lassen und dann in die Box hereinzukommen. Also wir haben glücklicherweise da auch niemanden gebraucht von Feuerwehr und Rettung. Trotzdem danke, dass ihr da wart. Renat Dr. Huber mit seinem Team, herzlichen Dank. Ja, und dann sagen wir natürlich auch noch Danke an die Veranstalter, an die Histocup-Familie Steffny, an all jene, die mitgeholfen haben. Sie kriegen dann auch im Livestream ein paar Highlights eingespielt. Sie zu Hause auch Dankeschön. Und der kleine Hinweis noch, in drei Wochen ist der Histocup in Rijeka. Wenn es ihnen getaugt hat, und wir uns wird es taugen, wenn sie runterkommen nach Rijeka, sich das dort anschauen, wird allerdings auch einen Livestream geben, soweit ich das irgendwo mitgekriegt habe. Und ja, wenn es nicht gepasst hat, wie gesagt, wir hätten ja in der Steiermark auch noch was an dem Wochenende, da haben wir dieses BMW-Treffen noch in Greinbach beim Erich Petrakovic. Also wir hätten einiges in drei Wochen da praktisch anzubieten. Und dazwischen wird es sicher auch was geben. Aber Histocup in drei Wochen in Rijeka. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie unten in Kroatien treffen würden. Es ist nicht weit zum Meer, es ist nicht weit zum Strand. Vielleicht gleich damit verbinden. Und wenn nicht, es soll auch einen Livestream geben. Also man kann das unter Umständen auch dann wieder im Internet verfolgen. Uns da hätte es aber natürlich merkwollen, wenn Sie auf der Strecke bei uns wären, da haben wir jetzt dann die ganze Geschichte vom Ausfall von Wolfgang Schachinger noch einmal in den Highlights samt der Standheizung unterm Auto. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Da bei uns fängt es gerade richtig zum Regnen an. Ich wünsche Ihnen außerdem natürlich auch einen schönen Montagfeiertag. Kommen Sie heute gut nach Hause oder machen Sie ihn, wenn Sie zu Hause sind, noch gemütlich auf der Couch. Wie gesagt, in drei Wochen gibt es den Histocup wieder in Rijeka, Grobnik und dann hören und sehen wir uns hoffentlich wieder. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Schönen Sonntag noch, schönen Montagfeiertag. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020